jo liebe freunde herzlich willkommen zu einem neuen late night streamen heute wieder streamen bis zum neuen shop ich kann mir kurz den shop zeigen zwei stunden 40 minuten noch bis zum neuen shop und mal schauen wer heute der erste hier im chat sein wird es ist finn hey herzlich willkommen im stream freut mich dass du da bist und hey hey leute herzlich willkommen na alles gut bei euch oh mein gott hey i love you hey willkommen grüß dich bitte fortnight app ich grüße dich wie geht's gut und wie geht's euch leute bei mir alles fit ich habe ja vorhin schon gestreamt jetzt geht es weiter late night stream eric ich grüße dich und ich grüße auch ari und lüthrox und herr farmer hey killer google klar hey willkommen im stream kannst du mich grüßen scrolix oder scroix herzlich willkommen julian hey maurice willkommen im stream logischer marcel hey freut mich dass ihr da seid kannst du mich grüßen ist gut hey willkommen pixel wars willkommen willkommen ich hoffe euch geht's gut und ihr hattet einen schönen tag und wir machen jetzt einen ganz entspannten late night stream und ja wir beginnen heute erst mal solo und ich werde gleich auch noch mit dom und jesse spielen und ja schau mal was der abend zu bringt zwei stunden 14 minuten das ich habe heute level 100 erreicht falls ihr es noch nicht mitbekommen habt jetzt gibt es nichts mehr worauf ich spielen kann ein glück endet die season in 16 tagen das heißt also ich habe wenigstens noch was was ich mich freuen kann kennst du mich noch leox leox ja klar kenne ich dich noch herzlich willkommen leute wenn es euch gefällt und ihr bock auf den stream habt dann lasst natürlich sehr sehr gerne ein like da wird mich mega freuen mein ziel ist heute die 63.000 abonnenten zu knacken mal gucken ob wir es schaffen wird glaube ich nicht leicht aber mit eurer hilfe könnten wir könnten wir das noch packen mal schauen hey ich bin auch hier wenn ihr viel stimmt habe ich bock dabei zu sein ja mit freut mich dass du da bist ich streue jeden abend ab 23 uhr mal so ab und zu ein bisschen später also heute wieder 23 uhr 20 angefangen ja aber so ab circa 23 uhr beginnt der der late night stream gehen wir bis zum neuen shop und auch am nachmittag streame ich natürlich immer so habe ich 63 gesagt ich meinte natürlich 83 sorry leute ich meinte 83 die haben wir ein stück gepackt dank der besten community ich muss noch ein nico hier müssen oder machen sonst sehe ich wieder nichts so hey kannst mich grüßen heiße meli meli grüße gehen raus herzlich willkommen im stream like ist da danke dir klasse leute wenn es euch gefällt gebt gerne einen daumen nach oben hey kannst mich grüßen die lüthalks nochmal grüße gehen raus und auch an das sind kommt der wo ich weiß keine leute werden heute beide seiten gab denn ich habe gerade gar nicht geschaut schreibt mal rein ob beide seite oder nur die rechte seite gab den wird hey louis willkommen stream und leon auch das düste mit anderen jahres kümmern werde ich machen aber erstmal will ich ein paar und noch solo spielen dann wo ich auch mit der anderen zügen beide ok beide beide die meiste schreiben beide ok Leute ich ich vertraue euch wenn ihr sagt beide dann dann glaube ich euch so die leute schreiben alle beide ok ok zack und zack und zack und zack ich nehme den chuck chuck mal direkt äh kannst du mich grüßen darkdogan grüße gehen raus herzlich willkommen im stream kannst du mich grüßen heiße noel noel herzlich willkommen und auch an sergio um zwei uhr kommt der neue shop leute und zwei uhr heißt also noch knapp zweieinhalb stunden haben wir bis zum neuen shop ich bin mal gespannt es ist immer cool wie viele leute auch von anfang an auch dabei sind also heute auch wieder vier stunden gestreamt gestern auch wieder vier stunden das ist so heftig wie viele leute einfach den ganzen abend mit dabei sind freut mich mega wirklich riesiges danke für euren heftigen support ich dachte ich wäre jemand gelandet aber ich glaube der ist schon im anderen gebäude drüben kommt die rote ritterin wieder ähm ich bin mir nicht sicher ob die wieder kommt denn 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 ähm die rote ritterin war ja so ein bisschen passend zum thema des letzten battle passes also der battle pass das letzte mal war ja so auf ritter ausgelegt die hat ja diesen schwarzen ritter und diesen blauen diese blaue drin ähm als skin im battle pass drin und ich kann mir vorstellen dass die sagen okay das war der battle pass für season 2 und die kommen erst nicht mehr wieder also mal schauen kann man noch nicht genau sagen ich würde mich auch freuen für mich aber es gab schon geilere andere skins seitdem wieder als niklas alte haut heraus danke dir niklas er hat 5,49 uhr netter geschrieben könnt ihr fünf kugeln eisen mache ich heute jetzt wo es wieder wärmer wird also gerade ist es war nicht so warm ist ja wieder ein bisschen kälter geworden letzten zwei tage ist ja wieder ein bisschen verregneter oder wie ist das wetter bei euch schreibt mal wie das wetter bei euch heute war und mir war es ganz okay also april ist ja eh immer so sehr komisches wetter wie viel von diesen forts finde ich denn bitte ist jetzt schon das dritte fort was ich hier finde ja nsm die leute haben gerade gerade die zuschauer gefragt und die meinten dass auch noch die rechte und die rechte seite des shops geupdate wird oh ne ok man na wo bist du wird die noch auch gehört oder hey wo ist er hin als ob er hier lang läuft und sich dann einfach verpieselt gibt es ja gar nicht welche tastatur hast du die razer black widow und ltv hat vier schweizer franken donated erstmal grüße in die schweiz wenn du aus der schweiz kommst und geschrieben gönnt dir was bin seit anfang an dabei grüße leon leon viel vielen dank danke dir dann lassen wir alle ein herz für leon und niklas da mega cool vielen vielen dank meine nase ist wieder zu ich rede so nasal meine nase ich muss mir unbedingt mal ein nasenspiel holen ein bisschen verschnupft die letzten tage aber ja es wird ja endlich wieder wärmeres wetter und ja da gibt es bald wieder lecker eis trotzdem gibt es auch einen richtig guten eisladen der so selbstgemachtes eis jeden tag da ruhe ich mir dann ne kugel spenden werden nicht angezeigt ja es liegt aber an typisch wie es tut mir voll leid ähm ich lese sie aber natürlich alle vor aber das liegt an an der software mit der das gemacht wird ich kann da leider nichts für auch und die schreibst und hat überall in die kommentare Okay, hier war der andere So, let's go Bitte grüß mich, heiße Anton Anton, grüße, geh mir raus Ah, hier ist er Weggelaufen, okay I see, I see Stream me loot und grüß mich, Anton Grüße, geh mir raus Anton, der krasse Kannst du mich grüßen? Phil, ich grüße dich Wie findest du deiner Meinung nach Die allererste Razor Black Rude ohne RGBs? Es gab ja mehrere ohne RGBs Also, es gab mal die blaue Variante Und die grüne Variante Ich hatte ganz früher die nur grüne Variante Also ohne RGB, war auch okay Letztendlich Eine Tastatur wird ja nicht dadurch Gut, dass sie läuft Das ist ein cooles Gimmick Und macht sicherlich was her, optisch Aber Das ist ja nicht der Grund, warum Die Tastatur gut ist Ah, also Weiß ich nicht Es ist sicherlich schön anzuschauen, aber Ich würde auch eine Tastatur Ohne Farbe Leute, schreibt mal Wer von euch hat eine Eine farbige Tastatur Also eine beleuchtete Tastatur Eine RGB Schreibt mal Hashtag RGB rein Für Das steht ja für Rot, Grün, Blau Wer das nicht weiß Oder Red, Green, Blue Ja Kannst du mich grüßen Leonardo Grüße gehen raus Oh, ganz viele Leute Haben eine RGB Tastatur Ja, die sind Sind schon schick anzuschauen Also keine Frage Vor allen Dingen Ich muss mal irgendwann Leute, würde euch so eine Setup-Tour mal interessieren Ich könnte mal irgendwann so eine Setup-Tour von Meinem Setup machen Und ich habe halt Also ich habe eine Racer mit RGB-Beleuchtung Und ich habe die Tasten Finde ich recht cool beleuchtet Ähm Ich habe halt quasi die Die Hotkeys für Fortnite Genauso beleuchtet Und Ein ganz cooles Äh Setting Uh Und da kam eine neue Donation ein Ey, das ist so nervig, dass man das Sicherlich Manchmal dauert es kurz ein, zwei Minuten Bis ich, ähm Die Donation bemerke Tut mir leid also an An Leon, dich gerade Ähm Ich lese aber alles mal vor Und zwar hat Leon Das wurde ja auch im Chat angezeigt Und steht ja oben auch im Ähm Äh Auf YouTube dran Ähm Auf jeden Fall Danke an dich, Leon Er hat geschrieben Jo, bin aus der Schweiz Bist der Beste Und mach mal mit Gomm im Stream Assi Assi-Runden Oder hat er noch hier geschrieben Mach mal mit Gomm im Stream Assi-Runden Also bist der Beste Danke dir Ähm Ja, wir können echt mal So wieder Assi-Runden machen Ähm Sowohl im Stream Als auch auf YouTube Äh Also mal schauen Wann wir Wenn wir das mal machen Aber ja, hätte ich auch Lust zu Assi-Runden sind immer das geilste, Leute Assi-Runden Wenn man sich so Gegenseitig Äh Gegenseitig ärgert Somit fix die Wenn ich du wäre Wären wir auch immer so ein bisschen Assi-Runden-like Weißt du mal Ist aber lustig Maximal gemeint Zueinander zu sein Gucken Oh, da läuft einer Let's go Let's go Let's go Oh nein What the fuck Wie sollt ihr mich da langgeworfen Das war weird Nein, jetzt bin ich im Sandwich Verdammt Ich push erstmal den hier Habt ihr das gesehen, Leute? Schreibt mal rein, ob ihr es gesehen habt Dass die Shotgun kurz gezögert hat Ja, ich wollte drücken Ich weiß nicht, ob man das gehört hat Mit dem Mikrofon Aber ich hab gedrückt Aber es kam einfach kein Schuss Das ist so nervig manchmal Ich stand hier auf einmal so da Und ich wollte schon im Flug den töten Aber ich konnte einfach nicht schießen Ja Ich weiß nicht Hat jemand noch sonst Probleme von euch Das mit der Shotgun Ich hab immer wieder dieses Problem Dass ich die Pump gar nicht schieße Und es kommt einfach nichts Das passiert mir so häufig Ich stand hier kurz da Und hab einfach nichts gemacht What the fuck Echt, echt komisch Hey, kannst du mich grüßen? Leo, ich grüße dich Willkommen Freut mich, dass ihr alle da seid Ich hatte tausend Zuschauer, Leute Herzlich willkommen Wenn es euch gefällt Lasst natürlich sehr gerne ein Ein Like da Würde mich sehr freuen Road to tausend Likes wieder, Leute Tausend Likes ist das Ziel Wieder jetzt Als nächstes zu packen What the fuck Ah Hi, mein Freund Nein Oh, ich hasse die Pumpgun Ich hasse sie so sehr Weiß ich Früher mochte ich die Pumpgun total Ja Und hab nur mit der Pumpgun gespielt Und aktuell Weiß ich nicht Ich hasse die Pumpgun so sehr Ich finde die Shotguns in Fortnite Gerade total schlimm Das war das Beste in Fortnite Waren wirklich die Shotguns Und jetzt ist es total Total Weiß nicht Geht es nur mir so Oder findet jemand auch sonst hier die Pumpguns Und generell die Shotguns Auch die Heavy Pump ist total doof geworden Weiß ich nicht Ich fand die so cool Ich hab so gerne nur mit der Shotgun gespielt Und aktuell Weiß ich nicht Gefällt mir die gar nicht Das war so ein cooles Element von Fortnite Und das haben die irgendwie gerade ziemlich komisch gepatcht Mal gucken Ich hoffe die verbessern das wieder Und hey Willkommen an jeden Einzelnen hier Ah, gerade kam eine Donation Warte ich lese die noch mal vor Uh, sogar eine zweite Donation Warte ich lese die gleich direkt vor Ähm Ja, ist wirklich so Und hier Leute waren natürlich die Settings Und zwar einmal von Megapilz Hat sehr, sehr viele Zeichen geschrieben Und dann alles Gute noch im Stream Danke dir, Megapilz Und die Beta-Cats Hey, ich wollte fragen Ob du mich Bitte, bitte, bitte Ich werde schon die ganze Zeit Äh Ne, erstmal nehme ich keine Leute an Auf, äh Den Accounts Weil ich möchte nicht Dass es so bevorteilt wird Mal schauen Vielleicht werde ich wieder mal so Donator-Runden machen Wo ich dann nur mit Leuten spiele Die, die donated haben Aber Äh Erstmal möchte ich allen Leuten Natürlich die gleiche Chance lassen Wie viele Siege hast du? Ich hab über 300 Siege Mal gucken Aber es kommen ja jeden Tag neue dazu Also von daher Grüß dich bitte Äh Best of Gaming Grüße gehen raus Und Leon hat nochmal Einen Schweizer Franken-Tournete Danke dir Grüße gehen raus an Leon Kannst du mich grüßen? Heißt du Daniel Daniel Grüße geht raus Und Leon echt nochmal riesiges Dank an dich Nein, nein Ich sterbe sowas Ich bin sowas im Tod Okay, ist Ja Egal, ich nehme ihn Voll damage in Kauf Hallo Wow Voll real Als ob ich ihn jetzt damit getötet hab So viel Damage macht er mir einfach noch Egal Puh Best of Pro Gaming Hey Komm Timo Sei gegrüßt Grüße an jeden Einzelnen hier Bist der Beste Danke Leo Ich höre noch hier Ne Truhe Muss auch mal jemand drin Ich hab so null Materials So Was hast du für eine KD? Hast du eine Vierer KD? Over Also Ich hab sogar drei Aber Letzten sieben Tage Vierer KD Was ist im Shop? Heute ist ja Der Shop kommt erst um 2 Uhr, Leute Hey Oh Ich hab noch jemanden mit der Falle getötet So cool Wow Oh mein Gott Oh mein Gott Hey Willkommen an alle neuen Leute hier im Stream Freut mich, dass ihr da seid, Leute Heute Road to 83.000 Abos Also falls ihr noch kein Abo da gelassen habt Und euch Das Streamen gefällt Wird es mich natürlich mega freuen Hier euch Äh Öfter auf dem Kanal zu sehen Ich strebe jeden Abend Ab circa 23 Uhr Late Night Stream Und auch jeden Nachmittag Und jeden Morgen Kommt ein neues Video Und auch Nachmittags ab und zu mal Also Falls ihr Bock auf Fortnite Content habt Würde ich mich natürlich sehr freuen Über jedes Abo hier Wie viel Geld hast du schon in Fortnite rein investiert Also die letzten Tage ziemlich viel Weil ich ja einfach euch die neuen Skins immer zeigen will Ich stream Ich hab mal bis zum neuen Shop Und Da will ich dann die neuen Skins halt auch immer zeigen Und natürlich auch spielen Weil Das wäre ja voll lame Wenn ich jetzt sagen würde Oh guck mal Leute Hier ist der neue Shop Und dann zeige ich die neuen Items Und dann zeige ich die gar nicht ingame Und Ja Deswegen Ähm Habe ich die letzten Tage Relativ viel für Fortnite ausgegeben Aber Dafür kommen ja auch die Wie lich und gerade Zwei schwarze Franken Ich benutze die Donations hier ja auch immer Für die Spenden Also äh Für die Spenden nutze ich immer Für V-Bucks kaufen und so Von daher Ihr supportet mich Und ich stecke das auch direkt wieder In den Stream rein Holte V-Bucks davon Oder andere Sachen In den Stream Deswegen Ja Vielen lieben Dank Aus welchem Bundesland kommst du? Aus Berlin Leute schreibt mal rein Aus welchem Bundesland ihr kommt Oder wenn ihr aus der Schweiz Oder Österreich kommt Könnt ihr natürlich Natürlich auch das gerne reinschreiben Oder generell Wenn ihr irgendwo anders herkommt Würde ich mich interessieren Leute schreibt mal rein Aus welchem Bundesland ihr kommt Beziehungsweise wo ihr herkommt Und Leute gebt niemals Die genaue Äh Vor allem wenn ihr in einem kleinen Ort wohnt Dann gebt niemals genau Die Stadt an oder so Äh Sondern Äh Ja Haltet das im Internet bitte immer anonym An diejenigen einzeln hier Ich sehe immer ganz viele Leute Die schon teilweise ihre Schule Oder so geschrieben haben Schreibt Veröffentlicht im Internet Nie eure privaten Sachen Das ist nie gut Ich glaube es ist gerade In meine Trap gerannt What the fuck Alter Nein 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 Ich bin tot Oh Falsche Taste Falsche Taste Ob ihr das gesehen Leute Ich wollte abbauen Ich dachte Oh Mann Rip Egal Leute Bayern Thüringen Niedersachsen Schweiz Sachsen Bayern NRW Er schreibt Hahaha Danke Leute Ach Mann Das war die falsche Taste Ich wusste halt Dass ich sofort tot war Mann Aus Hessen Aus Frankreich Oh aus Frankreich Aus Bayern Aus Österreich Aus Hessen nochmal Aus Thüringen NRW Hannover Niedersachsen Bielefeld Luzern Berlin Aus der Schweiz nochmal Aus Bremen Aus Polen Aus Mecklenburg Vorpommern Aus Belgien Nice Aus Italien Türkei Magdeburg Aus Zypern Aus Luxemburg Aus Stuttgart Aus Essen Aus Sachsen-Anhalt Nice Leute Herzlich Willkommen An jeden Einzelnen Hier Der Der dabei ist Und Janis Danke für deine 2 Euro Kennst du mich noch Jeden Stream Den ich von dir gucke Eine Spende Oh Janis Riesiges Danke an dich Und ja klar Willkommen im Stream Janis 02112 Herzlich Willkommen Alter wie viele Leute da sind Herzlich Willkommen Leute Wenn es euch gefällt Lasst natürlich sehr sehr gerne Ein Like da auf den Stream Leute schreibt mal rein Bei wie viele Likes wir gerade sind Haben wir schon die 1000 Likes geknackt Bestimmt nicht aber Row to 1000 Likes Grafikeinstellung kann ich gerne zeigen Hier Hier sind die Grafikeinstellungen Die ich gerade drin hab Aus Russland Uh Also ganz weit weg Grüße geht raus An jenen Einzelnen von euch 500 Likes Leute Row to 1000 Likes Lasst alle gerne Like da Würde mich mega supporten Weil für euch ist es nur Ein kleiner Klick Auf den Gefällt mir Button Unten Auf den Daumen nach oben Aber Mir hilft es halt extrem weiter Weil je mehr Likes Ihr da lasst Desto Krasser wird halt der Stream Auf YouTube gerankt Aus Spanien Grüße gehen raus Nach Spanien Die Season endet in 16 Tagen Kann ich gleich noch gerne mal zeigen Aber dafür müsste ich jetzt rausgehen Aber ich hab's gerade nachgeschaut Die Season endet in Noch 16 Tage Ich stehe die Zeit vergeben Am 30. Am 30. Äh Vierten Aus Göttingen Aus Rumänien Setup tour Ja Leute Ich kann wirklich mal irgendwann Setup tour machen Wenn euch das interessiert Aktuell Spare ich ein bisschen Auf den neuen Schreibtisch Äh Denn ich hab so einen Uralten Der ist bestimmt Zehn Jahre alt So ein billiger Ikea Schreibtisch Für 15 Euro Oder so Das ist nur Ich hab im letzten Ein Bild gesehen Von dem Wenn der Da hat jemand Den durchgesägt Und da drin ist Quasi wirklich nur Pappe Wirklich Wie von Wenn ihr ein Paket bekommt Wirklich nur Pappe Und das mit so Mega dünnen Nicht mal Holz Das ist so Presssparen Ja Und die Dinger kosten Halt 15 Euro Bei Ikea Und der ist uralt Und schon Ja ziemlich fertig Der Tisch Und mein Ziel ist halt Irgendwann mal Auch so ein schlechtes Stehschreibtisch zu Und das ist so das nächste Weil ich finde so Stehschreibtisch für mega cool Die kann man dann hoch Und runter fahren Und dann kann man auch Mal im stehen Am PC arbeiten Das finde ich halt mega gut Und das ist auch gut Für den Rücken Deswegen Das wäre so mein Ziel 760 likes Leute Mega krass Vielen, vielen Dank Ist was bei Level 100 Passiert leider nicht Aber ich hoffe Das eventuell noch Am Ende der Season Ähm Was dazu kommt Was man bekommt Dafür, dass man Level 100 ist Zum Beispiel irgendwie Ein Skin Oder lass es nur Ein Skin ist vielleicht Ein bisschen viel Aber zum Beispiel So ein Banner Icon Das war zum Beispiel Gut Dann Grüße gehen natürlich Auch an alle Schweizer Aber auch an jeden Einzelnen raus Uh und Leon hat nochmal Zwei schwarze Franken Donatet geschrieben Äh Hab vorher Zwei Franken gespendet Und du hast es nicht gelesen Oh er hat geschrieben Oh stimmt Tut mir leid Leon Äh Beste YouTuber Mal weiter so Spende später nochmal Ey danke dir Leon Riesiges Danke An dich Leon Und auch an Äh Der Alexa Und alle anderen Die hier donatet haben Danke für euren Heftigen Support Ich überlege halt Was ich jetzt lute Warum nehme ich Ich habe irgendwie Keinen Bock mehr Auf die Pamm Weiß nicht Shotguns in Fortnite Sind aktuell Total kacke finde ich Also ist natürlich Geschmackssache Aber ich mag sie gar nicht Kannst du mich grüßen Erik ich grüße dich Grüße gehen raus An jeden Einzelnen von euch Leute herzlich willkommen Im Stream Freut mich sehr Dass ihr alle da seid Es ist so krass Wie viele ihr schon wieder seid 1400 Zuschauer gleich Herzlich willkommen Freut mich mega Kannst du mich grüßen Kannst du mich noch Dodo Klar geht nicht mit euch Ich merke mir eigentlich Alle Namen von aktiven Zuschauern Du bist cool Danke Dario Wann holst du dir eine Facecam Ich denke ich werde schon Irgendwann mal Facecam machen Aber aktuell finde ich es Noch ganz angenehm Einfach so Ein bisschen entspannter Vielleicht kann man auch Nebenbei immer essen Gerade wenn man Wie ich etwas länger streamt Den Tag dann Kann man nebenbei Immer was essen Ohne dass dann Die ganze Zeit Die Leute zugucken Wie du Wie du vor der Kamera Da irgendwie sitzt Und Sachen futterst Und es sei natürlich Auch noch ganz angenehm Wenn man ein bisschen Anonymer Streamen kann Aber ja Ich denke ich werde irgendwann Ich werde schon Facecam machen Und Niklas Sock Danke für dein Abo Vielen, vielen Dank Und auch an 1 MoCraft Wenn ihr abonniert Dann werdet ihr natürlich Immer oben links Auch angezeigt Selbstverständlich Wenn ihr das Aktiviert habt Bei YouTube Deswegen dann Ich versuche Immer hier die Leute Vorzulesen Ab und zu Die abonnieren Deswegen Danke an die Einzelnen Der hier untergelassen hat Neue Granate Ja Ich hatte aber jetzt Nicht so Lust Die mitzunehmen Ich die nicht Muss ich weit Ich habe noch die Kiste Hier und dann gehe ich los Das ist super Danke dir Freut mich natürlich sehr Wenn es euch gefällt Wie drehe ich die nochmal Nein Komm Ich will Hallo Ah ok Genau So Ich hasse das Bearbeiten von Treppen Ich hasse es so sehr Wir sind seit 5 Tagen Jeden Abend dabei Nice Leute Wer von euch schaut Regelmäßig die Late Night Streams Also ich swim bei jedem Jeden Abend Ab circa 23 Uhr Bis zum neuen Shop Wer von euch ist Hier regelmäßig Abends dabei Weil ich finde es mega cool Wie viele Leute Sich abends immer so Äh Quasi den Tagesschur zu planen Dass sie abends noch Den Late Night Stream schauen Nicht mehr gut Alter wie viele Leute Ihr seid crazy Ey Wie viele das sind Mega cool Leute Freut mich mega Wie viele Äh Da jeden Abend Vorbeischauen Ihr seid echt cool Leute Ihr seid die Besten Ihr seid wirklich die Besten Vielen vielen Dank An jeden Einzelnen Der hier jeden Abend Vorbeischaut Oh da ist er Komm 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 Auf noch ein bisschen Ist er jetzt wirklich Mit seiner Er hat mir G-Net Weggejumpt Jetzt nicht wirklich Ohohoho Wie ich den zerstört habe Ey What the fuck Ich heimlich Oh Leute mega cool Wie viele äh Wie viele Leute Hier immer jeden Abend Dabei sind Freut mich sehr Es ist echt cool Wie viele Leute Äh Sich das quasi schon So zur Gewohnheit Gemacht haben Übrigens Leute Falls ihr es noch nicht Gemerkt habt Ich mache jetzt Ein neues Format Auf meinem Kanal Also wahrscheinlich Die Leute die hier Dabei sind Die würde es eher Nicht so interessieren Beziehungsweise Wenn ihr abends Immer dabei seid Allerdings Äh Falls ihr mal Obwohl Falls ihr mal Einen Tag Nicht Zeit habt Dann wäre es vielleicht Interessant Und zwar Mach ich jetzt immer Jeden Morgen Ein Video Zum neuen Shop Also Falls ihr mal Abends nicht dabei sein könnt Ähm Lade ich hier jeden Morgen Um 6 Uhr Also heute Okay am Samstag und Sonntag Kommt es wahrscheinlich Ein bisschen später Weil da stehen Leute Ein bisschen später auf Ähm Aber ja In der Woche Kommt es immer um 6 Uhr morgens Das Video zum neuen Shop Ja das kam heute Richtig gut an Ähm Da kommt immer Da stelle ich kurz Den neuen Shop vor Das ist ein ganz kurzes Video Äh Würde ich da ja Nicht so lange Zulabern Sondern euch dann halt Einfach schnell Den Shop vorstellen Was heute neu ist Hey du Na Nein Ist gar Danke Genau Und dann Ähm Dann habt ihr immer Jeden Tag Einen kleinen Überblick Über den Shop Bist der beste Hersteller Oh danke dir Und falls ihr mal Abends nicht dabei sein könnt Und trotzdem morgens Wissen wollt So hey Was ist heute im Shop drin Es hat auch jemand In die Kommentare geschrieben Bei mir so Äh Ja mega nice Dann kann ich immer Wenn ich in die Schule gehe Äh Mir morgens ein Video anschauen Und schauen ob Äh Was Was quasi heute neues Im Shop kam Und kann dann Äh Je nachdem Was drin war Entscheiden Ob ich mir zum Beispiel Eine Passive Card Auf dem Weg von der Schule Nach Hause hole oder nicht So deswegen Ich glaube dafür Die Leute ist es halt echt Mega Mega nützlich Ich würde dir gerne spenden Aber darf nicht Alles gut Du musst nicht spenden Alles gut Leute Ihr müsst generell gar nicht spenden Das Das war wirklich Auch niemand zu spenden Leute Dass ihr hier seid Das unterstützt so genug Ey Ich freue mich mega Wie heftig ihr supportet Deswegen Riesiges Dank an euch Wenn ihr mich unterstützen wollt Lasst gerne ein Like da Das hilft zum Beispiel mega Weil Je mehr Likes ihr da lasst Das so Besser wird der Stream Natürlich auf YouTube gerankt Das heißt also Jeder Daumen nach oben Hilft extrem Haben wir echt Für die 1000 Likes geschafft Schreibt mal rein Wie viele Likes es ist Weil man kann es Im YouTube Dashboard Einfach nicht sehen Wie viele Likes Gerade der Stream hat So schreibt es gerne mal rein Danke an Video Reagierer Für dein Abo Cooler Name Magst du mich? Klar Ich bin neu Du bist cool Danke dir Herzlich Willkommen 1000 Likes schon Alte Leute Mega Riesiges Danke Manche Leute schreiben Manche Leute schreiben noch Geringe Zahlen Aber ich glaube Das ist einfach nur Weil YouTube Manchmal ein bisschen Hinterhängt Manche schreiben Schon 1000 Deswegen Vielen Dank an jeden Einzelnen Der hier Einen Like Da lässt Richtig krass Ihr seid einfach heftig Ich werde da Camp irgendwo Jemand hinten Den Hacken Bist cool Bin neu Hey Dann Willkommen Willkommen auf meinem Kanal Beim Mikro Ja Willkommen Willkommen Ich stream hier jeden Abend Ab circa 23 Uhr Den Late Night Stream Es gibt bei mir auch immer Nachmittags Streams Heute zum Beispiel Hab ich den Stream Bis zum Level 100 gemacht Ich hab heute Endlich Level 100 In Fortnite erreicht Ähm Und ja Es kommen auch jeden Tag Videos Und Challenges Und coole Coole Heikelrunden Und so Also wenn euch das gefällt Lasst natürlich sehr gerne Ein Abo da So wie Katzenriegel YouTube gerade abonniert hat Und Hassan Steht immer da Wenn ihr abonniert Also Leute Wenn es euch gefällt Lasst euch gerne ein Abo da Was hast du für eine Maus Ich hab eine Razer Äh Lancet 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 hab ich Eine Razer Lancet Ähm Razer hat zum Glück Immer den Namen ihrer Produkte Unten auf dem Auf dem Gerät Draufstehen Das heißt Ich muss die Maus mal umdrehen Um das nachzuschauen Wie die heißt Ähm Aber den letzten Ich weiß nicht Hat jemand noch Razer Produkte Und hat in den letzten Tagen Ein bisschen Probleme gehabt Mit den Razer Sachen Weil bei mir haben sich die Tastatur Und die Maus Und die Maus einfach immer Disconnected Also sie sind einfach kurz Abgebrochen War echt ein bisschen komisch Macht echt Spaß Jetzt was zu schauen Danke Maximilian Bist richtig cool Danke Sammy Kannst du mich grüßen Gamer Player Grüße gehen raus Code schreibt Ja Bei mir auch Okay Was mit der Tastatur Ich weiß nicht Also ich hab dann einfach Den Razer Dingster Manager Mal geupdatet Und dann ging's wieder Aber Wer weiß Vielleicht lag's auch noch an mir Was denkst du Welcher Skinmom kommt Schwer zu sagen Wir haben gestern Neuen Emote bekommen Sonntag bringen sie ja Häufig mal bessere Sachen Also zu Sonntag Meine ich Ähm Ich könnte mir vorstellen Dass einer der neuen Skins Schon kommt Die geleakt wurden Ich denke mal Die meisten von euch Leute wer von euch Hat schon die neuen Geleakten Skins gesehen Schreibt mal Hashtag Leak rein Also L-E-A-K Falls ihr die Die Leaks schon Sehen habt Die neuen Skins Die da kommen Zum Beispiel dieser Typ mit dem Dieser Fisch mit dem Dem Glas Oder Oder was kann man auch Die Dino-Frau zum Beispiel Oh ganz viele Leute Haben das schon gesehen Ja ich sehe Ihr seid alle top informiert Genau und ich könnte mir vorstellen Dass bald einer Also dass die Skins Bald rauskommen Allerdings Kann ich's schon verstehen Dass natürlich nicht Jeden Tag heftige Skins Rauskommen Denn Wenn jeden Tag Krass Skins rauskommen Würden Dann würde man sich Irgendwann gar nicht mehr freuen Aber Sondern Das Das ist so Einfach Das wie im Leben Die Die schlechten Momente Lassen die schönen Momente Einfach noch besser werden Und das ist bei den Skins Genauso Wenn es halt mal Ein Kackshop gibt Wo alle schreiben Oh was für ein Scheiß Heute nur so ein Schlechter Shop Drinnen Keine neuen Items Dann ist das zwar doof Für den Tag Aber ich glaube Dadurch freut man sich Viel mehr an den Tagen Wo dann Keine Ahnung Richtig cooler Skins rauskommt Da sind dann alle Boah mega geil Und alle sind gehypt Deswegen Also das ist schon wichtig Dass es nicht jeden Tag Geile Skins gibt Aber ja Gestern gab es ja noch Den neuen Gitarren-Emote Der hier Ich will nur nicht so lange Stehen bleiben Weil ich wird immer gesnipet Wenn ich das zeige Jedes Mal Oh das ist er Habt ihr ihn gesehen? Er steht hinter dem Stein Hat er mich gesehen? Ich glaube Ja hat er Oh ich bin tot Ach man ey Ich hasse das Ich hasse das so sehr Ich hätte ihn so easy killen können Es tut mir leid Leute Ich hab euch Er hat 17 AP Ich hätte einfach Einen Schuss mehr treffen müssen Einen Schuss Leute Einen dummen Schuss Ich dachte so was zur Hölle Was kämmt der denn? Egal Leute Weiter geht's Oh mein Gott Wie viele Leute einfach da sind Hey herzlich willkommen Ich fühle deine Stimme mega entspannt Und endlich mal jemand sympathisch hier Freut mich Jan Herzlich willkommen Oh ey Ich war gerade so unkonzentriert Beim Beim Zock Manchmal fange ich dann einfach an zu labern Und dann Dann achte ich gar nicht mehr so aufs Gameplay Kannst du mich mal grüßen? Äh Marki Sello Grüße gehen raus Shop 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 Hier ist der Topf Leute Nein Ah ich geh nochmal raus Ich geh nochmal raus Ich zeig's euch Wie alt bist du? Ich bin 22 Leute ich zeig euch hier den Shop Für euch geh ich jetzt extra nochmal aus der Runde Alles für die Zuschauer Leute Alles für den Stream Es ist mir eine Ehre für euch zu streamen So hier Ich zeig nochmal den Shop In 2 Stunden und 2 Minuten Kommt der neue Shop raus Kannst du mich grüßen? Äh Juf Äh Jufan Grüße gehen raus Klingt also wie an Miko Und an Sven MC Sam Grüße gehen raus The Apex I'm Delusion Äh ja man kann mit mir zocken Ich mach immer ab und zu Community Runden Da machen wir quasi einige Stunden nur Zuschauer zocken Also wenn ihr Bock auf sowas habt Leute Aktiviert unten gern die Glocke Und neben dem Abo Button unten ist so eine kleine Glocke Wenn ihr da raufklickt dann Äh bekommt ihr in Zukunft immer Benachrichtigungen Und ähm Wenn ich Community Runden mache Also halt mit Zuschauern zocken Dann könnt ihr da gerne mitspielen Und natürlich wer halt dann am Anfang schnell dabei ist Hat meistens die größten Chancen ins Game zu kommen Ähm Deswegen Leute aktiviert gern die Glocke Dann äh bekommt ihr das immer mit Und seid halt schnell dabei Würde mich sehr freuen Wie bist du auf YouTube gekommen? Ähm Ich würde sagen durch Freunde Also klar einmal halt So wie jeder glaube ich Einfach als YouTube Zuschauer Und halt äh Ja durch Freunde Auch einige YouTuber darunter Äh Motiviert das Das zu machen Oh Veorax hat äh Donated Er geschrieben Darf die Leute vielleicht heute mal mitspielen Also ich werde jetzt gleich erstmal noch ein bisschen Solo machen Mal schauen Also ich plane eigentlich den Abend immer schon so ein bisschen vor Wer dabei ist Das müsste ich dann halt mal den Quasi den Tag davor schon wissen Wann ich das mache Uh und äh Sir Knuffels hat ja noch ein Eurodonator geschrieben Kennst du mich noch? Komm aus Hessen Äh ja Sir Knuffels warst vorhin im Stream da oder? Es war vorhin Ich hab manchmal so ein bisschen das Zeitgefühl verloren Welcher Welcher Stream welcher war Weil wenn man täglich zweimal streamt oder so Dann weiß man immer nicht genau welcher Stream es war Aber ich glaube es war vorhin oder gestern Abend Ich bin mir nicht ganz sicher Aber ja Klar nähe ich mich noch Hast du auch schon Lieben danke nochmal Kannst du mich grüßen? Adroxe TV Grüße gehen raus Uh jemand hat in einer Minute Geburtstag Uh Dann gratuliere ich aber erst gleich Leute Den Feuer gratulieren Äh ist Pech Flexes Game Kannst du mich grüßen? Klar Grüße gehen raus Und auch in Epic Skillers Und an Theater 130 Gaming Paling Und Little Sand Und Bee Queen Und äh Sascha Grüße gehen raus Ich versuche immer jeden Ich versuche einfach jeden zu grüßen Aber es ist manchmal nicht ganz so einfach Weil ich muss ja hier auch noch auf den Bildschirm gucken Ich hab halt den Chat riesig groß offen Dass ich immer alles lese was hier schreit Aber jetzt zum Beispiel kann ich gerade nicht hinschauen Weil ich gucke wo ich hin und ich fliege Und jetzt kann ich wieder hinschauen In der Sekunde haben schon 30, 40, 50 Leute was geschrieben Und äh ja Ihr seid einfach so verdammt viele Freut mich mega wie viele da sind Herzlich willkommen im Stream Geht zum Shop Ja den Shop kann ich gleich zeigen Leute Und hey es ist 0 Uhr Leute Schreiben alle Hashtag 2 Stunden rein In 2 Stunden kommt der neue Shop Um genau 2 Uhr Und äh Alles alles Gute zum Geburtstag An jeden Einzelnen der äh Heute Geburtstag hat Happy Birthday Hoffe ihr habt alle einen schönen Tag Also natürlich ich hoffe dass jeder von euch einen schönen Tag hat Aber äh Gerade die Geburtstagskinder unter euch Äh lasst euch schön feiern Und ja Alles Gute zum Geburtstag Mein Account wurde gelöscht Oh nein Dann erstellen wir hoffentlich schnell einen neuen Oder du bekommst die noch irgendwie wieder E-Mail ist der Raffi hat 2 Euro Äh Donater geschrieben Hast du dir verdient Oh danke dir Raffi Vielen, vielen Dank Zack Bin ich alleine hier Ja bin ich Wie lange streamst du Auf jeden Fall wieder so bis 2, 3 Also bis so Halb 3, 3 Auf jeden Fall Mal gucken wie lange ich heute stream werde Aber jeden Tag auf jeden Fall Immer bis mindestens so halb 3 Würde ich sagen Immer so 4 Stunden late night stream Mindestens eigentlich Sind immer drin Kannst du mich grüßen Abgeflext Grüße gehen raus Hast du schon mal Overwatch gespielt? Ja Ich hab sehr sehr viel Overwatch sogar gespielt Bin schon Level 700 800 dort Also ja Schon Eine Menge Overwatch So Wäre nicht sogar mehr Ja doch 800 glaube ich bin ich Overwatch 1 Level Ups Oh ne warte Die will ich mir holen Die Munition brauche ich Hey willkommen Danke Lea Ich herzlich mich grüßen Harte Idee Grüße gehen raus Und an Top Jojo Und Zocki Und an Flixson Und an Fortnite Zocker Herzlich Willkommen Im Stream Erstmal umgucken Ähm So Äh Das sieht doch schon mal gut aus Hallo Danke Kannst du mich grüßen XX Reaper XX Gaming Grüße gehen raus Und auch an Tim Und an Maximilian Herzlich Willkommen Ich versuche einfach so viele wie möglich zu grüßen Das ist immer nicht ganz so einfach Weil So viele Leute schreiben da Geht immer irgendwer unter Das tut mir auch leid Aber ich gebe mein Bestes euch Hier so häufig wie Irgendwie möglich zu grüßen Ich nehme mal Ich nehme doch die Die Pump Das war mir eben nichts mit der Okay Kannst du gleich grüßen Schmidt Illuminat Grüße gehen raus Und K-Rocks Army Herzlich Willkommen Kannst du schauen was im Shop ist Der Shop kommt erst um 2 Uhr Aber ich zeige ihn natürlich nach jeder Runde Auch jetzt Ich kann ihn auch jetzt gleich nochmal zeigen Auch wenn Noch das gleiche drin ist wie Seit heute Morgen So Kommt ein blauer Boot Oh ein Raketenwerfer Nochmal Ja mit Holz Den unten Oh nice Sehr sehr geil Finn und Abin Grüße gehen raus Und an Bennett Und an Leon Der Beste Mr. Extreme TV Manus Luca Nitro PVP Fragt nach meinen Settings Kann ich gerne mal zeigen Sekunde Nein ich möchte nicht Feedback Hub von Windows öffnen Danke Windows Hier das sind meine Settings Und Timo Danke für dein Für dein Abo Herzlich Willkommen im Stream Und dann Daniel der Pro Herzlich Willkommen Leute falls ihr noch kein Like da gelassen habt Lasst natürlich auch sehr sehr gerne Dann Like da Wird mich wegen des Supporten Jeder Daumen nach oben hilft mir Gute Stimmung Abo und Like hast du Danke dir So ich geh mal noch da rum Oh mein Gott Leute ich kann so viel Dass ich sie gewissen soll Ich kann nicht alle gewissen Aber an Nexus Und Luvi Und Mr. OneSoccer Grüße gehen raus So ich glaub Jetzt noch hier lang Und Nach vorne Dann haben wir's Puh Doppelraketenwerfer Stimmt Das könnte ich eigentlich echt machen Soll ich Doppelraketenwerfer spielen Aber ne Ich glaub ich nehm mich über Sniper Dann hab ich was auf Distance Ich muss mich beeilen Kannst du mich grüßen Dave Deggles Grüße gehen raus Und Rich Joki Kommen Ich treff die Dinger nicht hier Wie ihr seht Weil ich einfach die ganze Zeit in den Chat gucke Und das nur so Aus dem Augenwinkel hier versuche Die Dinger abzubauen Generell spiel ich Vorhand eigentlich Ich hab gelernt Vorhand aus dem Augenwinkel zu spielen Ja Ich schau kaum noch aufs Auf den Bildschirm Weil ich einfach die ganze Zeit in den Chat schaue Aber Inzwischen kann ich Fortnite quasi Spielen ohne hin zu gucken Das ist selber Ich glaube Das ist so ne gute Übung Wenn man Neben dem Neben dem Zocken streamt Weil Dadurch dass ich die ganze Zeit in den Chat schaue Bin ich's einfach gewohnt Nicht mehr auf dem Bildschirm zu gucken Das ist richtig lustig Äh Ich grüße Ibims und German Let's Player Ne German Let's Player HD Und Den Name Janik Grüße gehen raus Und Devil Dude One Soul Jason Herzlich Willkommen Lomb Lomblum Ich grüße dich Wie viele Leute schreiben Dass ich sie grüßen soll Leute ich gebe mein Bestes Um euch alle zu grüßen Lufri Laurenz Tom Liam Easy Max Tristan Finn MrGameplay05 Grüße gehen raus Und Ibims Ruffy hat nochmal 1 Euro Donater geschrieben Geht schlafen Viel Spaß noch Danke dir Und äh Schlaf gut Und ja Freut mich dass du dabei warst Grüße mich bin neu Oh nein warte wer war das Ich wollte ich Es geht so schnell Warte Da NR2 Also wahrscheinlich Number 2 Oh mein Gott Leute Ihr schreibt so viel Ich kann kaum die Namen lesen Weil wenn ich die Nachricht lese Von jemandem Dann Dann Ist Ist schon Der Chat so weggespampt Dass ich einfach nicht mehr Seinen Namen lesen kann Heftig Grüße gehen raus Leute Suchst du noch Designer Ähm Ich weiß nicht Wenn man sich bei mir Als quasi Designer Bewerben will Dann muss man einfach Kann man einfach gerne Ein Banner oder Ein Thumbnail Äh An mich schicken Einfach auf Twitter AdSnox Äh Oder auf Instagram Heiß ich auch Snox Ähm Gerne Gerne mal schicken Dann schaue ich mir das an Und ja Dann Äh Wenn ich Interesse habe Dann melde ich mich gerne Oder like Also Wenn ihr mir Zum Beispiel Artworks Oder so auf Twitter schickt Dann Like ich dich natürlich auch immer So Dann werde ich jetzt jetzt Ne Lea Wirst du nicht Keine Sorge Leute Lea hat hier die Coolen Äh Emotes im Chat gemacht Lea die kannst du ja mal Posten Sie hat die Oh nein Das wird so bitter Ich hab Was machst du Was machst du Was war das für eine Taktik What the fuck Muss man nicht verstehen Wie viele First Aid sind das Eins Okay Also ob du schon 82.000 hast Wie schnell Ja Es ist insane Leute Unglaublich krass Wie viele Abos Hier immer dazu kommen Leute Freut mich riesig Wie viele neue Leute Immer dazu kommen Leute schreibt mal rein Wenn ihr heute neu seid Wenn ihr heute neu seid Also quasi gerade erst auf dem Kanal Oh Bin neu hier und bist direkt Mein Lieblings YouTuber Kickspace Danke dir Alter mega cool Ähm Dann schreibt mal rein Wenn ihr neu seid Dann schreibt mal Hashtag neu rein Wenn ihr gerade erst quasi Heute zum ersten Mal Hier auf dem live stream Auf meinem Kanal seid Und gerade abonniert habt Dann schreibt mal Hashtag neu als neue Abonnent Und Hashtag alt Wenn ihr Lange dabei seid Hier die Leute Die Leute die schon länger dabei sind Wissen natürlich schon Was sie machen müssen Ich hab alle schon Hashtag alt rein Sehr verdammt viele neue Leute Herzlich willkommen Freut mich mega Ich muss ganz kurz Autorun machen Und kurz gucken Und zwar hatte Äh I'm it's all good 1,50 Euro Der Leute hat geschrieben Hi Hey Herzlich willkommen Danke für deine Donation Oh falscher Chat will ja groß machen Alter wie viele neue Leute dabei sind Herzlich willkommen Auf Stream Leute Freut mich mega So let's go Richtig krass Wie viele neue Leute dabei sind Herzlich willkommen Da 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 Das ist der Meteor Leute Ich geh mal so Richtung Salty Valentin Ich grüße dich Und With my skill Grüße gehen raus Und danke Leo Di Marco Freut mich sehr One song Sei gegrüßt Und Noah133 Grüße gehen raus Und Paulinator Und Best Gamer 3000 Und hey Queen Maxi Willkommen Willkommen Stream Freut mich Dass ihr alle da seid Leute Herzlich willkommen Hast du meinen Auslandsjahr gemacht Nein Leider nicht Aber Ich könnte es mir echt vorstellen Weil Ich finde Ist eine coole Erfahrung Auf jeden Fall Also von jedem Mit dem ich weiter drüber geredet habe Der das gemacht hat Fand das mega cool Und Ich glaube Hier ist wirklich jemand drin Ich war mir erst nicht sicher Ob ich einen gesehen habe Keine Falle Grüße gehen raus Grüße gehen raus Steepst doch oft mal auf Twitch Aktuell nicht Aber ich habe zwar Twitch Also ich heiße da Snogs auf Twitch Aber Aktuell stehe ich da noch nicht Ich weiß nicht Vielleicht stehe ich mich mal Irgendwann auf Twitch Vielleicht auch gleichzeitig Aber ich glaube ich werde immer Weiterhin auf YouTube streamen Also Wenn dann werde ich eher so Restream machen Das heißt also Da kann man auf Twitch Und auf YouTube Gleichzeitig streamen Mal schauen Könnte mir natürlich auch gerne Auf Twitch folgen Kannst du mich grüßen Äh Math Ich grüße dich Kommt der Rahmenskin wieder Ja Der wird bestimmt wieder reinkommen Also Der wird ganz ganz bestimmt Wieder in den Shop kommen Wann kommt der Shop Um 2 Uhr Kommt der neue Shop heute wieder Kannst du mich grüßen Bist voll korrekt Danke Mr. Gameplay ist nur 5 Grüße gehen raus Und Grüße auch an Niklas Beziehungsweise Space HD Geht schlaf gute Nacht Nikko Gute Nacht Schlaf gut Danke dass du dabei warst Ist einfach richtig cool Wie viele Leute hier Jeden Abend dabei sind Freut mich sehr Kannst du mich grüßen Oh Leute Wichtig Neo Und Mustiwacht Und Kamu Reksun 300 Grüße gehen raus Und Fortnite Battle Ja Und Äh Oh das sind zu viele Madness Ich kann gar nicht Namen lesen Es ist so Ich schreibe so viel Dass ich gar nicht Namen lesen kann So schnell Oh mein Gott Herzlich willkommen An den einzelnen Zum Beispiel Lukas Sackmeister Grüße gehen raus Ah ich höre mir erst Hallo Danke Leute noch zwei Abos Zu den 83.000 Falls hier jemand von euch Noch nicht abonniert hat Und Euch mein Content gefällt Und ihr gerne so Streams Seht Wollt Ich streame jeden Abend Um 23 Uhr Aber auch am Nachmittag Und bei mir kommen jeden Tag Ein bis zwei Videos Wenn ihr Bock habt Lasst natürlich sehr sehr gerne Ein Abo Da würde mich mega supporten Oh nein Vielen vielen Dank Wir haben die 83.000 Du hast all mein Herz Im Chat da Für die Community Ich fahre hier auf Bäume Obwohl ich schon Fullstack Holz bin Das ist so eine Reaktion Riesiges Danke an jeden Einzelnen von euch Nice das Stream Danke Tristan Hoffe es gefällt euch Ich habe immer mega Spaß Am Streamen Ist einfach Ist einfach cool Ich finde auch Ich mache deswegen auch So gerne Livestreams Weil es ein bisschen Persönlicher ist als Videos Also Videos Klar kann man Sage ich mal Coole Sachen vorbereiten Und aufwendige Sachen machen Wie zum Beispiel Jetzt irgendwie Wenn ich du wäre In Fortnite oder so Wo man dann noch Zuschauerfragen vorher raussucht Und Teil so Gemeinden Dinge Sich überlegt Die man sich gegenseitig stellt So das braucht ein bisschen Vorbereitung Und dann kann man Coole Videos machen Aber gerade beim Stream Ist einfach So diese direkte Interaktion Mit den Zuschauern Einfach das Geilste Wie bekommt man den Rucksack Den kann man sich gerade Gratis im Shop abholen Einfach Fortnite starten In den Shop gehen Und dann kannst du den holen Oh und es kamen gerade Zwei Donations rein Ich setze mich mal hier Ganz neak in den Busch Ich werde dich fertig Ich werde dich fertig Aber ich will kurz Die Donations vorlesen Nämlich von Janis einmal Er hat zwei Oh Ich hab dich mal auf Insta Angeschrieben Aber du wirst mich Du wirst mich erkennen Okay Alles klar Ja ich muss mal unbedingt Auf meine Instagram Nachrichten Antworten Weil ganz ganz viele Leute Schreiben mir auf Instagram Da heiße ich auch Snox Könnt gerne mal vorbeischauen Ähm Ja aber Ich muss unbedingt mal antworten Ich hatte so viele Nachrichten bekommen Und ich wurde gehackt Hat ein Euro Und er hat da geschrieben Hey bin seit Äh Erst gestern dabei Aber ich finde ich voll cool Und hoffentlich bekommst du heute Noch die 83.000 voll Ja haben wir gerade geschafft ey What the fuck Mega krass Leute Riesiges Danke an euch alle Riesiges Danke Kannst du mich grüßen Kompi Ich grüße dich Luka danke dir Bis zurück Live Transplatz 9 ey Leute Riesiges Danke Richtig cool Lasst gerne ein Like da Wenn es euch gefällt Weil Jeder Like hilft halt hier Den Stream besser zu ranken Auf YouTube Also jeder Daumen nach oben Macht quasi dass der Dass der Stream besser platziert wird Und da oben ist jemand hochgelaufen Kommt die Tomate oder Alien Heißt ja ich Ich finde beide cool Ich finde auch den Dino Skin cool Das ist quasi der Rex Skin In weiblich So 10600 Likes schon Leute Mega krass Vielen vielen Dank Only Blau Challenge Ja Leute Only Blau Challenge Mach ich jetzt einfach so Beide Nebenbei Oh ich hätte gerne MG Nails Aber ich Kann ich gar nicht mitnehmen Okay Only Blau Challenge Ist vorbei Die haben wir Ganz schön zerstört ey Ich hab mir jetzt ein bisschen leid So Aber ich bin immer noch Fullstack Und ich Warte Gibt's irgendwas aus Metall So warte ich will Ah ne Ich schaff's nicht Komplett Metall Fullstack zu werden Egal Nicht so wichtig Denn das sie ist bestimmt noch jemand Neue Granate Ja Leute Hier gab's die neue Granate Aber ich wollte's jetzt mal nicht mitnehmen Wie findet ihr die Die neue Granate Schreibt mal Top oder Flop rein Ich find's nicht ganz cool Ich kann's nicht mal kurz nehmen Einfach außerhalb der Bolle Ich find sie ganz cool Aber ich find sie nicht so praktisch Also Weiß nicht Ich hab lieber halt Einen Raketenwerfer jetzt im Inventar Ich find sie mega cool Also ich find sie top Aber ich find sie Ich nehm sie zu selten mit So Quasi Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Der Damage Ja ich bin so stark Leute Gott oder Gott Puh Erstmal schnell hier So es lebt nur noch einer Das war der Noob da hinten Obwohl wenn ich jetzt Noob sage Ich werde gleich durch den getötet Ich werde gleich durch den getötet Woher kommst du? Ich komme aus Berlin Und so Leute Dass ich gerade ein bisschen weniger Auf den Schritt achte Ich versuche nochmal für euch Das Endgame hier zu gewinnen Selbstverständlich Ähm Also wundert euch nicht Warum ich im Endgame So ein bisschen konzentrierter bin Oh nein Nein Oh Das ist eigentlich nur das hier Wuhh Leute Lasst mal alle einen Gigi da Mega nice Oh Nico hat Zwei Euro Donate geschrieben Bester Game Ever Danke dir Und Leon hat nochmal Zwei Schweizer Falken Toilette Okay Bester YouTube Und weiter So Spenden später nochmal Danke dir Vielen vielen Dank Leute Für euren heftigen Support hier Alter wie viele Leute Da sind Tausend 900 Zuschauer Herzlich Willkommen Und ich zeige natürlich jetzt Auch den neuen Shop hier Äh Herzlich Willkommen Leute Wenn es euch gefällt Lasst natürlich gerne ein Abo da Wird mich mega supporten Wenn ihr gerne mehr so Late Night Streams sehen wollt Oder auch generell streamst Ich streame auch im Nachmittag Äh Wird mich mega freuen Über Ich freu mich über Jedes Abo Jedes Abo So Und Leute Wenn ihr keine Streams mehr verpassen wollt Weil gerade fragen auch viele Leute Ob wir mal wieder Zuschauerrunden machen Ich werde jetzt die Tage wieder Communityrunden machen Heißt also mit Zuschauer zocken Und Aktiviert dann gerne unten die Glocke Neben dem Neben dem Abo-Button Rechts Leder neben glaube ich Ist diese kleine Glocke Klickt gerne drauf Dann bekommt ihr mal eine Benachrichtigung Dann seid ihr auch immer die Ersten In den Communityrunden Und habt halt eine größere Chance Mitzuspielen Wie kann man Private Matches spielen Ich glaube das ist aktuell nur eine Funktion Für äh Für äh Ganz ganz Große Oder gepartnerte Leute Bei Fortnite Aber mal gucken Vielleicht können wir es auch immer machen Ich habe schon so viele Ideen dafür Die wir mit der Community zusammen machen Ich habe so viele Ideen Für Für geile Communityrunden Was wir dann machen Soweit es Private Server gibt Grüße bitte Creeper Äh Creepiger Grüße gehen raus Ich bin angestupst Äh Dann kommst du Ich schreib mal Äh Spiele Noch ein paar Runden Solo Ups Egal So Leute Ich zeige natürlich weiter hier Zack Play Ich muss ein bisschen meine Solo Äh Winrate erhöhen Zeig mal deine Siege hier Leute Karriere Profil Also ich habe fast gar keinen Äh Solo gespielt Aber eine Winrate im Squad Ist eigentlich ganz nice Und warte ich wollte gerade den Shop Noch mal kurz zeigen Leute Eine Stunde 38 noch Kannst du mich grüßen Ist Wetsi Ich grüße dich Herzlich willkommen im Stream An jeden Einzelnen So Zack Dave Kastenmann Grüße gehen raus Und an Raven Max Herzlich willkommen Ich war letzte Woche in Berlin Hashtag Schweiz Uh Dodo Nice Ja Leute Ich komme aus Berlin Gibt es hier noch andere Berliner unter euch Hey Hey Fabi Willkommen Wo in Berlin Wohne auch in Berlin Flip Sente Äh Ich wohne eher im Süden Von Berlin Spiel zwar Rette die Welt Bisher noch nicht Also ich habe Äh Mir Rette die Welt Videos schon mal angeschaut Find es auch echt cool Aber irgendwie habe ich aktuell nicht die Zeit dazu Das zu spielen Bin die ganze Zeit nur am Arbeiten oder Mit Freunden was machen Oder halt jetzt hier YouTube machen YouTube Videos machen YouTube streamen Das nimmt ja jeden Tag so viel Zeit ein Also daher Uh ganz viele Berliner hier Leute wer von euch spielt Und rette die Welt Schreibt mal Hashtag rette die Welt Wenn ihr Rette die Welt habt Und es auch Äh Schon spielt Habt nur 82 Wins Wieso nur 82 Ist doch Ist doch schon okay Nur 82 Es gibt Leute Die haben noch gar kein Bild Und die fühlen sich Über die Hütte Freuen Ist immer relativ Leute Ist immer relativ Kennst du fix Persönlich Ja Schon auf der Gamescom Und so getroffen Hätte ganz viele Leute Oh ganz viele Leute Haben schon die Welt Gespielt Guck mal dass einer Außerhalb gelandet Es tut ein bisschen leid Für ihn jetzt Aber Man muss die Leute Das ist ja Das Ziel des Spiels Ich hab immer noch Ein Ohrwurm Aber schreibt mal rein Wie viele Wins ihr aktuell habt Wenn ihr das wisst Ihr könnt es auf der Seite FortniteTracker.com Könnt ihr es übrigens nachschauen Da stehen eure Gesamtwins Auf der rechten Seite unten Schreibt es dann mal gerne In die Kommentare 9, 8, 200 0, 31, 9, 180 94, 251, 64 Uh und Danke an Warte ich stelle mich Mal kurz in Sicherheit Hier Bevor ich wieder gesnipe werde Ähm Die nächste nochmal Danke nochmal Für dich An dich Und äh Dave hatte Uh Dave hatte Ein Euro Donated Ähm Hatte geschrieben Wie bist du eigentlich Auf den Nutzer am Snogs gekommen Äh Finde ihn simpel und einprägsam Äh Weiß ich nicht einfach Da hab mir jetzt viel überlegt Und immer drauf gekommen Äh Hast du vergessen Ah ja Jetzt hab ich sie natürlich gemacht Dave Sorry nochmal Danke nochmal Danke nochmal für deine 2 Euro Jetzt Und ich wurde gehackt Dann nochmal ein Euro Donated Ich spende heute öfters noch HGW zu den 100 Leveln Kannst du mich grüßen Dann können wir vielleicht mal zusammen zocken Wäre nice Äh Zusammen zocken In Community Runden sehr gern Und äh Grüße gehen natürlich raus an dich Ich wurde gehackt Grüße gehen raus So Was ist im Shop Der neue Shop kommt erst um 2 Uhr Also jetzt noch drin Was quasi den ganzen Tag drin war Aber ich zeige den neuen Shop Natürlich nach Äh Den Shop nach jeder Runde Und den neuen Shop dann natürlich nachher Bitte grüß mich Lisa ich grüße dich Willkommen im Stream Zack Zack Ich komm wieder nicht hoch Ich hasse es Ich hasse diesen Sprung Warum bin ich gerade so doof Diesen Sprung zu machen Er ist so einfach So Schackt Nice Äh Ich glaub ich nochmal das hier Ich würde gern spenden Aber darf ich Alles gut Leute Ihr müsst nicht spenden Vielen vielen Dank Für eure ganze Unterstützung So Ich würde sagen Wir gehen uns jetzt mal ein paar Leute holen Oder wir sterben selber Wir werden wir gleich sehen Uh Triox hat einen Euro gespendet Hey bin auch wieder dabei Wollte mal fragen Ob du nicht ohne Einen Scheidkreiskiller Skin nehmen könntest Äh Na klar Kann ich gern machen Viel Spaß beim Streamen Danke dir Und ja Viel Spaß beim Zuschauen Hoffe es gefällt dir Danke für deine Unterstützung Bin neu hier richtig Äh Ah Danke dir Shop Ja Leute Ich zeig dir den Shop Natürlich gleich Hey Das ist noch jemand Oh der ist zu unten irgendwo Oh nein Das ist noch jemand Doktor Und ich hab keine Materials mehr Schnell Schnell Materials holen Ja ich hab dich gesehen Mein Freund Ich hab dich gesehen Aber ich hab keine Materials Puh es läuft wieder gut Leute Es läuft halt richtig gut Oh Gott ey So Ah ich würde mir hier noch den Die Items holen Ah zack Ich hab ein Orbum Immer noch Und ich sag das jedes Mal Ich weiß Hat wer Xbox oder PC Leute schreibt mal rein Auf welcher Plattform ihr Fortnite spielt Also Playstation Xbox Handy PC Schreibt es mal rein in die Kommentare Tschüss Simon Schlaf gut PS4 PC PS4 PS4 Oh es sind richtig viele PS4 Spieler dabei Aber es ist ja noch mal mehr Xbox Spieler Hab ich das Gefühl Hey Willkommen Leute PS4 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 Halt wie viele PS4 Spieler hier sind Herzlich Willkommen Mega nice Mega nice Leute Ich muss mal loslaufen Rennen Schnell Da 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 Schnell mal einen Schluck trinken Oh nein da schießt jemand Oder Alter wie viele Leute auf PS4 spielen Ich wurde gehackt Und nochmal einen Euro gespendet Ich hab jetzt noch einen Euro gleich Sonst werde ich weiter spenden Aber ich hab die Anderen fünf Euro Warte Ich muss das auf dem Dingster sehen Für das Startupack Erfordert aus Oh alles gut Gar kein Problem ey Muss man auch gar nichts spenden Freut mich aber riesig Dass du überhaupt was spendest Also riesiges Danke erstmal Wo ist der Typ Erst mich anschließen Und dann sich verstecken Oder wie Hä Muss ich nicht verstehen Hä Was ist das für ein Spieler Und ja Ich würde gerne danke nochmal Für deine Spende So Ich muss mal wieder den Chat hier Groß auf meinen So Ich hab heute Geburtstag Uh alles Gute zum Geburtstag Leute An jedes Geburtstagskind hier Alles alles Gute Hoffe ihr habt einen schönen Tag Und Lasst euch schön feiern Oh da liegen so viele Items Hey Oh das war so gemein Ich wollte extra noch so ein bisschen warten Das war schon für mich fies So Kannst du mich grüßen Heißt Jan Jan ich grüße dich Hab meinen Arm gebrochen Oh Bad Royale Gute Besserung Hoffe es ist kein Kein schlimmer Bruch Und Äh Hoffe natürlich dass du dich Schnell wieder erholst Ich hab mir auch schon mal den Arm gebrochen Nicht schön Leute Nicht schön Mag deine Stimme Danke dir Oh nein Puh Leute, ich ignoriere niemanden. Ich versuche hier auf alles einzugehen, aber zum Beispiel in so einer Situation kann ich ja nicht wirklich weit auf den Chat schauen. Also ja, ich versuche so häufig wie möglich wirklich in den Chat zu gucken und so viel Kommunikation wie möglich zu haben. Puh. Das war gerade mal kurze Schrecksekunde. Puh, kannst du mich grüßen? Taifun, ich grüße dich. Bringst du mal Merch? Vielleicht irgendwann. Vielleicht so als 100.000 Abos Special irgendwann mal. Mal gucken. Kennst du Spandau? Ich wohne nämlich da. Ja, klar. Kennst du Spandau? Selbstverständlich. Ich muss leider die Materials verschwenden, damit ich in die Border komme. So, jetzt kann ich wieder ein bisschen farmen. Kannst du mich grüßen? Ich bin neu. König Simon. Hey, herzlich willkommen. Und ja, freut mich sehr, dass du da bist. Generell herzlich willkommen an alle neuen Leute. Freut mich sehr, dass ihr alle da seid. Natürlich auch an alle alten Leute, die schon wieder dabei sind. Generell, grüße, grüße an jeden Einzelnen. Freut mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im Stream. Ich liebe deine Streams. Danke für ihr redet. Freut mich sehr. Hab mir im Schiegelob mein Knie verdreht. Noch vier Wochen Schiene. Oh, Verbesserung. Generell an jeden, dem es nicht so gut geht, wünsche ich gute Besserung. Oh ja, da ist jemand. Was macht der? Alter! Weeboy! What the fuck? Weeboy hat einfach 21,99 Euro rausgehauen. Warte, ich muss mich ganz kurz hinstellen. Weeboy hat einfach 21,99 Euro rausgehauen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. So. Jetzt. Und, äh, hat geschrieben, hey, kannst du meine FA nehmen? Luca, ab. Und kann ich später mitzucken. Heute mache ich leider keine Community-Runden. In den Community-Runden sehr gerne. Und ich denke, ich werde auch mal ab und zu so Donator-Runden machen, wo ich ein bisschen mit Donatern spiele. Heute aber leider erst mal noch nicht. Es wird meistens dann in den Nachmittags-Dreams sein. Die Abends-Dreams, äh, mache ich eher seltener gerade Community-Runden. Aber ja, mega krass, ey. Der riesigste, Leute. Lass mal ein Hashtag-Ehre-Mann für den lieben Reeboy da. Riesiges, riesiges Dank an dich. Echt heftig. Und lass dein allerlei Herz für ihn da. Richtig krass, danke dir. Und ja, Luca, ab heißt okay. Mehr dich bemerken. Richtig krass, ey. Wahrscheinlich erst doch Luca, dann grüße gehen raus an dich. Ehre, Mann. Oh, da hinten läuft er. Ich laufe ihm hinterher. Mal gucken, wie lange ich ihm hinterher laufen kann, bis er mich bemerkt. Oh, ich glaube, er hat mich gesehen. Er hat, er hat... Oh, ich hätte vorgeschießen müssen. Egal. Da, 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 da. Kannst du mich grüßen, ey? Ehle, Fertrios, grüße gehen raus. Langsam geht mir aber der... Dings da aus. Das Shield. Bin auch, du nicht. Der R-Q ist noch, das stimmt. So. So, zack und zack. So. Let's go. Machst du heute noch Abo zocken? Heute eher nicht, aber die Tage auf jeden Fall. Also Leute, aktiviert gerne die Glocke, wenn ihr beim Abo zocken, also Zuschauer zocken, dabei sein wollt, wenn wir Community-Rund machen. Würde mich sehr, sehr freuen. Kannst du mich grüßen. Patrick, ich grüße dich. und Niklas und a.k. Jonas. Hey. Klar, Jonas kenne ich dich noch. Kannst du mich grüßen, Ismael? Ich grüße dich. Ah, ich habe den Raketenwerf vergessen, Leute. Ah, nur noch RPG. Verdammt, Leute, ja. Ihr habt recht. Facepalm. Verdammt. Da war ein RPG. Ich weiß, Leute, ich weiß. Es tut so weh. Ich habe ihn liegen lassen. Das ist, weil ich... Oh nein, da möchte ich mich nicht ein. Oh nein, da ist auch jemand. Oh nee. Oh nee. Ups. Clever. Ich habe dich gesehen. Ich habe ihn. Jetzt ist die Frage, mit RPG wäre es halt viel einfacher, das Endgame. Mit RPG ist einfach das stärkste Item im Game. Also, ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr denkt, was die stärkste Waffe im Game ist. Aber, ich glaube, wenn man mit dem RPG ein bisschen spielen kann und weiß, wie man baut, dann ist der RPG einfach wirklich das stärkste Item im Game. weil man kann, wenn man clever sich positioniert, kann man endlos oft schießen bis den Gegner ein. Bei der Rocket Launcher ist es echt so, so stark. Sniper ist schon echt stark, das stimmt, die... Da... Hey, wo ist der hin? Er war doch eben hier. Oh Gott, ich habe keine Materials mehr. Geil, ich darf erst mal farmen. Ich darf erst mal hier jetzt kurz ein bisschen farmen gehen. Ich wurde gehackt. Ich lese deine Spende gleich vor, so dass jetzt meine letzte Spende wäre, sobald du meine Spende kannst du mich dann mal... Warte, ich lese das gleich dann gesamt vor. Ich muss leider erst mal ganz kurz hier ein bisschen Materialien farmen fürs Endgame und dann sobald das Game vorbei ist, lese ich dann hier die Nächstes Anfuhr. Ich verdanke dir schon mal dafür. So. Der läuft ja. Warum auch immer, dass kein... Hit war der erste? Jetzt hätte ich... Jetzt will ich den Raketenwerfer haben. Das wäre so ein... Ja, sieh, sieh! Das meine ich. Ach, komm. Hätte ich den Raketenwerfer gehabt, Mann! Und er hat so wenig HP. Leute, 17 HP hat er. So ein Mist. Scheiße, alle mal hashtag rip in den Chat. Oh, der Raketenwerfer ist so strong. Er ist so strong. Das hätte ich easy gewonnen. Shop please. Ja, klar, Leute. Oh, eine Runde Mitleid, Leute, eine Runde Mitleid. Hab heute Konfirmation. Uh, nice. Hier ist der Shop von heute. Und danke an jeden Einzelnen, der gerade abonniert hat. Volke Nebel zum Beispiel. Danke dir. Danke für dein Abo. Ich versuche auch wieder, die ganzen Abonnenten hier vorzulesen. Euer Name wird auch oben links natürlich angezeigt, wenn ihr abonniert. Also, ja. Steht natürlich immer da, wenn ihr es eingestellt habt auf YouTube. Kannst mich grüßen. Nox, Herr Q. Grüße gehen raus. Und, äh, ich lese ganz kurz die Donation vor. Und zwar hatte, ich wurde gehackt noch geschrieben, ähm, und vorlesen hast du leider nicht noch mal bester Mann. Hi, äh, ich bin's wieder. Ich finde dich auch voll cool und könnte, vielleicht morgen mein TS wäre auch voll cool. Äh, viel Spaß am Steam und Spiele Fortnite über PC. Äh, tut mir leid, ich, äh, werde die nächsten Tage erstmal nicht so viel Zeit haben. Ich komme jetzt schon kaum hinterher. Äh, aber ja, in den Zuschauerrunden sehr, sehr gerne dann natürlich. Äh, und riesiges Danke, äh, für deine Donation. Danke für deinen Support. Kannst du mich grüßen? Sir Birat, Grüße gehen raus. Und, D-Tracks HD und Lefty, danke für dein Abo. Kannst du meinen Kumpel Raphael grüßen? Grüße gehen raus an Raphael und auch an Carlo und an, äh, gucken, was ist Luftgitarre? Das ist ein neuer Emote hier. Ich kann ihn mal kurz zeigen. Ich finde ihn ganz cool. So, wir machen mal. Aber ich muss mal die Einstellung machen, dass es auch, äh, Sound und im Hintergrund erlauben anwenden. So. Schon viel besser. Das ist so nervig, wenn das nämlich nicht, nicht an ist. So, zurück und play. Kannst du mich grüßen? Ja, ich, ich spiele gleich, äh, noch mit Jesse. Ich will noch ein paar Solo machen und dann gehe ich rüber zu den beiden. Hey, kannst du mich grüßen? Killer Mo, Grüße gehen raus. Und Red Bullshit, Grüße gehen raus. Herzlich willkommen. Bist voll korrekt. Danke, Patrick. Oh, da hat jemanden über dieses Denzel-Lobby. Kannst du mich grüßen? Der Zocker ist wieder da. Herzlich willkommen im Stream. Und ich grüße Momet und Sibirat und Benoit, bist voll cool. Danke, äh, Achie, 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 wie auch immer. Grüße gehen raus. So. Ich kann ganz was hier hin. Wann kommt der neue Shop? Um zwei Uhr, also in einer Stunde und 18 Minuten kommt der neue Shop raus. Kannst du mich grüßen? Mr. Gamer 777, ich grüße dich. Und Reboy hat nochmal 2,29 Euro donatet. Geschrieben, kannst du meinen FA noch annehmen nach der Runde? Äh, überlege ich mir noch, ich will nämlich nicht von, äh, eigentlich will ich nicht mehr so viele FAs annehmen. Es ist ein bisschen, äh, viele dann am Ende. Also, in den Community-Runden sehr gern, aber ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das genau mache, weil, äh, ich möchte nicht, dass sich die Leute halt wie, in GTA so einkaufen. Mal schauen, wie ich das mache. Aber, genau, ich hoffe, du hast mir eine geschickt. Luca Up war, glaube ich, dein, dein, äh, Game-Name, ne? Dann schaue ich gleich mal. Kennst du mich noch, Chris, Chris, äh, Willeins, ja klar, kennst du mich noch? Kannst du mich grüßen? Vic Musics. Grüße gehen raus. Da unten war noch was Grünes, genau. So, das sieht doch schon mal nach ganz gutem Equipment aus. Chiller LP, klar, kenn ich dich noch. Herzlich willkommen im Stream. Kannst du mich grüßen? Leckerer Kuchen. Grüße gehen raus. Oh, ein Jump-Pad, nice. Ich freue mich immer, wenn ich ein Jump-Pad finde. Hm, hier unten. Hey, kannst du mich grüßen? Bin jeden Livestream dabei? Hey, Grüße gehen raus. Äh, an Gamer-Timer. Willkommen im Stream. Hm, 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 heute, leider, hier stehen gerade relativ wenig Kisten. Kannst du meinen Freund Alex grüßen? Grüße gehen raus, an Alex. Oh mein Gott, Reboi übertreibt nicht. Er hat einfach 16,99 Euro donated. Alter. Reboi, was zur Hölle? Vielen, vielen Dank für deine Donation. Heftig. Lass alle mal ein Herz für den lieben Reboi da. Er hat geschrieben, geh jetzt einen Film schauen, bis später. Riesiges Danke, Vielen, vielen Dank für deinen Support. Lass mal alle ein Herz für ihn da. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim, beim Film schauen. Und, ja, hoffe man sieht dich vielleicht später nochmal. Ja, mega heftig. Riesiges Danke an dich, Reboi. Danke für deinen Support. Kannst mich grüßen? Mr. Gamer, ich grüße dich. Wie lange geht das noch? Ah, ich werde auf jeden Fall noch bis mindestens, äh, so halb drei oder so streamen, also, das Stream geht noch ein bisschen. Kannst mich grüßen? Damien, ich grüße dich. Und, Telgos, grüße gehen raus. Und, Bluelight Max hat nochmal geschrieben, er hat einen Euro-Tonet geschrieben. Abonniert es noch? Spam in den Chat. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken. Äh, Herzensspam in den Chat. PS, grüß mich. Please heiße Max, grüße gehen raus. Hat dich Max, danke dir. Und, kannst du mal F annehmen? Heiße Ingame, Bluelight Max. Kann ich gleich mal schauen, ähm, wie ich das, ich muss mir noch überlegen, wie ich das genau mit den, mit den FAs mache, dass ich ein paar davon annehme. Muss ich mal schauen. Kennst du mich noch? Bin immer öfter dabei. Schatten Gamer, ja. Kenn ich. Herzlich Willkommen. Kannst mich grüßen, bis seit drei Grad bei Henry. Grüße gehen raus. Grüße mal bitte Eleven. Grüße gehen raus. Herzlich Willkommen. Reba hat noch mal 2,29 Euro geschrieben. Danke, plus Hashtag bester YouTuber Aid. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Mir fällt auf, ich habe schon ewig kein Lama mehr gefunden. Leute, habt ihr in der letzten Zeit ein Lama gefunden? Ich habe in den letzten drei Tagen kein einziges Lama gesehen. Hat jemand von euch, Leute, schreibt mal rein, wenn ihr einen Lama in den letzten drei Tagen gesehen habt. Habt ihr in den letzten drei Tagen einen Lama gefunden? Ja, heute, okay. Anscheinend habe ich einfach nur Pech. Ja, vorhin, schreiben Leute. Ja, ja. Dann habe ich einfach nur Pech. Wie gemein. Neunter Platz in Live-Trends. Mega, Leute. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Unterstützung. Wenn es euch gefällt, lasst natürlich sehr, sehr gerne ein Like da. Wird mich mega unterstützen. Jeder Like hilft dir. Ist irgendwie vor selten geworden. Ja, ich weiß auch nicht, ob die die Seltenheit das Lamas einfach angepasst haben. Zack. Ähm. Ne, ich habe auch keine Lama gefunden. Also, ich glaube, es gibt die wahrscheinlich noch, aber es sind einfach heute vier Lamas. Alles klar. Ich meine, ich habe ja nur vorhin schon gestreamt, drei Stunden und noch selber aufgenommen und gespielt und jetzt schon wieder zwei Stunden gleich. Aber du findest einfach vier, während ich kein einziges finde. Okay. Ist voll fair. Hey, kannst mich grüßen bei Marvin TV. Grüße gehen raus. an den Skins. Und, äh, und, äh, ich möchte nochmal, oh, der Schildgeistkiller, ja bitte, Leute, erinnert mich alle nach der Runde daran, den Skin zu ändern. Werde ich, äh, ich muss unbedingt dran denken, Leute. Erinnert mich bitte daran, dass ich den Schildgeistkiller-Skin reinmachen will. Danke, 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 trägst du deine Donation. Und Junior TM TV hat nochmal 2,29 Euro Donater geschrieben. Äh, das ist ein sehr cooler Streamer. Äh, Hashtag Glocke Aktiv Junior Tim. Ey, Junior Tim, Grüße gehen raus an dich und vielen, vielen Dank für deinen Support. Kennst du mich noch? Franz Schubert? Ja. Herzlich willkommen im Stream. Und, Kings the Gamer, Grüße gehen raus. Fühl dich gerüst. Das reicht. Da, sorry, wenn ich deine Nachricht, äh, nicht gelesen habe. Es kommen so viele Nachrichten gerade immer in den Chat. Es ist schwer, die alle zu lesen und gleichzeitig noch, äh, auf den, aufs Gameplay zu achten, weil ich will ja natürlich hier auch gut für euch spielen und nicht die ganze Zeit nur gegen die Bäume rennen. Wir lagen noch bis zum neuen Shop. Äh, eine Stunde und zehn Minuten. Snogs grüße ich jeden, voll korrekt. Ja, ich versuche einfach, so viele wie möglich zu grüßen. Das ist, nicht immer ganz möglich. Weil einfach so viele Leute hier schreiben. Äh, in einer Sekunde, oder in, während ich eine Nachricht vorlese, wurden schon wieder 30 weitere geschrieben. Von daher, äh, es ist quasi unmöglich, alles zweimal zu sehen. Aber ich gebe mir größte Mühe, um möglichst vier auf den Chat einzugehen. Ich hoffe, man merkt es auch. Wie alt bist du? Ich bin 22. Kannst du mich bitte grüßen? Black Sniper, grüße gehen raus. Und, Simit, ich grüße dich. Schau dich immer aus dem Bett aus. Franz, nice. Ja, Leute, jeden Tag later zu schwimmen. Auch in der Woche natürlich. Ähm, und in der Woche kommen wir jetzt immer ab, äh, 6 Uhr morgens. Leute, da kommt jeden Morgen, äh, nochmal eine kurze Shop-Vorstellung. Das heißt also, äh, ich denke, das ist jetzt für die meisten hier nicht so relevant, wenn ihr halt immer abends, äh, spät da seid. Allerdings, falls ihr mal einen Tag zum Beispiel abends nicht zuschauen könnt, hier, ich stream ja jeden Tag ab 23 Uhr bis zum neuen Shop, und zeige ihn dann. Ähm, aber falls ihr mal einen Tag nicht zuschauen könnt, könnt ihr auch gerne morgens immer das Video schauen, denn ich mache jetzt ab sofort jeden Morgen um 6 Uhr ein Video mit dem neuen Shop. Also, ich zeige dann immer kurz den neuen Shop, was drin ist. Ganz kurzes und knackiges Video. Ähm, ja, wenn es euch gefällt, schaut es euch gerne jeden Morgen um 6 Uhr an. Und, äh, Jutatm hat nochmal 99 Cent donated, ey, riesiges Danke. Danke für deinen Support. Kannst du mich eventuell grüßen? Muffy, ich grüße dich. Komm, ne, Bolt. Ah. Hey, wie geht's so? Flawless, mir geht's gut. Und, wie geht's euch? Alles gut bei euch, Leute? Uh, wir haben die 83.200 geknackt. Vielen, vielen lieben Dank. Echt heftig, ey, wie das wieder abgeht. Kannst du meinen Freund Noah grüßen? Ich grüße deinen Freund Noah. jetzt mal hier Gegner finden. So. Der echte Painter, da wohnt ihr. Danke dir. xx, 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 grüße gehen raus. Oh. Das, das sieht doch ganz schick aus. Oh, da ist er. Okay. Wie auch immer, das nicht getroffen hat. Auf welchen, äh, Skin freust du dich am meisten? Alien, Dino oder, ähm, ich glaube, auf den Alien Skin. Den fand ich persönlich am gutsten. mit diesem Fischkopf da. Ja. Sorry, mein Freund. Kannst du mich grüßen? Taco TV. Ich grüße dich. Herzlich willkommen im Stream. Und natürlich grüße an jeden Einzelnen hier, der gerade zuschaut. Und, äh, Junior Team hat nochmal 2,29 Euro Tonnate geschrieben. Äh, weil du so direkt bist. Oh, vielen, vielen lieben Dank. Voll dich mega. Und lass alle mal gerne ein Herz da. Und du gibst euch nochmal 5,49 Euro Tonnate geschrieben. Schau doch lieber, äh, deinen Stream weiter. Alter, mega, mega, mega riesiges Danke. Es ist mir eine Ehre. Es ist mir eine Ehre, für euch zu streamen. Und dass du meinen Stream einem Film vorziehst. Ich bin doch nur ein, ein dummer Streamer hier. Feiert einen Stream. Danke, Marc. Freut mich sehr, wenn es euch gefällt. Wie viele wins? Hast du über 300? Mellow und Lea sind immer da. Oh ja, das stimmt. So aktiv, ey. Danke auch nochmal an euch. Bin wieder da. Hey, Leo Di Marco. Komm. Feier dich. Hashtag Glock aktiv. Nice. Danke dir. Sox wohne in Berlin. Ja, Leute. Ich wohne in Berlin. RPG und Pumperloan. Danke. Das ist das, das ist das geil, Leute. Das ist geil an Livestreams. Äh, ihr seht Dinge, die ich nicht sehe. Weil ich die ganze Zeit in den Chat schaue, sehe ich halt einiges nicht. Und, äh, ja, das kompensiert ihr, indem ihr, mir das reinschreibt. Deswegen danke an jemanden, der hier so gut aufpasst und mir damit hilft. Ho, ho, ho. Komm, zeig dich. Nein. Mann. Ich war doch gerade im Battle. Ah, ich bin sowas für ein Tod. Ja. Ach, komm. Von der Seite, von der Seite so viel Damage bekommen. Unlucky. Und, äh, Weeboy. Alter, Weeboy. Ich muss nicht übertreiben. Er hat geschrieben, äh, er hat 10,99 Euro nochmal donated und ich kann nicht aus dem Game gehen. Wieso kann ich... Hallo? Warte, Weeboy, ich lese es gleich vor. Ich kann... Wieso geht nichts mehr? Hallo? Was ist jetzt bitte los? Oh, Mann. Sekunde, Sekunde, Leute. Schaltkreiskiller. Ja, Leute. Gut. Gut, dass ich mich dann hält. Ich muss ganz kurz gucken. Äh. Es sieht so aus, als wäre irgendwas... Ich weiß nicht was. Mal gucken. Stream lagged. Leute, lag der Stream gerade? Ich hoffe nicht. Wieso kann ich nichts anklicken? Mann. Leute, es ist so nervig. Was ist hier los? Ah. Es geht einfach nichts mehr. Ich komme nicht aus dem Game raus. Ah, drück Escape. Ja, es geht gerade gar nichts. Ja, ich weiß, dass es lagged. Hört ihr mich noch, Leute? Hier hört mich noch. Leute, kennt jemand den, den Command für den Taskmanager nochmal? Ich kann gerade nichts machen. Alt-F4. Nicht, weil das geht. Alt-F4 geht nicht, Leute. Hat jemand eine Idee? Standbild? Ja, ich kann nichts machen, Leute. Alt-STLG entfernen. Bringt nichts. Ach, Mann, Leute. Es ist so nervig. Bei mir, ich kann nichts drücken. Ach, Gott. STLG alt entfernen, STLG alt entfernen. Mal gucken. Ich kann, mal gucken, Taskmanager. Komm, bitte geh, bitte geh. Ja, es geht, es geht, es geht. Ich muss nichts machen. Mal gucken, bitte. Ja, es geht. Oh mein Gott. Perfekt. Ich war nur im Taskmanager drin und es ging alles wieder. Leute, wartet, wartet, wartet. Gleich geht es wieder. Mal gucken, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Geht wieder alles? Legt es noch bei euch, Leute? Geht alles? Schreibt mal rein, ob es bei euch wieder alles funktioniert. Ja, 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 nee, jo, nein, geht. Okay, kein Leg. Puh. Okay, ich habe gerade schon einen kurzen Herzinfarkt bekommen, aber freut mich, wenn es jetzt alles funktioniert. So. Puh. Okay, Leute, ähm, mega nice. danke, dass ihr alle noch da seid. Es freut mich, dass es jetzt wieder klappt. Ich hatte schon Angst, dass ich jetzt neu starten muss, alles. Darauf hätte ich jetzt keinen Bock gehabt, meinen PC und alles neu, äh, hochzufahren. Also danke an jeden Einzelnen, der mir hier gerade geholfen hat. Vor allen Dingen an Dom und Leon, jeden Einzelnen, der hier gerade Tipps gegeben hat. Danke euch. Ähm, okay, Leute, wir machen jetzt weiter. Ähm, ich wollte hier schnell den Skin ändern. Zum, was sollte ich nehmen? Ich sollte, welchen Skin wollte er haben, dass ich ihn nehme? Nein, Scheidkreiskiller, oder war das Scheidkreiskiller? Ja, Scheidkreiskiller. So. Ähm, ich wollte noch schnell die Donations vorlesen. Und zwar hatte Reboi geschrieben, er hatte 11 Euro Donate geschrieben, einen Film kann ich immer schauen, aber deinen Stream nicht, Road to 100k. nice. Vielen, vielen Dank. Danke für deinen Support, ey. Und UrGrannyTendi hat 1 Euro Donate geschrieben. Guten Abend, Leute. Guten Abend, willkommen im Stream. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Und, äh, ich werde jetzt noch ein, zwei Runden Solo streamen und dann werde ich, äh, mit Jesse und, äh, Dom spielen, wenn die Lust haben. Ich werde noch ein bisschen meine Solo-Winrate verbessern. So, zack. Hey, ist jetzt der neue Shop? Ne, der neue Shop kommt in 57 Minuten. Immer um 2 Uhr. Und lassen wir alle Hashtag eine Stunde da. Noch eine Stunde bis zum neuen Shop. Wie viele Wins hast du? Ich habe über 300 Wins. Kannst du mich bitte, 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 bitte grüßen? Mick Otto, ich grüße dich. Hashtag eine Stunde. Irgendwie habe ich leichte Legs. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe eigentlich nichts offen, was hier so krasse Legs veröffentlichen konnte. Wie auch immer. Ähm, wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Ich gehe mal nach. Low in die Lodge, da war ich ewig nicht mehr. Wie wird man besser? Üben, üben, üben. Und vor allen Dingen nicht nur, ich sehe ganz viele Leute, die das falsch machen. Die spielen einfach nur ganz viel. Ähm, und es geht nicht um die Menge, die ich spiele. Weil, äh, wenn ihr euch verbessern wollt, dann, das ist ein aktiver Vorgang. Ja, das ist ein bewusster Vorgang. Und einfach nur spielen, äh, bringt relativ wenig. Denn, ähm, es gibt ja diesen, diesen Spruch, äh, Erfahrung ist nichts, man kann seine Sache auch jahrelang falsch machen. Bedeutet, ihr könnt so viel spielen, wie ihr wollt, und wenn ihr nicht, wenn ihr dieselben Fehler immer und immer und immer und immer wieder macht, dann verbessert ihr euch ja nicht. Deswegen, äh, kann ich nur den Tipp geben, ähm, schaut euch viele Videos an. Es gibt extrem viele gute Tutorial-YouTuber. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Es gibt richtig gute. Ich kann euch mal gerne ein paar raussuchen und nächstes Mal, äh, ein paar zeigen, die ich da empfehlen kann. Ähm, die richtig gute Tutorials machen und euch zeigen, worauf es ankommt und wie ihr euch verbessert. Und, äh, das zum einen und zum anderen halt auch ein, äh, selber das, dass man sich anschaut, okay, was mach ich falsch? Zum Beispiel, viele Leute bauen zu wenig oder viele Leute, ähm, spielen zu aggressiv oder zu unvorsichtig. Viele Leute, ähm, rennen, äh, nutzen nicht den High Grounds oder viele Leute bleiben einfach stehen oder zum Beispiel, ein ganz häufiger Fehler, äh, bleiben offen beim Heelen stehen, also stellen sich einfach offen auf eine Wiese drauf und werden dann abgeschossen oder so. Ähm, da gibt's halt echt viele, also kleine Sachen, die man verbessern kann und wenn ihr realisiert, oh, das mach ich falsch, dann könnt ihr versuchen, in Zukunft die Quillheit nicht mehr zu machen und, ja, damit verbessert man sich dann nach und nach. Viele Leute wollen mit den Gegnern kuscheln, ja, das stimmt. Hab ich auch manchmal den Eindruck. Und, äh, Reed hat nochmal, äh, 2,29 Euro und er hat geschrieben, äh, Hashtag eine Stunde, Hashtag easy win, ja, ich stell mich an, Leute, aber die letzten zwei Runden waren irgendwie ein bisschen komisch. Aber nicht so schlimm. Wann hast du Geburtstag? Ich hab am 8. Januar Geburtstag. Moin, bin auch wieder im Start. Äh, ich kann nicht mehr reden. Moin, bin auch wieder im Start. Schreibt, äh, Sharker. Grüße gehen raus und herzlich willkommen im Stream. Ich hoffe nicht, dass du da bist. Ich nehm aktuell lieber die Taktik mit. Ich weiß auch nicht wieso, aber die Pump ist mir gerade wie gar nichts. Die Reload Time der Pump ist mir so langsam, das Switchen. Hey, und herzlich willkommen alle neuen Leute hier im Stream. Wenn es euch gefällt, lasst natürlich sehr, sehr gerne ein, ein Like und ein Abo da. Und bei wie vielen Likes ist der Stream gerade? Schreibt es mal gerne in die, in die Kommentare. Also, ich kann, ich kann immer nicht sehen, wie viele Likes der Stream gerade hat, deswegen frage ich das so häufig. Oh, ich hab am 9. Januar Geburtstag. Hey, nein, ist ein Tag nach mir. Wann kommt der neue Shop? Um 2 Uhr kommt der neue Shop. Jeden Tag um 2 Uhr. Oh, schon 2000 Likes heute, ihr seid heftig. Riesiges Danke an jeden Einzelnen hier im Stream. 2100 schon, heftig. Danke, 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 liebe Leute. Ich mach mal hier wieder dickster groß auf. Habe ich nur den TS-Sound gehört? Ich hab wahrscheinlich nur den TS-Sound gehört. Warum auch immer. War wahrscheinlich nur Einbildung. die Lara hat geschrieben. Ich dachte, ich dachte, ich feiere dich. Hashtag Glocke sowas von aktiv. Mega nice. Freut mich sehr, wenn es dir gefällt. Leute, wenn ihr Bock auf die Late-Night-Streams oder generell auf meine Streams von Videos habt, dann aktiviert sehr, sehr gerne die Glocke unten neben dem Abo-Button. Einfach auf die Glocke draufklicken. Äh, supportet mich mega, denn bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn neues Video oder ein neues Stream beginnt. Dann würde mich mega freuen. Und, äh, gerade kam eine Donation vom Lieben. Es leckt. Äh! Warum leckst du so? Oh mein Gott. Es leckt. Es leckt. Es leckt. Jetzt. Ähm, vom Lieben. Äh, oder von der, ich bin mir nicht sicher. Der Witch 345. Hat 1 Euro du netter geschrieben. Grüße aus Kempten und beste YouTuber. Danke dir. Danke für deinen Support. Und Grüße zurück nach Kempten. Grüße aus Berlin. Kannst du mich grüßen? Master 9, ich grüße dich. Ich habe am 7. Januar Geburtstag, schreibt B-Queen. Er ist dann einen Tag vor mir. Moin. Hey. Herzlich willkommen. Zack. Danke auch an Handa Spiel für dein Abo. Ach ja, bevor ich das vergesse, wieder zu erzählen, Leute. Nächste Woche Samstag am 21. April. Ja? Nächste Woche Samstag, merkt euch den Termin. Samstag, nächste Woche. Dann machen wir einen 24 Stunden Livestream fix und nicht zusammen. Heißt also, 24 Stunden Livestream. Äh, ich bin 24 Stunden lang Fortnite. Und wenn ihr Bock habt, schaut sehr, sehr gerne vorbei. Würde mich mega freuen. Ähm, wir machen, ich denke mal, wir starten so ab ca. 12 Uhr. Also wahrscheinlich von 12 Uhr mittags bis 12 Uhr mittags. Und ja, wenn ihr Bock habt, schaut sehr, sehr gerne vorbei. So. Deine Stimme hört sich so nett und freundlich an. Bist mega sympathisch. Danke dir. Ich mag meine Stimme zwar gar nicht, aber ich glaube, das ist bei jedem so. Shop bitte einblenden. Zeig ich nach der Runde direkt. Und noch 15 oder Hashtag 50 Minuten bis zum neuen Shop. In 50 Minuten updatet sich der Shop wieder. Dann bekommen wir neue Items. Hoffentlich. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Ich mag das Geräusch der Spitzhacke nicht. Leute, wie findet ihr das Quietschen von der Spitzhacke? Spitzhacke? Ich glaube, Top oder Flop? Hier hört ihr es gerade. Dieses Quietschen, das ist so ein Quietschen-Spitzhacke. Ich werde, ich werde abgeschossen. Ich wette, ich werde abgeschossen, deswegen baue ich mich mal ganz kurz ein. Zoom, Zoom. Ich habe Spaß mit Bauen. Ich wollte mich jetzt nicht bewegen. Okay, die meisten Leute finden es eher top, aber auch einige dabei, die den nicht so gut finden. Jetzt gerade eher Flop. Okay, Leute, wenn so viele den Flop finden, dann, dann kann ich auch gerne was anderes nehmen. Kann ich gerne in eine andere Hand auslösen. Fantastisches Hallo. Fantastisches Hallo. Okay. Hey. Kannst du mich grüßen? Keiner, grüße gehen raus. Herzlich Willkommen. So, ich will jetzt hier noch, eins dort habe ich noch frei. oder ist jemand? Wow. Wow. Er hat mich wie gar nicht getroffen. Er hat mir 5 HP Damage gemacht. Nein. Trank. Nein. Der Trank ist weg. Leute, schreiben alle Hashtag RIP für den Trank. Der arme Trank, ey. Wir kannten uns erst so kurz und dann ist er von uns gegangen. Wo, wo ist er hin? Alle. Leute, alle Hashtag RIP für den, für den Trank. Wie alle RIP für den Trank einschreiben. Oh, Leute, ihr seid die Besten. Ihr seid wirklich die Besten. Keine Panik auf der Titanic. Doch, ey. Der Trank, ey. RIP. Aber wir sind wieder vereint und alles ist gut. What the fuck? Leer. Ja, habe ich mir auch gedacht. Mhm. Bist der Beste. Danke dir. RIP-Trank werde ich vermissen. Oh, wir haben einen neuen Trank. Das ist bestimmt der, der von eben. Wir sind jetzt einfach richtig assi. Nein. Egal. Ich habe gerade überlegt, ich hätte vielleicht nicht trinken sollen. Egal. Egal, Leute. Passiert. Meint ihr, er bleibt stehen? Meint ihr, er bleibt stehen? So wie ich hier ganz sitze? Hat er mich schon gesehen? Guck, wie lange kann ich ihm hinterherlaufen, bis er mich sieht? Da, er hat mich gesehen. Er hat meine Raketenwerfer mitgebracht. Danke. Kannst du mich grüßen? Isabel, ich grüße dich. Und Liam grüße ich auch. Herzlich willkommen im Stream. Freut mich sehr, dass ihr alle da seid. Das ist sein Bruder. Leute, ich bin 22. Kannst du mich grüßen? Und Mika, Grüße gehen raus an dich und an Mika. Hohooo! Oh, diese Zerstörung, äh, durch dieses Gitter hier durch. Gehetschottet. Lass mal ein GG da. Heute läuft's echt. Kann ich mich nicht darüber beschweren. Ähm, zack. Zack. GG Nice GG, danke Zack Ähm Will ich noch was mitnehmen hier? Ich hab zu wenig Schuss Sagt er mit Eine Million Oh ja, der Dio Rockets damit kam Nice, okay Ah mein Gott, ey Hey, na alles gut bei dir, ja Tom Killer und bei dir? Leute, ich hoffe es geht euch allen gut Und ihr habt einen entspannten Samstagabend Und allen denen es nicht so gut geht, denen würde ich natürlich eine gute Besserung Wenn ihr zum Beispiel krank seid oder euch nicht What the fuck? Okay, er hat mir kein Damage gemacht Steht einfach einen Meter vor mir Ich war gerade etwas überrascht Hat man vielleicht gemerkt Es ist Sonntag Stimmt Es ist, es ist schon Es ist schon Sonntagmorgen Ich korrigiere Wir haben keinen Samstag mehr Ja Leute, okay Wir haben keinen Samstag mehr Ich wünsche euch allen einen Schönen Samstagmorgen Äh, Sonntagmorgen So Leute, falls ihr noch nicht die Disco-Flächen gesehen habt Ich zeige es dir mal ganz kurz Hier drinnen Ist eine der Disco-Flächen Also Leute In diesen Flächen muss man tanzen Es gibt drei Stück Ich kann mal ganz kurz zeigen, wo die sind Ähm Und zwar sind die auf der Map Hier Da Ist eine Bei dem Haus von Dieses Hexenhaus bei Haunted Hills Dann in der Flush Factory hier Und halt hier ist eins Drei von diesen Discos gibt es Und Äh, ja In allen muss man einmal gedanzt haben Dann bekommt man Wenn man den Wettepass hat Die Quest fertig Ich würde gerne donaten Aber ich kann gerade nicht Falls ich trotzdem Ah, nichts Alles gut, alles gut Nicht schlimm Muss gar nichts donaten Freue mich mega, dass du dabei bist Das ist schon Komplett ausreichend, Leute Wenn es euch gefällt Lasst natürlich gerne ein Like da Dann könnt ihr mich immer Unterstützen Also falls ihr noch Keinen Daumen nach oben gegeben habt Für euch nur ein kleiner Klick Für mich halt mega Support Und ja Falls ihr noch nicht abonniert habt Könnt ihr natürlich auch Abonnieren Äh, könnt ihr natürlich auch abonnieren Aber Heute müsst ihr nicht donaten Alles gut Ich freue mich, dass ihr da seid Und das Das ist komplett ausreichend Wie kann man denn spenden Äh, über den ersten Link In der Beschreibung Kann man spenden Oder wenn man zum Beispiel Mit Google Play Store gut haben Ähm, wenn man da noch welches hat Dann kann man, äh Über Super Chat Unten am Chat ist so ein kleines Äh, Geldscheinsymbol Darüber kann man auch Mit zum Beispiel Vom Handy aus Von, wenn man Ein Android Handy hat Kann man Darüber auch spenden Aber müsst ihr nicht, Leute Alles gut Um 2 Uhr kommt der neue Shop Ja, Leute Um 2 Uhr Noch 40 Minuten Bis zum neuen Shop Da ist bestimmt jemand drin Da auch Die haben sich schon Ihre Base gebaut Bist der Beste Danke Hey, Ube, Neu Ticken Herzlich Willkommen Im Stream So Da waren es nur noch 2 Ginge Nein Nein Und ich bin so low Ja, ich bin tot Er hat einen Raketenwerfer Und meiner ist nicht mehr nachgeladen Bitte, 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 bitte Schaffe ich es HändeTV hat 99 chattonated Danke dir Danke für deine Super chattonation Vielen, vielen Dank Okay Und bei Freezen hat Freezen hat 2 Euro donated Geschrieben Wie viel hat dein PC gekostet Oh, weiß ich gar nicht Müsste ich mal zusammenrechnen Und Erik hat nochmal 2 Euro donated geschrieben Moin Hey Erik Herzlich Willkommen Danke für eure Donations Danke an Freezen Und Erik Und auch an HändeTV Und WeBoy hat einfach 16,99 Euro donated Ich möchte sehr gerne mal mit dir spielen Können wir vielleicht in den Donator Streams mal machen Wenn ich da wirklich Das Donator unten mal mache Sehr, sehr gern Und Joshua Die Gemeinde hat nochmal 1 Euro donated Danke dir für dein Nein Falsch Das Als ob ich ihn besiegt habe Oh mein Gott Nachdem er mich so krass getroffen hat Das muss sich richtig bitter für ihn anfühlen Also so richtig bitter Nein Doch Auch noch gehen Und meiner ist nicht nacklern Ja ich bin tot Er hat mich direkt gehittet Oh so unlucky Er hat Oh Das ist so gemein Acht Kills schon Na gut okay Aber auch full life Und full shit Ah Schade Leute Lass aber trotzdem mal gerne einen Steady da Oh Da kam er halt zum Abstaunen Leider Aber egal Nicht so schlimm Leute So Ähm Zack Oh nein Oh nein Mein Herzen Geil Warte Leute Ich bin Mach ganz kurz Eine Minute Pause Bin gleich wieder da Äh Ich gehe ganz kurz Äh Mir meine Äh Mein Ersatzbatterien Für meine Herzen Bin gleich wieder da Bin gleich wieder da So Okay da bin ich wieder Ich musste ganz kurz mal Mein Äh Headset Umswitchen So Herzlich willkommen auf jeden Fall An jenen Einzelnen von euch Freut mich sehr dass ihr da seid Ähm Hier der Shop Der neue kommt in 35 Minuten So mein Headset war gerade leer Deswegen musste ich äh Ganz kurz mal Die äh Linksseite Die Batterien Tauschen Und Reboy Alter Und GameTag hatte gerade 1 Euro Und Reboy hat einfach 27,99 Hat er geschrieben Hashtag auf deinen Nacken Plus Schade Ja Oh das war gerade richtig Nack Ey Reboy Riesiges Dank an dich Leute Lass alle mal bitte ein Herz Für Reboy da Mega Mega Krass Riesiges Dank an dich Äh Heftig Danke für deine Donation Und natürlich auch an GameTag Und äh 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 An Joshua Und an Eric davor Und an ByFreezen Und HandTV Und natürlich auch an Reboy Ey Mega Riesiges Dank an euch alle Heftig So Leute Ich werde noch eine Solo-Runde spielen Und dann werde ich mit Jesse Äh Streamen Herzlich willkommen An jeden Einzelnen Und Leute Wir haben Warte Haben wir schon die 300 geknackt Leute Noch 13 Abos Zu den Äh 83.300 Falls noch hier Leute sind Die noch nicht abonniert haben Und äh Ja Gerne mehr von dem Content sehen würden Dann lasst sehr sehr gerne ein Abo da Würde mich mega supporten Und würde mich natürlich auch Sehr freuen Euch hier öfter zu sehen Noch 8 Abos Leute Vielen vielen lieben Dank Für die ganzen Für die ganze Unterstützung hier Chris Schaut mal ein Whatsapp Ja Lea gött mir hier Melle Tut mir leid 2,3 2,000 Likes Und Leute Alter Mega heftig Danke für die ganzen Likes Die hier rausgehauen werden Und Joshua Diekemann hat nochmal 1 Euro donatet Riesiges riesiges Danke Danke dir Joshua Hab abonniert Relaxgamer Danke dir Du wolltest die Hacke wechseln Stimmt Mach ich nach der nächsten Runde Das äh Die leeren Batterien Haben mich gerade ein bisschen Aus dem Konzept gebracht Und danke für die 83.300 Abos Fortnite Gaming hat gerade abonniert Danke dir Suchst du mich auch oft Äh siehst du mich auch oft Äh Ne Dom Viel zu selten Da machst du dann auch gleich mit Äh Mit Wenn Wenn ich gleich mit Jesse Äh Stüme Bist du auch dabei Kannst du mich grüßen Fortnite Gaming Ich grüße den Magst du KFC Ich war tatsächlich nur Zweimal besagt bei KFC Und es war nicht schlecht Aber Jo Ich esse nicht So oft Bei KFC McDonalds Und Co Ich bin neu Hab keinen Namen Herzlich willkommen im Stream Freut mich dass du neu bist Äh Wenn es dir gefällt Dann schaut gerne öfter vorbei Würde mich mega freuen Ja Kannst du mich grüßen Grisam Ich grüße dich Zack Und So Let's go Und Dom Alles klar Nice Dann freue ich mich auf gleich Rebell Nochmal Äh 2,29 Euro Toilettet Äh Geschrieben Hashtag Eganboy Alter Mega Ja Riesiges Dank an dich Richtig krass Ich glaube er ist Ich höre dein C4 Ich glaube er ist What the f**k is going on? Ich hab keine Materials mehr. Oh. Oh, nein. Ja, ich bin so was so tot und... Ich treffe nichts. Oh. Meine Güte, ey. Ich hasse die Pumpgun in letzter Zeit. So sehr. Jedes Mal aufs Neue. Puh. Bist voll gut. Das war gerade nicht gut gemacht, Leute. Das hätte ich wesentlich besser lösen können. Ah, echt. Das ist gerade... High Concentration. Kommt irgendwas zu hier? Natürlich nicht. Kannst du mich grüßen? Denix TV. Ich grüße dich. Herzlich willkommen. Wann kommt der neue Shop? Um 2 Uhr. Also in... ...einein halben Stunde. Leute, schreiben alle Hashtag... ...30 Minuten in den Chat. Eine halbe Stunde bis zum neuen Shop. Dann gibt's wieder neue Items hoffentlich. Oder alte Items. Wieder neu im Shop. Okay. Hashtag 30 Minuten, Leute. Kannst du mich grüßen? Krill TV? Nee, Krill TV. Grüße gehen raus. Oh, nice, Beule. Freut mich. Hier in den Stream dabei, weil es einfach bockt. Nice. Freut mich sehr. Und Kauks hat... ...2 Euro donated, hat geschrieben. Wollte mich nur bedanken für den täglichen Streams. Und Grüße gehen raus an Dom. Oh. Danke dir. Und ja, Grüße gehen raus an Dom. Danke für deinen Support. Und ja, es macht mir halt einfach mega Spaß. Also Leute, es... Ich würd's nicht machen, wenn's mir nicht einfach so viel Spaß machen würde. Hey, ich bin neu. Luca, herzlich willkommen im Stream. Schreib mal alle die... Wir machen wieder die Umfrage. Obwohl, die machen wir später lieber. Das... Das... Sagt doch nicht immer... Oh, das machst du viel so häufig. Wie viele Siege hast du? Äh, 300. 300 Siege. Denn es ist dümmlich gut zum Einschlafen. Oh, nice. Freut mich. Also... Ich hoffe, du meinst, dass man dabei entspannt zuhören kann. Und nicht, dass ich einschläfert langweilig bin. So langweilig, dass alle einschlafen. Ähm... Alter, Reboy. What the fuck? Er hat einfach wieder 27,99 Euro donated. Reboy, übertreib mich nicht. Was zur Hölle? Danke für deinen Support. Er hat geschrieben, kannst du mich abonnieren? Ich kann mal bei deinem Kanal vorbeischauen. Man kann ja, äh... Auf den Kanal draufklicken. Schau ich gerne mal vorbei. Machst du denn Videos? Oder... Ich kann mich gerade nicht raustappen. Aber ich schau gerne mal vorbei. Und eventuell lass ich auch mal... Aber wenn's... Wenn's mir gefällt, was du machst, gerne. Ich hab generell ziemlich viele Leute aus der Community zu abonniert. Man sieht es zwar nicht, also... Meine Abos sind halt privat, aber... Ich hab echt viele Leute auf YouTube abonniert. Meine Abobox ist immer voll. Und, äh... Bei Freezen, nochmal zu Euro donated. Äh... Bin ein alter Kaliber von deinen Streams. Ah, du bist... Freut mich. Bei Freezen, dass du schon so lange dabei wirst. Wann updatet sich der neue Shop? Um 2 Uhr, also in 27 Minuten. Gibt's den neuen Shop? Um 2 Uhr, also in 27 Minuten. 3.000 hat gerade, äh... 1 Euro donated. Hat geschrieben... Hey Stocks, ich gönne dir alle Abos... Oh Gott, ich wär bei mir runtergefallen. Äh... Sogar die Miller... Äh... Hast du in 2-3 Wochen... Äh... Hast du in 2-3 Wochen 35.000 gemacht? Ähm... Oh Gott. Alter, ich... Ich kann nicht tatsächlich lesen und bauen. Das funktioniert gar nicht. So. Ich kann weiterlesen. Äh... Hast du jetzt auf meinen Namen... Hast du... Ah ja, genau. Machst du mehr. Ja, hab ich schon. Ich verdanke dir für deine Donation. Ey, es ist so krass, Leute. Es ist so heftig. Danke nochmal, Masterplayer. Oh, nein. Ich bin grad so doof. Ich schaff's niemals rein. Oder? Mit 1 AP vielleicht. Masterplayer, vielfach riesiges Danke. Und ja, ich weiß, dass der Name Masterplayer3000 ist auf YouTube-Kanal. Werde ich es schaffen, Leute. Gebt jetzt die Wetten ab. Schreibt alle Ja oder Nein rein. Werde ich es schaffen. Ich hab meine Hände weggenommen vom... Vom Bildschirm. Äh, von der Maus und der Tastatur. So. 7. Ich glaub, ich schaff's nicht. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1 HP! 1 HP, Leute! 1 HP! Okay, alle Leute, die Ja geschrieben haben, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt das Spiel gewonnen. Oh mein Gott, 1 HP. Also herzlichen Glückwunsch an jeden, der recht hatte. Oh, verdammt, ey. Was soll ich jetzt mit einem HP machen? Ich darf ja nicht mehr runterfallen. Und Reaper hat nochmal 5,49 Euro, du netter, geschrieben. Bist du dieses Jahr auf der Gamescom? Ja, bin ich. Schreibt mir alle Hashtag Gamescom, wenn ihr heute... Äh, wenn ihr dieses Jahr auf der Gamescom seid. Äh, ich werd auch wieder da sein. Alle Tage sogar. Vielleicht trifft man sich, ja. Nein, der Wurz schüttet mich. Oh, wenn der... Wenn der einen Schuss gesetzen hätte, das wär so ein Easy-Key gewesen. Das wär so ein geiler Easy-Key gewesen. Guck mal, er hat 39 HP. Oh, wenn die Technik hier mehr Damage gemacht hätte. Oh, das war so gut angeschlichen. Puh. Ja, Leute, ich bin jetzt fertig mit der Runde. Wie gesagt, ich geh jetzt mal runter zu Jessie. Hey. Ja, endlich. Hä, ich hab doch gesagt, ich werd erst mal ein paar Solo-Runden spielen. Ich muss meine Solo-Kantik verbessern. Ich warte seit 3 Stunden. Hä, wieso seit 3 Stunden? Ich hab gesagt, ich komm dann später irgendwann. Tut mir leid. Schreiben alle, hey, Jessie. Ich beginne erst mal Solo, aber dann können wir auch gern gleich zusammen streamen. Gleich, um 23.17 Uhr. Und seitdem an warte ich. Hä, warum wartest du? Na, ich warte nicht, sondern ich bin jetzt schon seit irgendeiner Stunde alleine, weil Dom einfach so geschrieben hat, ja, ich bin in 10 Minuten wieder da und kam wieder nicht. Ja. Seitdem warte ich auf dich. Alle verlassen dich. Ja, es war fast so. Dom, ich hab Dom auch gerade, der war mal im Stream dann, der war im Stream-Chat. Dom, bist du noch da? Dom, was soll das? What the fuck? Ganz ehrlich, dann sag ich nur, dass du keinen Bock mehr auf mich hast, ey. Ich hab ihn gefragt, ob er mitspielen mag. Mal gucken. Dom, bist du noch da? Dom, komm. Ich musste Chicken Nuggets machen, schreibt er. Und er hat wieder den Bug mit dem, er schreibt alles doppelt. Dieser Vox ist der Geiste. Er schreibt alles einfach doppelt. Dom, komm, komm, TeamSpeak. Alter. Leute, ich zeig den Shop hier natürlich direkt. Reeboy, er hat 5,49 Uhr noch mal donated, hat geschrieben. Ich werde am 26.04. Äh, was? Und kannst du erst nächstes Jahr zocken auf die Gamescom? Ah, okay. Oh, ja, das ist doof, wenn man noch nicht 18 ist. Oh, das ist bitter. Äh. Am 26.04.17. Ah, dann, ja, aber die meisten Games kannst du ja trotzdem da zocken. Und Dom, komm, schnell TeamSpeak. Wir wollen spielen. Ich lade dich schon mal ein, Jessel. Du hättest ja mich über eine Stunde allein, weil er Chicken Nuggets machen will. Ja, du hättest auch einfach sagen können, dass du einfach länger weg bist. Weil ich eben genauso auf dich gewartet habe. Ich kann, ach, nie. So, hab dich invited. Und bei Friesen hat, äh, nochmal 2 Euro. Hey, kennst du mich aus dem Stream? Ja, klar kenn ich dich. Ja, paar, bloß. Ey. Natürlich kenn ich dich. Herzlich willkommen. Und hier ist der Shop, Leute. Noch 20 Minuten. Alle mal Hashtag 20 Minuten reinschreiben. Hey, kannst du mich grüßen? Top, ich grüße dich. Was ist bei Level 100 passiert? Leider noch nichts. Ähm, ich hoffe, dass man Ende der Season ein, ähm, ein Skin oder vielleicht hier so zum Beispiel bei den, bei den Bannern, was du bekommst. Das wäre cool, wenn man hier so ein Icon bekommt, dafür, dass man auf Level 100 ist. Wenn er hier inzwischen nur 100 stehen würde. Keine Ahnung. Ich warte, weil er geschrieben hat, dass wir gleich spielen. Um 23.17 Uhr. Kannst du mich grüßen? Skillertv, ich grüße dich. Dom und du passen einfach perfekt zusammen. Ohne Scheiß. Du bist jemand, du lässt mich Ewigkeiten warten. Und Dom verpisst sich einfach und sagt, komm in 10 Minuten wieder. Und ist dann 3 Stunden weg. Kann damit überhaupt nicht umgehen. Ich habe auch schon mal 9 Stunden oder so auf Dom gewartet. Das wird auch schlimmer. Dom, jetzt komm schnell, TeamSpeak. Wir warten auf dich, Dom. Wollt's spielen. Kannst du mich grüßen? Ich grüße dich. Slade Woot. Mach mal auf deinen Chat auf. Willkommen. 22, ja, da kann ich Jesse ein Eis kaufen. Mach ich. Riebein, danke. Bekommt Jesse ein Eis. Das ist für die, das passt schon für die Torte jetzt hier, ne? Die ganzen Benjamin-Blümchentorten. Du weggeschaufelt hast. Nee, du hast mich warten, du hast mich warten lassen. Zu meiner Verteidigung. Er hat schon so ein Plädoyer. Das kann so lange dauern. Ich muss das echt nicht, Alter. Die waren 25 Minuten, die scheiß Chicken Nuggets. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ihr habt mir gar nichts mehr. Er hat die Hühnchen noch geschlachtet vorher, ey. Nee, Mann. Und ich hab Ameisen in meiner scheiß Küche, Alter. Und ich hab Ameisen im April in meinem Haushalt. Was wollen die da? Skycraft hat dagegen. Und Chris hat noch länger die richtig warten lassen. Ja, Chris. Ja, seit 13.17 Uhr. Ja, Chris. Hast du nicht mal ins Stream geschaut, Jesse? Ich hab gesagt, so, ja, ich werd jetzt aber erst mal noch ein paar Solo-Runden spielen. Und dann später zum Shop hin. Nee, was hast du gesagt? Ich hab eigentlich keinen Bock auf Jesse. Eigentlich will ich gar nicht, wenn der das spüche ich. Warum sollte ich denn Stream schauen, wenn ich selbst am Stream bin? Ja, keine Ahnung. Dann wird der Stream halt besser, ne? Dankeschön, Lennart. Mal den Content zeigen. Ach, nein. So gemein. So gemein. Weeboy, danke, ey, für deine Nation. Ja, weil ich höre euch nämlich, Mann. Äh, Dom, bist du online? Ja. Nee, Dom ist in Epic Games. Los, komm online, Dom. Was? Saar, Sam! few sour sauce hey, bring crash du sour Ja, heute sind alle gemein Figs war auch gemein Wir sind alle gemein zueinander. Nee. Nee, gar nicht. Luca, ich habe keine Anfrage von dir. Hi, Chris. Hey. Ist das Dom da? Jetzt habe ich mir eine 5-Minuten-Terrine gemacht. Und die esse ich jetzt. Ich habe auch Hunger. Leute, schreibt mal rein, falls ihr irgendwie gerade was esst. Schreibt mal rein, was ihr euch gerade reinfuttert. Ich habe ja so geile Chicken Nuggets, Mann. Oh, ich will auch Chicken Nuggets. Bestimmt haben die ganzen Leute alle Chips und, keine Ahnung, allen möglichen Kram. Richtig geile Sachen. Kannst du mich grüßen? Ich grüße dich. Chips oder bestimmt, manche haben Popcorn oder so. Ah, ist so gemein. Hi, Jan. Bananen, Döner, Pizza, Pizza, Sucu, Salzstangen, Popcorn, Joghurt, Döner, saure Lumpen. Oh, was ist das? Popcorn, Sahne, Döner, Pizza, Chips, Erdbeerkuchen, Chicken Nuggets, Chips und Cola. Oh, jemand hat Nick Nacks bei mir. Ich war auch Nick Nacks. Ich esse Döner, ey. Burger, Döner. Ich bin mal im Stream Döner. Döner, Döner, Käse, Nutella. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er einfach nur Nutella löffelt. Oh, so geil, ey. Hier habe ich ein und hier habe ich zwölf. Also habe ich 13. So, einladen. Hab dich eingeladen. Leute, noch wie viele Minuten? Noch 16. Mein Hashtag 16 Minuten bis zum neuen Job noch. Heißt, noch eine Runde schaffen wir auf jeden Fall. Und andere Gaming. Danke für deinen Euro. Warum habe ich auch? Ich muss unbedingt gleich was anderes hören, damit ich wegkomme von dem. So. Okay, Leute, wir spielen jetzt weiter. Ist Dom da? Nee, Dom, ich habe dich eingeladen. Dom. Hallo. Ich habe keine Anladung, warte. Ey, Joshua, vorhin, aber gerade nicht. Falls du kann nochmal 0. Okay, ready. Wir haben Füll. Wir haben Füll. Wir haben Füll. Und meine ganze Tastatur ist so schmierig und im Schaß. Ey, Reaper, bei mir werden die nicht verschickt. Ich kann keine verschicken. Das ist ein aktuelles Problem. Ich weiß auch nicht. Ich gucke nochmal, ob du eine... Luca, ich schaue gleich da nochmal nach. Und Skycrafter. 5,49 Euro. Er hat geschrieben. Feier deinen Stream. Feier deinen Stream. Und war vorhin beim Chinesen. Oh. Chinesisches Essen ist so geil. Leute, schreibt mal euer Lieblingsessen in den Chat. Was ist euer absolut? Wenn ihr bis ans Ende eures Lebens nur noch ein Essen essen dürft, schreibt mal rein, welches Essen ihr wählen würdet. Döner. Was ist eine Frage? Döner. Döner ist schon geil. Beim Döner kann man so cool variieren. Beim KFC. KFC ist kein Essen. Ihr müsst ein Gericht reinschreiben, Leute. Pizza, Pizza. Döner, Pizza. Chicken Nuggets. Spaghetti. Döner, Pizza. Schnitzel. Kaiserschmarrn. Indisches Essen. Boah. Ist auch geil. Burger. Ich glaube, Burger könnte ich, ist Burger, ich liebe Burger, aber ich glaube, ich könnte Burger nicht jeden Tag essen. Lass mal nach Miete. Let's go. B-Müll. Heimatstadt. Ein Döner for life. Stimmt. Sucu. Gebratene Ente. Boah. Darf ich dir jetzt Hunger? Jetzt gebratene Ente. Stimmt ein. Also wenn ich zuschöre und mache, dann sprich mit jedem. PS4, nehme ich auch auf Handy, wenn jemand unbedingt am Handy steht. Ich hatte letztens jemanden in meinen Zuschauerrunden, der vom Handy gespielt hat. Der hatte mal dabei. Das war lustig, oder? Das war cool, ja. Lasagne. Oh ja, Lasagne, glaube ich, wäre auch geil. Man isst, was man isst. Ah, ich wollte den Spitzhack ändern. Das ist meine Stamme drauf. Nein. Wir sind halt. Nein. Mein, mein. Hi, Hassan. Ich wohne hier aber. Home dial, Alter. Aufgewachsen in den Haus. Hi, Rap Knight. Wirklich? Stimmt, du bist ja so der Retour. Ja, der Retour, boy. Macaroni-Auflust. Oh, darauf hätte ich jetzt auch Bock. Weißt du, was ich Lust hätte? Auf Bockwurst in Berlin. Oh ja. Oder auf Currywurst. Oder auf Currywurst. Okay. Ja. Ich schau mal, ob ich dir eine geschickt habe. Dacke, wir wollen. Mach das mal. So, ich schicke nochmal eine. An Snoxy. Nicht Snox, sondern Snoxy. Da denke ich, irgendjemand Snox, ja, ne? Ja. Aber der Account ist halt schon extrem alt. Also, es ist nicht so, dass jetzt irgendwie jemand mit dem Account weggeschickt... Jesse, ja. Ach so, wahrscheinlich ein Internament wird es so fair. Ja, genau. Ich habe schon... Okay, ja. Okay. Ähm, ich habe schon den... Du kannst gerne nicht fragen und dann gebe ich dir was. Also, du wolltest mir eine Kiste klauen. Wollte ich gar nicht. Ich wollte sie einfach aufmachen. Ich glaube wirklich nicht. Eigentlich, ich glaube, ich habe noch nie jemanden einfach so Sachen weggenommen. Wenn du gesagt hättest, ja, möchte ich das... Ne, ne, alles gut. Halt, ruhig. Alles gut. Ähm. Hä, ich bin voll. Ich bin komplett voll. Ich habe nur einen großen Fang und einen kleinen. Dann gebe ich es um. Ja, glaube ich. Ich habe auch zwei. Alles gut. Ähm. Ich habe halt... Äh, früher Paragon gespielt. Wenn du das kennst, ist ein anderes Game von Epic Games. Und ich habe vor zwei Jahren schon meinen Epic Games Account gemacht. Da gab es ja vorhin ja noch nicht mal. Also, zumindest nicht öffentlich so. Ähm. Und da war der Name schon vergeben. Aber der Typ hat noch nie Fortnite gespielt, der meinen Account hat. Oh. Unlucky. Also. Kannst du mal, kann man... Kannst du auch das Epic-Diebte den Account oder so? Ja, ich, ich, ich werde einfach... Wenn der wirklich lange index tief ist oder so. Leute, ich werde einfach... Ich werde so lange streamen, bis ich so viele Abos habe, dass Epic Games mir den Account gibt. Bei Ninja haben sie es gemacht. Bei Ninja, genau. Also Leute, ich muss wenigstens so groß werden wie Ninja. Dann... Dann machen sie es. Weil ich mir vorstelle kann, dass sogar der Account von Ninja irgendwie noch aktiv war. Hm, hm, hm. Wann hast du mit YouTube angefangen? Ich glaube 2014. Hm. Es gibt auf Instagram keine einfach Jesse. Aber ich kann mich nicht einfach Jesse nennen. Ja, das gibt es auf vielen Seiten. Bei Twitter ist es auch so viele gebannte Accounts. Ja, das sind... Ist das ja Account Minkl und Hatte und dann gebannt wurde, oder? Genau. Ist auf Facebook mit Snogs genau das Gleiche. Aber ich bin froh, dass ich auf Instagram heiße, Snogs. Ich heiße auf Twitter Snogs. Also, falls ihr mir folgen wollt. Ich heiße eigentlich auf allen Social Media immer überall. Ich heiße einfach Jesse auf seinen Minecraft und... Hier ist noch irgendwo jemand. Hier ist noch irgendwo jemand. Auf Instagram, ja. Ich glaube nicht, dass Chris so schnell hier gelootet hat, oder? Hast du das gemacht? Nee. Ich glaube nicht. Ja, nicht. Ich weiß nicht. Weißt du noch die Animation, die ich dir gezeigt habe? Hm, welcher? Mit dem Shop. Ja, unter uns. Ja. Leute, noch 10 Minuten. Alle mal Hashtag 10 Minuten bis zum neuen Shop. Da ist jemand drinnen, ne? In dem Haus. Ja, deswegen ja. Da oben! Ich bin langsam mal. Ah, ist okay, ey. Chill mal. Chill mal deine Base. Dann geh wir schlafen. Ja, der war nur Knockout, oder? Ich werde morgen eh wieder screamen, also. Boah, ich kann mit tanzen. Das hab ich ja schon mal gemacht. Let's go. Dankeschön, Seppel. Müssen wir uns erwarten. Wir müssen laufen. Uh, Crafting. Äh, Crafting. Ich will den Namen richtig aussprechen. Crafting, Theo. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Happy Birthday. Nachträglich. Ah, wie cool. Hoffen, du hast schön gefeiert. Bin sowieso immer voll cool, wenn sich Leute irgendwie sowas mit einfach nennen wegen mir. Oder auch so auf Instagram hab ich auch schon einige gesehen, die einfach nur, wie einem Just hießen und dann ihren Namen. So wie ich. Und ich voll cool einfach. Warum sehe ich da so eine HP-Anzeige? Danke. Weil das ein Loot-Drop ist, den jemand angeschossen hat. Mojati, ich grüße dich. Und Lolo schreibt, finde ich echt sympathisch und nett. Like und Abo hast du. Danke dir. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der hier gerade da ist. Leute, wenn es euch gefällt, lasst natürlich gerne ein Like da. Würde mich mega supporten. Für euch nur ein kleiner Klick auf den Gefällt mir-Button. Und für mich mega supporten. Ja, Leute, schreibt mal rein, wie viele Likes die Streams gerade haben. Wann hattest du über 2000? Ja, Chris. Wir sehen, als ich noch drin war. Jessie seine Stimme. Hab ich auch gerade gewesen. Ich feiere deine Stimme. Leute, mögt ihr eure Stimme? Ich merke meine Stimme gar nicht. Ich meine auch nicht. Niemand mag seine Stimme. Hey, Jessie seine Stimme? Was ist mit mir? Ja, ich meine... War eine? Ja, deswegen. Das haben wir vorgelesen, weil... Ich glaube, jeder, der seine eigene Stimme macht. Da hinten bei Dusty sind welche? Wenn ich den treffe, Leute... Bei Dusty? Ich hab das letztens schon gemacht. Ich hab's so gesagt, wenn ich den treffe, dann... Hey, das war gestern hier auf diesem Berg da oben. Im Westen war die so... Uhuhuhuhu. Dieser Puttenand. Der mich abgefingst hat. Seitdem mag ich diesen Platz nicht mehr. Oh, Leute, ich bin abgeschossen. Oh, ich bin getroffen. Von da... Von da oben, auf dem... Der... ...liegen. Sag nicht, dass wieder auf dem scheiß Berg jemand oben. Nein, nein, auf dem Dach da. Oh, ich wurde genockt. Hoppa. Hä? Können wir Krise hochreifen, dann gehen wir rein. Warum bist du draußen, Chris? Fahr dir doch rein. Ich konnte nicht reinkrabbeln. Da ging's nicht. Du hast mich genau in... Du hast mich zwischen die Reifen... Nein. Ich konnte nicht. Du hast mich zwischen die Reifen gebracht. Dann wurde ich rausgepackt. Oh, oh, ich bin tot. Da kommt einer, oder? Sieben Minuten noch bis zum neuen Job, Leute. Ich hasse diesen Delay, Mann. Sinti, wo sind die? Oben. Hey, Dom, wie geht's dir so? Hallo. Hast du was gefunden auf dem Boden? Ich suche hier auch gerade. Wow. Ach, ich hasse diesen Delay auf dem Job. Ach, einfach Seppel. War gerade bei Chris und jetzt bin ich bei dir. Hi, Basti. So, Leute. Sechs Minuten. Ich fange jetzt keine neue Runde an, sondern ich zeige jetzt gleich den Job. Ja, dann kann ich so lange essen und kann ich auch den Job zeigen. Ziegen zu gut sagen. Leute, sechs Minuten, siebzehn noch bis zum neuen Job. Und ich hätte gar nicht gesehen, Leute. Schreibt nochmal bitte rein, wie viele Likes der Stream gerade hat. Habe ich gerade nicht gelesen. Es tut mir leid, dass du gerade dann etwas stressig bist. Grüß mal bitte Maxi von Emi. Maxi, Grüße gehen raus an dich von Emi. Oh, ihr machte unsere Runde nice. Ich hoffe, ihr habt uns nicht getötet. 2500, 2600 Likes schon heute. Megakrass. Vielen, vielen Dank für euren heftigen Support. Patti, ich esse gerade eine 5-Minuten-Tarina. Nudeln mit Tomatensauce. Ich bedanke dir. Gute Nacht, Lilly. Hey, bin neu. Danke für dein Abo. Danny X. Willkommen im Stream. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Wenn es dir gefällt, lass natürlich auch gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Ich stream hier jeden Abend ab ca. 23 Uhr immer Late-Night-Stream bis zum neuen Job. Und auch täglich halt Nachmittags-Streams und Videos. Zeig mal bitte den Battle Bus. Ja, den habe ich schon fertig. Den kann sich ja jeder aus der Wand schauen. Wo ich hin möchte, wo ich hin möchte, bei 95. Ah, nice. Dann hast du bald den Robo-Dats. Genau, ja. Habibi-Mausi-Pum, sie hat einen Euro donated. Er hat geschrieben, hey, guter Content, weiter so. Und er hat noch geschrieben. Ah, die, 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 die. Was hat er noch geschrieben? Hallo, eine Frage. Eine Frage. Kennst du noch Obst? Ja, klar kenne ich noch. Kashi? Und danke nochmal an Blue Light Max. Danke für deine... Bist du, Justin, bitte hör auf mit sowas, sonst wirst du dauerhaft gebloggt. Hi, Samit. Bist voll sympathisch, Dankeschön. Dankeschön für die Abos. Noch vier Minuten, Leute. Bis zum neuen Job. Was glaubst du, was kommt? Es gibt ja schon einige neue Skins, die gelegt wurden. Aber, ähm... Es könnte heute also schon einer der nächsten da kommen. Aber ich glaube, dass sie jetzt nicht jeden Tag heftige Skins raus haben. Sondern auch mal wieder ein paar Tage keine krassen neuen Skins bringen. Gestern gab es ja einen neuen Emote. Also könnte vielleicht heute sogar ein neuer Skin rauskommen. Mal gucken. Und Andi Knüse hat fünf Schweizer Franken donated. Wieder ein Schweizer. Grüße gehen raus. Er hat geschrieben Ehrenmann. Danke dir. Es ist krass, wie viele Schweizer hier immer dabei sind. Freut mich sehr. Leute, was glaubt ihr, was heute in den Job kommt? Schreibt es mal rein. Der Osterhase. Grüße war vorhin bei mir auch nicht in der Abo-Box. Wobei er gestreamt hat. Leute, war ich bei euch in der Abo-Box. Schreibt es mal rein. Bei Dom war es so in der Abo-Box. Bei mir aber nicht. Wobei ich dich auf der Glocke habe. Weil ich dich auf der Glocke habe. Dankeschön für dein Abo. Hi Nancy. Ja, nicht schlimm. Ich freue mich über jeden, der da ist. Abo und Like hast du da in der Face? Und freut mich, dass du mich sympathisch fühlst. Oder nett. Eher gesagt Abo. Und Nikesor, ich grüße dich. Herzlich willkommen. Grüß dich, Dana. Was hältst du vom Gründerpaket? Müsste ich mir mal holen, weil ich glaube, es gibt ja weiter für spezielle Skins. Und unter noch Hashtag drei Minuten bis zum neuen Shop. Alle mal Hashtag drei Minuten reinschreiben. Wie viel Delay du hast. Hast du deine Haare geglättet? Ja, und gelockt. Also ich habe meine Glocken geglättet und dann wieder gelockt. Excellent, danke für die zwei Schweizer Franken. Kannst du mich grüßen? Ich grüße dich. Na schon. Was heute so neuen Shop kommt. Alter, 2600 Zuschauer. Herzlich willkommen an jeden Einzelnen hier. Willkommen im Stream. Freut mich sehr, dass ihr alle da seid. In meinem Dings hin. Dankeschön auch für dein Abo. Und bei mir sind auch 70 Leute da. Dankeschön, freut mich. Der Backpack bleibt noch drüber, oder? Der bleibt, glaube ich, noch bis morgen drin, Leute. Falls ihr euch den Backpack noch nicht geholt habt. Und es ist lecker, ja. Heißt Rostlaube. Holt euch den Backpack. Der ist komplett kostenlos. Kann man sich für null V-Bucks abholen. Leute, unbedingt. Jeder abtrecken. Einmal kurz in den Shop gehen und sich einloggen. Und ja, den abholen. Und dann auch zwei Minuten bis zum neuen Shop. Herzlich willkommen. Gleich geht's los, Leute. Herzlich willkommen zurück. Hallo Mohadi, hallo Mert, hallo Danny. Hallo Masterplayer. Herzlich willkommen. Bist du zur Zeit Minecraft oder Fortnite cooler? Fortnite spiele ich auch eigentlich die ganze Zeit privat. Ja, selbst wenn ich nicht streamen oder aufnehme, spiele ich eigentlich nur Fortnite. Aktuell mega im Fortnite. Es macht einfach verdammt viel Spaß. Man kann es einfach durchgehend spielen. Und jemand möchte die Einhorn-Spitzsacke haben. Mal schauen. Eineinhalb Minuten, Leute. Ja, die war ja. Hi, Fluch. Ich bin der Beste. Danke dir, Luca. Danke für ein Abo. Kannst du mich grüßen? Jeremy HD. Grüße gehen raus. Wir können gerne morgen zusammenspielen. Morgen mache ich Community-Runden. Hi, Kirim. 1 Minute 20 noch. Kannst du mich grüßen? Danny, ich grüße dich. Herzlich willkommen. Kannst du mich grüßen? Razer HD. Grüße geht raus. Ich bin 20. Ich weiß mal nicht. Danny, Grüße an dich. Eine Minute, Leute. Hashtag eine Minute. Erstmal ein Abo. Ja, Leute. Riesiges Danke an jeden Einzelnen, der hier gerade abonniert hat. Schreibt mir gerne mal rein, ob ihr neu seid. Also mach mal Hashtag neu, wenn ihr gerade quasi heute neu im Stream seid und heute zum ersten Mal den Stream schaut. Quasi gerade ganz neu abonniert habt. Schreibt dann Hashtag neu rein, wenn ihr ein neuer Abonnent seid. Und Hashtag alt, wenn ihr schon länger dabei seid. Schreibt es mir gerne mal rein, mal um zu schauen, so wie viele neue Leute immer dazukommen. Also Hashtag neu, nur wenn ihr quasi heute gerade abonniert habt erst. Es sind echt einige neue Leute dabei. Herzlich willkommen. Um 30 Sekunden noch. Hi. Mega cool. Ich grüße die ganzen Abos. Grüß dich, Star-Lord. Luca, ich grüße dich. Ich grüße dich. Mega cool, Leute. Leute, 10, 9, 8, 7. Ich hoffe, es kommt was Neues. Aber ich glaube, es könnte wieder ein Bad Day werden. Wir haben ja mal gucken. 3, 2, 1. 1. Und? Es gibt... Oh mein Gott, das ist echt ein neuer Skin. Es ist der Libertar. Er ist draußen und... Alter, was für ein geiler Shop heute. Mega Shop. Alter, ich würde... Richtig geil. Das sieht so cool aus. Alter, wie geil. Leute. Ich werde mir das überlegen. Mega geil. Alter. Heftig. Also es gibt einmal den Libertar. Boah. Meine Freundin, nämlich Fischi, Teil des Weltraumforschersets. Mega geil. Ultra cool. Also 2000. Dann der neue Gleiter hier. Die ganzen Abos gerade. Und wir haben... Der sieht so cool aus, der hier. Sehr, sehr geil. Richtig geil. Und Scheren, Stein, Papier wieder. Mega guter Emote. Richtig geil. Leute, schreibt mal rein. Wie jeden Tag. Top oder Flop. Was meint ihr? Wie findet ihr den Shop heute? Schreibt mal rein. Top oder Flop. Kaufen und spielen, Leute. Ich werde ihn sofort kaufen. Und ich werde ihn gleich zeigen. Also bleibt dran. Ich werde gleich mal in-game eine Runde mit dem neuen Skin spielen. Hallo, Nico. Ich werde mal ganz kurz hier noch den Shop zeigen, dass alle Leute, die quasi gerade neu dazukommen, den Shop sehen. Top, top, top. Ich glaube nicht. Leute, ich finde ihn auch echt top. Der Skin ist wieder teuer, aber das ist man ja langsam von Epic Games gewohnt. Oder gewöhnt, dass die Skins sehr teuer sind. Aber mega cool. Freut mich, dass heute was Neues rauskam. Sehr, sehr geil. Und 5000 Zuschauer, Leute. Herzlich willkommen im Stream, ey. Heftig, wie viele ihr seid. Wenn es euch gefällt, lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Wir versuchen heute die 3000 Likes zu knacken. Also lasst sehr, sehr gerne ein Like da auf den Stream, wenn es euch gefällt. Hier jeden Abend ab 23 Uhr mache ich immer Late-Night-Streams und morgens früh stelle ich den neuen Shop dann auch immer nochmal in einem neuen Video vor. Und ja, wenn ihr Bock auf so Streams habt, lasst gerne ein Abo da. Würde mich freuen. Dein neues Skin ist hässlich. Ich weiß nicht, ich finde ihn ganz cool. Ich müsste mal in-game sehen, wie er ausschaut. Ich finde, er sieht eigentlich ganz lustig aus. Ich finde diese Idee mit dem Fisch ziemlich cool. Spitzhacke. Guck mal, ich will den nicht haben. Der Schi-Ski-Schuh. Uh, du hast ihn dir gekauft? Nice. Ja. Ich hole mir auch. Ich zeige ihn gleich, Leute. Hier, 2000 kostet der. Und ich will noch nicht kaufen, weil ich will zeigen, dass die Leute sehen, wie viel der kostet. Sonst fragen die Leute das ganze Zeit. Hm. Wie viel hat der jetzt gekostet? Aber hab ich hier aber nicht. Ich glaube, 2000. Okay, ja, genau. 2000 hat er gekostet. 3000 Likes schon geknackt, Leute. Mega. Riesiges Danke. Leute, an die Leute, die bei mir immer fragen, immer am Sonntag werde ich jetzt ein Fortnite-Abo-Zocken machen. Also, falls ihr mit mir spielen wollt, immer am Sonntag. In der Zeit weiß ich nicht. Immer, wenn ich Lust hab, ne? Aber da mach ich dann immer Abo-Zocken. An den anderen Tagen nicht. Und ich weiß, heute ist Sonntag, ja. Aber ich mein später. So. Ich hab beide gekauft. Epsi oder Deepstakes. Okay. So, Leute. Soll ich jetzt ingeggeben mal den Skin zeigen? Weil sonst fragen gleich wieder Leute, ah, was ist heute im Shop und so drin? Ich könnte mal kurz ein Screen vom Shop machen. Warte, ich mach mal ein Screen vom Shop. Dann. Dann können gleich alle Leute, die danach fragen, denen kann ich das dann zeigen. Weil dann zeig ich gleich den. Den Skin mal ingame. Sekunde, Leute. Ich pack nur noch den schnell als. So. Zack. Dann fügen wir den mal kurz hier als Bild ein. Dann. Bild. Einfügen. Okay. Oh Gott, warte. Wie hieß der gerade? Äh. Vielleicht nicht. Sonntag. Wo ist er? Ist es das hier? Ja, ist es das Bild. Ich nenn's mal. Beste. So. Bilddateien auswählen. Desktop. Hallo. 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 Hallo wahrscheinlich Hugo. So. Oh, wo kommt der? Ah. Dankeschön für deinen Raid. Cool. Freut mich. So. Hallo. Okay, Leute. Wir zeigen den Skin jetzt ingame. Das ist der neue Shop an jeden Einzelnen hier. Und ja. Let's go. Hey, Standardskill. Herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass du da bist. Dankeschön für den Abo. Und Reepo, danke dir. Ich schaue gleich nach, nachdem ich den Skin gezeigt habe. Habe ich den ausgerüstet? Ich gucke mal schnell nach. Ja, habe ich. Okay. Mal gucken, was passt. Ah, nee, egal. Kann ich gleich noch machen. Ich bin von Snogs. Hey, freut mich. So, Leute. Oh mein Gott. Der hat so eine Animation. Das gefällt mir. Ich mache mal kurz alles auf episch, Leute. Ich will hier alle Effekte auf maximal haben. Der hat so ein... Seht ihr das, Leute? Da kommen so Wasserblasen und bewegen sich da drin. Hä? Wie sie mich alle anschauen. Alter, der Skin ist cool. Ich gucke euch in Andro Gaming für die 2 Euro. Dankeschön. Kannst du mich kussen? Fortnite Gaming. Grüße gehen raus. Der Skin ist... Leute, wie findet ihr den Skin? Schreibt mal. Wie viel kostet der Gleiter? Äh, 12... Also 1200. 12 Euro. Danke, ein paar Krannix für die 2 Euro. Danke dir. Nee, ja. Type is team. Und Alexander, ich grüße dich. Wie geht's euch? Gut, und euch, Leute? Alles gut bei euch? Danke für dein Abo. Mega nice. Lass uns hier zum Ding sehen. Leute, ich öffne jetzt mal den Gleiter schon ein bisschen früher. Hier seht ihr den neuen. Der ist jetzt... Oh mein Gott, er hat auch so ein... Wie nice. Ich öffne ihn ein paar Mal, Leute, für euch hier. Für den Gleiter aussehen. So, der sieht schon echt cool aus. Lieber, du bist so hoch. Achso, ja. Ich zeigte gerade die Animation immer. Vor allem die... Ich finde es gut, dass die Flüge sich so ein bisschen drehen, je nachdem, wo man sich hinbewegt. Okay, so, ich werde weiter runter. Ich weiß nicht, ob hier jemand drin ist. Aber ich hoffe... Leute, schreibt mal top oder flop, wie ihr den Gleiter findet. Und danke für die ganzen Abos, die gerade reinkommen, Leute. Noch acht Abos zu den 83.500. Ja, ich bin noch nicht mehr gelandet. Leute, noch acht Abos. Falls hier jemand da ist und ihr gerne so Late-Night-Streams seht, lasst sehr, sehr gerne ein Abo. Da würde mich freuen. Oh, unter mir ist es dann. Ja, ich bin tot. Ich bin nicht da. Komm, zeig dich. Los. Ich habe ihn genockt, okay. Top, top, top. Also, die meisten Leute finden den top. Ich finde ihn auch sehr geil. Hey, Teilzeit-Noob. Wir wollen mal zusammen zocken morgen gern. Ja, herzlich willkommen an jeden Einzelnen, der hier gerade da ist. Du freut mich mega... Oh, sch. Ich muss ein Pettchen, wenn du dich so einstehen. Oh, ist ja traurig. Er hatte keine Waffe, deswegen... Also, keine bessere Waffe. Tut mir leid für ihn. Sorry, mate. GG. Also, das kann es wieder komisch aus, als ich bin. Ja, ich finde ihn erstmal mobil. Leute, ich finde ihn den Skin... Also, warte, ich stelle mich mal kurz hier nah ran. Dann kann man den so... Der hat so Blubberbläschen da drin. Und im Tank hat er auch was. Sieht irgendwie schon echt lustig aus. Gute Nacht, Dana. Generell ist der Shop heute flop. Also, ich finde den Skin ganz cool. Ich weiß aber nicht, ob er 2000 wert ist. Also, ich finde... Die Farbe ist ja noch geil. Ich mag die Farbe einfach nicht so. Leute, würdet ihr den... Schreibt mal rein, ja oder nein. Würdet ihr den Skin in einer anderen Farbe besser finden? Schreibt es mal rein in den Stream-Chat. Ich finde... Ne, ich finde, das wird nicht passen. Also, ich meine... Das passt schon ganz gut zu dem coolen Ausgesehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, in Lila oder so hätte er cool ausgehen. Der noch... Es soll ja so ein Außerirdischer sein. Und ich glaube, dann hätte er es noch... Noch stranger ausgesehen. Danke schön für den Abo. Ich finde... Also, ich finde die Farbe ist so ein bisschen blass. Dadurch hat es so wenig Kontrast. Der Skin hat so komplett eine Farbe. Weil dann würde sich die Kugel oben mehr abheben. Genau, aus der Distanz sieht es so eine Farbe nur noch aus. Das hätte ich persönlich besser gefunden. Also, ich mag die Farbe, schreibt Marcel. Ja, ich mag die auch. Ich würde sie auch so lassen. Ich finde es ganz krass. Ja, sie sind dunkelgrün und schwarz. Ja, orange ist wahrscheinlich manche. Aber schreibt mal, welche Farbe ihr gut gefunden hättet. Und habt ihr abonniert. Danke, Leute. Danke an jeden Einzelnen, der hier gerade abonniert hat. Wenn ihr abonniert, dann wird euch oben links natürlich auch der Name angezeigt, wenn ihr das eingestellt habt. Also, ich versuche auch, die ganzen Abos hier zu grüßen. Möglichst viele davon. Deswegen riesiges Danke an jeden Einzelnen, der gerade hier ein Abo dalässt. Freut mich riesig. Ja, du darfst nicht in den Cap schreiben. Und lasst uns mal weiterlaufen zu XXLutz, Leute. Der große rote Stuhl. Der Kleider kostet 12 Euro, also 1200. Genau. 2000 kostet der Skin hier und 1200 kostet der... Danke für dein Abo. Ihr könnt meinen Zuschauer kommen selbst. Und danke XBreen für dein Abo. Danke. Und Jan-Jan Zock, danke für die ganzen Abos hier gerade reinkommen, Leute. Riesiges Danke. Und... Ja, Meeresblau. Blau, lila, grün, lila. Grün, blau. Also, es läuft immer auf grün, blau, lila aus. Äh, was ist im Shop, Leute? Ich zeige den Shop hier. Ich habe es gespeichert. Und hier, das ist heute im Shop. An jeden Einzelnen, der gerade neu dazu gekommen ist. Herzlich willkommen erst mal. Und das ist der Shop vom heutigen Tag. Zack. Es gibt jetzt eine Annehnung aus dem Film Megamind. Guckt es mal nach. Stimmt. Stimmt. Ich habe... Ich hatte schon mal, äh... Gestern ein Vergleichsbild gesehen irgendwo. Oh Gott. Ich glaube, das geht wirklich in die Richtung. Habe ich aber nie gesehen. Leute, wer hat von euch den Film Megamind gesehen? Ich nicht. Ich zeige euch mal die Einzelnen. Ich weiß nicht, ob ich was verpasst habe. Zack. Oh, ein Automat. Aber nichts anderes. Ich hatte ja auch nicht so. Aber auf den Stuhl. Aber an irgendwen einen hat mich das Kind sowieso. Aber ich glaube nicht an den Typen. Hoppala. Was hast du gemacht? Ich habe gerade aus Versehen eine Kiste gesprengt. Nicht schlimm. Bitte nacht, Fluxi. Grüße bitte eh den. Ich grüße dich. Leute, ich mache mal kurz eine Grüße-Runde. Schreibt mal alle euren Vornamen rein. Dann grüße ich mal kurz alle neuen Leute. Herzlich willkommen auf jeden Fall im Stream an jeden Einzelnen. Freut mich sehr, dass ihr alle da seid. Richtig krass. Es sind aber noch zweieinhalbtausend Zuschauer, Leute. Herzlich willkommen. Um die Uhrzeit. Heftig. Oh, hier ist es ein Boyd für dich. Nice. Tim, Connor, Fabian, Mathis, Erik, Justin, Ben, Thomas, Max, Michi, Julian, Enrico, Jakob, Ada, Matthias, Vincent, Paul, Hanno, Joshua, Florian, Anthony, Noah, Benny, Lukas. Grüße gehen raus an euch alle. Herzlich willkommen im Stream. Oh, äh, in den Runden drin. Aber Mustafa, Enrico, Fabio, Emanuel, Tom, Ben, Noel, David, Liam, hm? Da ist einer. Du läufst auf jemanden zu. Das ist jemand? Ich schau grad in den Chat. Ah, ja, da. Abhin. Oh, da kommt's, kommt's in einem Maid. Bist zum Stankchen, Lukas. Kann du, ne? Ah, stimmt. Oh nein, da ist noch jemand. Oh, da kommen noch mal andere. Komm, das sind, das sind, das sind keine Mades. Die haben den gepinselt, den ich gelockt habe. Den habe ich, den habe ich. Herzlich willkommen an jeden Einzelnen hier. Ich habe keine mehr T-Rills mehr. Seit einer Woche ungefähr zu Hause. Oh nein, da kommt er. Ich habe keine mehr T-Rills. Ich habe den neuen Dino noch nicht gesehen. Ich kenne nur diesen männlichen. Ja, schütt den ein. Komm, ich muss nicht leider finishen, Typ. Ich brauche mehr T-Rills, sorry. Nicht, dass er dich hört. Ein von denen ist so gut tot. Ich habe jetzt so müde. Er ist fast so. Den kannst du fluchen. Oh nein. Oh nein, das. Ja, ich habe nicht gesehen. Es war so dunkel. Er stand genau vor dem Ding. Ja, der ist da oben drin. Er ist slow. Er ist hier. Stell dich wohin? Stell dich hier hin, wo ich bin. Stell dich hier hin, wo ich bin. Genau hier. Ah, ja, rutsch runter. Er ist rausgegangen. Wo ist er? Er kommt hoch, er kommt hoch. Er ist oben drauf, er hüpft auf dich. Nur Aketenwerfer, what the fuck? Ah, er ist gut gemacht. Puh, vier Kills schon. Ich finde schon, dass der auf jeden Fall irgendwie Innigkeiten mit dem Stream ist. Joris, Fabizio, Saman, Alex. Grüße gehen raus an Jerome, an Marvin. Herzlich willkommen im Stream. Ich möchte, dass ihr da seid. Warte, ich bitte gleich was. Sag mal bitte, Chris, er soll seine Einstellung zurück machen. Ja, okay, ich kann. Ich spiele gerade halt mit High-Settings, Leute, damit es ein bisschen geiler aussieht, wenn ich den Skin hier zeige. Aber so sieht der schon cool aus hier, so im Dings da. Sieht schon nice aus. Ah, ich hab dich schon noch. Neuer Skin? Ja, Leute, neuer Skin. Ich hab hier noch Tränke, wenn du magst. Danke dir. Guck mal. Ja, ich hab auch noch keine Shields. Hast du einen großen, Nina? Ja, hier liegt so viel Stuff. Wir sollten... Äh, da lag noch ein großer. Hier liegt noch ein großer. Magst du die Raketen erfahren, oder? Wir müssen halt richtig weit, also wir müssen uns beeilen. Ähm. Nee, eigentlich nicht. Ich, ich nehm gerade mal lieber die Taktiker mit. Hier liegt der große, ne? Mal sehen. Aber irgendwie erinnert die mich auch ein bisschen an Sandy. Kannst du die hier nehmen? Guck mal, nehm du mal die. Oder Spongebob, wenn die... Die was? Stimmt. Stimmt. Sandy aus Spongebob. Grüß dich, Bella. Bella. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Was hast du da hingelegt? Ah, warte. Oh, warte. Ich wollte hier den, den Linkser geben. Leute, ich bin hier nicht der, der Grüß-Account. Da liegt noch ein großer Shield, was? Ah, warte, ne. Ich nehm lieber die. Also, wir laufen. Ja. Sonst sterben wir eh. Gute Nacht, Lisa. Nur ein Gruß. Dominik, Steven, Niklas, Michael, ich grüße euch alle. Herzlich willkommen im Stream. Freut mich, dass ihr alle da seid. Wir müssen selber, oh Gott. Wir müssen selber. Mhm, wir müssen richtig sein. Also, ich laufe hier. Ich hole hier das Magic, weil sonst schaue ich das nicht. Hey, herzlich willkommen an jeden einzelne Neuen hier im Stream. Du machst keine Community-Runde. Doch, Leute. Ich mache alle paar Tage mal Community-Runden. Was bringen diese Freunde? So ein, zwei Mal die Woche. Und man sieht dann halt, wie lange man zugeschaut hat. Und das ist echt interessant. Und hilft mir auch, wenn ich zum Beispiel einen Mod brauche. Gute Nacht, Dani. Und gute Nacht, Leinart. Und Heilux Flair. Hey, wie lange streamst du noch? Ah, ich werde noch ein paar Runden spielen auf jeden Fall. Immer Late Night streamen. Leute, ich stream jeden Abend von 23 Uhr an. Immer bis so 3 Uhr. Manchmal sogar bis 4 oder 5 Uhr. Also, wenn ihr Bock auf so Late Night Streams habt. Aber ich stream auch, ich habe auch vorhin schon, äh, 2, 3 Stunden gestreamt. Heute Nachmittag. Also, jeden Tag ein bis zwei Videos. Jeden Tag ein bis zwei Streams. Wenn ihr Bock habt, lasst gerne ein Abo. Da würde mich freuen. Road to 84.000 Abos, ey, Leute. Es ist so crazy, wie es abgeht. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Ich freue mich, dass ihr da seid. Komm aus der Schweiz. Äh, kommst du mal in die Schweiz, hat er geschrieben. Äh, ja, ich würde gerne mal wieder Berggulob machen. In der Schweiz oder Österreich. Hätte ich mega Bock. Hallo in Österreich. Baby, bis bald. Ne, mit Absicht in die Schweiz. Nur damit ich Jess und Dom nicht begegnen muss. Äh, ne. Ich meide die jetzt ab sofort. Ich komme nie wieder nach Österreich. Wegen euch. Bis ihr raus seid aus Österreich. Das sind einfach drei von deinen besten Freunden, wo ihr dann einfach in Wien... Oder in Österreich. Ich kenne keinen. Kann auch gehen. Das ist doch nur Spaß. Nee. Wer Friendly Fire anhat, dann würde ich dich killen. Oh, da hinten sind Leute. Links baut jemand. Mhm. Ah, so gesund. Wie geht's dir heute, Jessi? Ganz gut. Außer, dass mich jeder ärgert hat. Ich hab die Boltball über die weggeworfen und den Akkretwerf mitgenommen. Ich erzähle mich mal ganz kurz hier. Was ist Rockets übrig? Danke für dein Abo. Ja, genau deswegen... Deswegen erinnert mich der Skin ein bisschen an Sandy, aber irgendwie auch nicht, weil bei Sandy war das ja umgekehrt. Sie hatte Luft gebrauchen, kein Wasser. Ja, aber trotzdem. Auch der Anzug sieht irgendwie aus wie Sandy. Ja, Nick wird hundertbrunner schlafen. Hm, Luxflare, ich hab keine Ahnung. Ich muss mal gucken, was es da für neue Skins gibt. Ich glaub, die Buddies haben das auf Twitter gepostet, die neuen Skins, ne? Die... Das muss ich euch glauben, ne? Mhm. Ich glaub schon. Hm, ich mach mal kurz die Web an. Auf dem Porto vor Dorf, glaub ich. Also, den hier, denn der kam ja jetzt raus. Der ist hässlich. Den... Oh, ja, der ist da drin. Der ist da drin. Aber ich glaub, der ist nicht da drin. What the fuck? Alter, ich hol das so krass gedamaged. Das ist so cool. Oh, wie süß. Ja, tatsächlich, das ist der, 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 der... Wie ist aus. Alter, der hat auch mal so ein Porto vor Ort. Oh, nein. Mein bisschen ist der Hasenskin. Wo ist der? Wahrscheinlich sind hier viele Teams. Ach, da sind richtig viele. Oh, die fighten auch. Ja, die fighten. Die fighten alle. Nein. Ist noch mehr? Oh, der bewegt sich doch nicht. Oh, grüß mal Bela. Er moved, er moved, er moved. Er hat auch den neuen Skin. Er hat den Shield, der hat auch so drauf. Der hat einen geraisen da. Ich hab ein bisschen Angst, dass hinter uns noch Leute sind. Ja, es sind noch welche. Sorry. Das ist gerade ein bisschen intens. Nein. Ich hab nur noch zwei Rocklots. Das ist ein Tod. Was muss da fahren? Ich hab echt keine Ahnung. Es leben nur noch so wenig, Leute. Oh, nein. Hör doch auf. Oh, nein. Danke für dein Abo. Ich wohne noch nicht in Österreich, aber ich werde nach Wiesen. Momentan wohne ich noch in den Herzen gehen. Hab ihn. Ich push ihn. Ich hab keine mehr T-Rails mehr. Wir müssen pushen. Hat der auch einen Dixer? Ah, ich hab wieder mehr T-Rails. Hä, was? Ich hab schon gesagt. Hab ihn. Tor geht das. Hab ihn. Ich nehm mir ganz schnell die Sachen hier. Der Sturm hat mich. Ja. Ich kann dich nicht retten, oder? Nee. Ich kann dich nicht retten, Dom. Es tut mir so leid. Meinst du echt nicht? Nein, nein. Ich der habe 100%, wenn ich's mache. Okay. Weil die Border macht gleich 5 Damage die Sekunde. Ah, stimmt. Und er schießt noch auf mich. Es tut mir leid. Ich hab das... Ich würde es wirklich machen. Aber ich würde auch dir sagen jetzt, dass du mich einfach zurücklassen sollst. Komm, warte fort, Uwe. Danke für deinen Follow. Gerade ist er nicht mitzocken. Aber morgen kann man mitzocken. Oh nein, ich bin sowas nur tot. Wo ist er? Da kommt er. 7 HP hab ich. Okay, ich bin tot. Oh, 6 Kills, egal. So, Leute, ich zeig den Shop wieder. Chris, grüß mal Bela. Bela, grüße gehen raus an dich. Grüß mich bitte. Heiße, Gabriel. Warte, noch nicht. Ready machen? Genau, ich will ganz kurz hier den Shop zeigen. So. Ich zeig ihn auch mal. Welchen der neuen Skins findest du am besten? Ähm, ich würde sagen, ich finde die Dino-Frau am coolsten. Die da schon geliebt wurde. Leute, soll ich mir den Skin hier auch holen? 12 Euro sind halt echt viel. Aber ich finde den Skin eigentlich ganz cool. Ich überlege es mir noch. Also den, den überlege ich mir noch. Bin ich mir noch nicht sicher. Ich finde den so ein bisschen komisch. Vom, vom. Wenn er einen Rucksack hätte, wäre das geil. Das wäre gut. Platz 1 in den Live-Transite. Ob? Glaube ich nicht. Willkommen im Stream. Verdienst du viel mit YouTube? Ich würde sagen, als Nebenverdienst, ja. Ich habe noch nicht so viel, aber ich kann ihn trotzdem gerne mal zeigen. Leute, schreibt nochmal rein. Hashtag Top oder Hashtag Flop. Was meint ihr Shop heute? Eure Meinung mal bitte in den Stream-Chat. Ich glaube, ich bin in dem den hier mal. Ich glaube, der passt besser zu ihm. Dann das hier. Hier sind meine Spitzhacken. Ansonsten. Das. 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 Top, top, top. Die meisten finden den Mut, okay. Ich zeige hier nochmal ganz kurz den. Für mich hat eine Person das nur geschrieben und sie hat Flop geschrieben. Aber ich finde den so cool. Schimmst du heute Mittag wieder? Mittag weiß ich nicht, aber auf jeden Fall stümig. Michael, ich glaube, Chris kann einfach nicht alle grüßen. Aber ich grüße ihn gerne mal, wenn du möchtest. Oh, leid nicht? So. Sorry, ich musste ganz kurz da schreiben. Kannst du mich grüßen? Tom, ich grüße dich. Michael, grüße dich raus. Sorry, ich habe gerade ganz was gelesen. Ich glaube, jetzt kommt nicht zu mir in den Stream, um zu fragen, ob er euch grüßen kann. Ich bin nicht dafür da. Ich bin nicht seine Sekretärin oder so. Hi, NXT. Gute Nacht, Arma. Grüß dich, Snickers. So. Zack, wir spielen auch eine neue Runde, Leute. Kannst du mich grüßen? Flix, ich grüße dich. Herzlich willkommen. Und Grüße gehen raus an jeden Einzelnen. Freut mich, dass ihr alle da seid. Und Steven, danke dir. Danke für deinen Support. Er schreibt, er schaut sich seit vier Wochen und liebe deine Videos und Streams. Bitte grüße dich, Steven. Ich grüße dich. Herzlich willkommen im Stream nochmal. Und ja, freut mich, dass du dabei bist. Kannst du mich grüßen? Fortnite sucht die Fan. Ich grüße dich. Glaubst du, der Farbbomber ist noch in den Shop? Ja, der kommt immer wieder. Farbbomber ist der, der, glaube ich, gefühlt am häufigsten. Aber er kam ja jetzt erst, oder? Ja, kommt der wieder. Der Farbbomber ist gefühlt alle drei Tage im Shop. Also, ich bin ein bisschen übertrieben, aber der ist wirklich häufig, Leute. Der Farbbomber. Aber es ist auch gut, dass es gibt. Da habe ich vorhin schon drüber geredet, habe ich gesagt. Ich glaube, da das ja das Ritter-Thema aus der zweiten Season war, schätze ich unwahrscheinlich. Also, ich denke eher nicht. Oh, kann. Okay, lass uns. Lass uns nach Breezy Groove gehen. Nicht schlimm. Kannst du mich grüßen? Milan, ich grüße dich. Ich will mich auch nicht dazu zwingen, wenn ich dann doch keinen Bock habe. Endlich gefunden, ne? Wie gefunden. Kannst du mich grüßen? Monja, ich grüße dich. Herzlich willkommen im Stream. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Was ist dein Lieblings-Skin? Schwierige Frage. Mein absoluter Lieblings-Skin. Ich habe immer nur mal so einen temporären Lieblings-Skin. Aktuell ist es wieder mal der, der Reaper-Skin. Aber das, das wandert sich. Leute, schreibt mal rein, was euer Lieblings-Skin aktuell ist. Mit dem ihr am liebsten spielt, falls ihr einen habt. Einen Lieblings-Skin. Was war das Thema der ersten Season? Weiß ich gar nicht mehr. Da gab es gar kein Bett, was oder? Nicht? Wenn du sie mal im Haus. Wenn du siehst. Ah, nee, das ist Chris. Aber hier läuft nicht trotzdem jemand, oder? Ja. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Er finischt mich. Chris. Ich habe ihn schon. Ich habe ihn schon getötet. Aber er hat mich doch nicht getötet. Nee, ich habe ihn schon getötet. Es ist noch einer. Es ist noch einer. Oh nein. Ich habe auch einen. Oh nein. Ist einer neben mir, Dom? Ja. Ah, ich hätte getötet. Ich glaube, der finischt. Nee, mit anderen sind gefinischt. Hey, Geilmatama. Willkommen zurück. Folgt mich. Alter, bin der Kopf. Kannst du mich bitte grüßen? Okay, cool. Ich grüße dich. Oh, der stand einfach hinter dir. An der Wand. Toxie, wenn... Ach, das sind zwei Leute, die in den Dreckshaus... Ja, ja. Ich glaube, ein bisschen spät. Das ist nämlich der weibliche Hasen. Aber nicht schlimm. So, ready. Dann hätte ich Ihnen noch so eine rote... Eine rote Flagge. Rote Flagge. So eine rote Schleife. Um den Hals gebunden. So wie bei meinen Minecraft-Skin. Gute Nacht, Walks. Grüß dich, ProGamer. Und hallo. Und das hier, Leute, der neue Shop von heute. Kannst du mich grüßen? Heißt du Martin? Klar. Martin, grüße gehen raus. Kennst du noch Lenny? Yes. Kannst du mich bitte grüßen? Keks Face. Grüße gehen raus. Das geht niemandem an. Bei Geben. Voller zu. Gute Nacht. Schlaf gut. Fällt mich sehr, dass du dabei warst. Leute, falls ihr noch keinen Like da gelassen habt, könnt ihr das ja gerne tun. Schreibt mal bitte rein, wie viele Likes der Stream gerade hat. Also die gefällt mir Angaben. Schreibt es gerne mal rein. Ich kann das mal nicht sehen, wie viel Daumen nach oben der Stream hat. Das steht leider nicht im YouTube-Livestream-Dashboard. Also schreibt es gerne mal rein, wie viele Likes der Stream gerade hat. Kannst du mich grüßen? King, cool. Grüße gehen raus. Ist euch auch gefallen, dass bei dem Skinner am Kopf so ein Lack ist? Und dass da so ein Pflaster drauf ist? Ja, so ein kleines Pflaster ist da drauf. Sieht cool aus. 3.400 Likes schon. Mega krass, Leute. Vielen, vielen lieben Dank. Warum bist du kein Schweizer? Wütender Smiley. Sorry, da kann ich doch nichts für. Also schon. Ich könnte jetzt in die Schweiz auswandern. Lass uns hier oben hingehen. Ich könnte in die Schweiz auswandern, aber das hatte ich aktuell noch nicht vor. Obwohl die Schweiz eigentlich ein echt cooles Land ist. Wie lange machst du schon YouTube? Jetzt knapp zwei Monate? Adam, ich glaube heute eher nicht. Vielleicht Tage mal. Ich bin auch Schweizerfriede. Hey! Dann grüße an alle Schweizer. Äh, ehrlich gesagt, weil ich fast nur noch ein Spiel momentan. Also mir ändert sich das ab und zu immer mal wieder. Und ich bin jetzt wieder zurück in Minecraft, aber ja. Raylo, grüße gehen raus. Herzlich willkommen. Oh, da sind einige gelandet und ich bin richtig schlecht geflogen. Oh ja, eigentlich auch. Ich bin jetzt in einem Duden geschlapft, das war's. Ich brauche unbedingt... Materia hier hin. Lagerfall, wie läuft jemand da nicht? Ja, aber nur sind fünf drin. Mit dem Scheiß... Mit dem Scheißkin. Oh! Was? Er ist unten. Du wolltest mich töten. Du bist gestraft. Oh. Siegt hier irgendwo? Wreckt, ey. Hey, kann ich die Bandage nehmen? Nö. Danke. Danke dir. Kannst du mich grüßen? Pascal, ich grüße dich. Shop, hier Leute, ich zeig den Shop mal ganz kurz. Ich blende den mal ein. Ich hab mich vorbereitet und hab hier die, äh, während ich mir hier die Bandagen gönne, zeig ich kurz den Shop. Das ist heute neu im Shop. Ich hab das als Screen gemacht, also wundert euch nicht, dass es quasi nicht live hier ist, sondern das ist einfach der... der Screen vom Shop heute. Das ist neu. Gebt noch jemand? Zack. Und weiter geht's. Keine Ahnung. Ne, ich hab zwei bekommen. Ich find's wirklich lustig, dass der Kopf so halt so leicht schwebend ist, ne? Seht ihr das, Leute? Hört so dieses... Kannst du mich bitte, 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 bitte grüßen? Das sieht irgendwie lustig aus. Oh, ich hab ne Nation vergessen. Trex, schau ich direkt nach. Tut mir leid. Und zwar hat, äh, Trex geschrieben, äh, ich verspreche dir, dass ich den Steam zu Ende schauen werde. Ich gönne mir morgen den Gleiter, finde ihn besser als den Skin. Ja, ich find, der Gleiter ist auf jeden Fall mega. Den Skin find ich so, okay, ich hätte vielleicht in einer anderen Farbe ein bisschen, persönlich. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Die Space Glider sind generell, finde ich, extrem cool. Mhm. Stimmt. Mr. XXX, äh, ich mach ab und zu mal Community-Runden, so ein, zwei mal die Woche, Maximum. Äh. Und, und, äh, ja, wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal bei den Community-Runden vorbei, dann mach ich Zuschauerzocken. Dann können wir mal zusammenspielen, wenn ihr wollt. Das ist ein Fisch, oder? Ja, das ist ein Fisch. Ja, hier, warte ich, hab ich irgendeinen Emote, von dem ich... Das ist jetzt so geil, was? Ja, für Verlosungen und sowas. Wie fährt das Skinnen kostet? Der Skinnen kostet 2000 V-Bucks. Hast du eine PS4? Ja, ich spiel's bald auch mal auf PS4, sobald sich PlayStation gemeldet hat. Sagt dann, Leute. Warum, wenn ich... Achso, willst du die Gespann dazu kommen, oder was? Nein, nein. Ich hab Probleme mit der... Also, was heißt, mein Account hat, äh, ein paar Bugs mit der Synchronisation von... von PlayStation Network, und... Ja, die... Ich hab schon mit dem PlayStation-Support telefoniert, und die haben halt ein paar Probleme da, und, äh... versuchen, das zu beheben. Sobald sie das geschafft haben... Können ich dann... auf der PlayStation mal spielen. Kannst du mich bitte grüßen? Zeutrax.de Grüße gehen raus. Im Tarn arbeite ich nicht. Ich fang meine Ausbildung im August an. Grüß dich, Realize. Warte mal in den Ausdruck. Kannst du mich grüßen? Daniel, ich grüße dich. Ich soll dich von... E-Ray grüßen so. Oh, da ist jemand! E-Ray. Uh. Ja, Mann. Hilfe! Genau. Wir rennen auf dich zu. Nein. Komm, komm, zeig dich. Ach, solcher Asus, ey. 13. Ben, wir uns was sofort annehmen. Sag nicht, was ich für eine Ausbildung anfangen. Ist ja auch nicht wichtig. Ich... 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 Pusch mal drauf. Ich bin nicht gefroren. Hm. Wir müssen ins Haus reingelaufen. Ich kann nicht die ganze Zeit in meinem Chat schauen. Dach. Oh, du bist schampt. Hatten... Fett... Nein. Und beide. Nice. Nein, ich werde dir jetzt nicht laut irgendwas sagen, wenn die Nachbarn schlafen. Brauchst du Bandagen oder Tränke? Jo. Ich will mal Fortnite momentan richtig Bock eigentlich machen. Ich spiele nicht momentan nix anderes mehr. Ich bin auch richtig glücklich wie am Stream des Films. Hören wir hier kurz ein Shield ran. Alles gut, Franz. Steven, bitte nicht spammen. Wir können uns aus dem Gommel-Team. Ist hier noch irgendjemand oder warum brauchst du so viel? Es ist ganz lieb von dir, Steven, aber... Bitte nicht spammen, danke. Oh, ein blauer Automat. Rahmengleiter ist trotzdem der beste... Ja, der Rahmengleiter ist schon geil. Das stimmt. Der ist ziemlich sick. Der ist echt geil. Ich bin hier nicht noch davon irgendjemand anders gefunden. Oh, Mr. Bratkartoffel ist wieder da. Hey, herzlich willkommen. Es ist immer lustig, so... Bekannte Leute, die ich schon so oft gesehen habe, immer wieder im Stream zu sehen. Freut mich sehr. Grüße gehen raus. Wo wer? Wo seid ihr gelandet? Ich bin gerade dazu gekommen. Bist echt sympathisch. Richard, danke dir. Und erstmal herzlich willkommen. In meinem Screen. Und, äh, hier gelandet. Da oben. Vielleicht, ich habe gleich den neuen Screen. Aber ihr seht gerade sowieso den neuen Screen. Von hinten zwar nur. Kann ja nicht vorgehen gerade. Warte, 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 warte. Dann kannst du mit mir gehen. Dann kann ich so einen Showcase machen vom Soundscreen, okay? Bleib mal stehen, Chris. Bleib mal stehen. Chris. Da, Leute. Da, Leute. Eigentlich machen wir ein Dance. Was machen wir? Wir machen... Alter. Welchen Emote findet ihr am besten? In 9. Mein insgesamt Lieblings-Emote ist, glaube ich, der auf Proletz. Von Kick. Alter, der Arsch. Kick. Hahahaha. Einen wunderschönen Rucksack. Den neuen Louis Vuitton VE Supreme Hoodie hat er an. Und ein Goldfisch. Vor allem, wie funktioniert das? Ich meine... Ja, wie hat er den Körper? Genau, wie bewegt er den Körper? Es ist ja nur ein Fisch. Den hat er den Arsch, vor allem. Dick. Oh, 19 Toto. Ah, wuh, wuh. Hier vor uns. Kein Shield. Das ist ja nur ein Low Shield. Wie teuer war diese Hacke? Die Hacke hat, glaube ich, 1500 gekostet. Rechts ist noch. Rechts, 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 rechts. Zwei. Einmal krieg ich den. Oh, nice. Es geht irgendwie nicht so gut. Ich find die... Ich brauch leider hier ne... Jetzt nachlanden alles. Ich find... Kein Christoph, der ist in der Hände. Das Rumpelkorn. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das Problem mit dem Problem ist, sein Impuls. Es ist egal, wie das einstellt. Es ist immer international. Also natürlich... Oh, nein, nein. Oh, falsche Taste gedrückt. Gunlock. Nice. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Das tut mir so leid, Dom. Ah, ist der tot? Er war da rein zum Glück. Okay, aber hier ist noch jemand da. Irgendjemand snap mit nem Crossbow. Da kommen drei Leute. Vier Leute. Ja. Auf hin. Mein Freund. Du bist gleich tot. Oh, schock. Da schien wir einer unten von mir da. Da war ein Knock. Da war ein Knock. Da war ein Knock. Dankeschön, Elson. Der letzte. Und ich schläge manchmal so durch die Dichs, was du ich. Warte, kommt er? Er kommt. Und... Down. Was? Acht Kills, du? Das war gut gemacht. Echt nice. Mein Kakao ist alle. Leute, mein Kakao ist alle. So. So, zuck. Ja, ich bin nicht besser als Don. Mindest du nicht, dass Fortnite ein brutales Clash ist, was dich zum Eil-Aten-Täter macht? Äh, bist du Portugiesin? Ja. Ach, Portugiesin. Ähm. Ich find's generell lächerlich, dass immer so, äh, immer so, äh, immer so, ähm, ja, du bist schon, ähm, äh, dass das Clash-Spiel immer so abgetan werden, als würden Kinder dadurch, äh, irgendwie, äh, Killer werden. Weil ich glaub, jemand, der wirklich dazu entstande ist, Leute umzubringen, hat einfach nur, hat psychische Probleme und wahrnehmt. Ja, das ist so wie, Selbst mal ne Tanze, die über 50 ist, die hab ich das neulich geredet und die meinte auch, dass das Clash-Spiel ist. Ja, das ist einfach halt, keine Ahnung, das ist ein Vorurteil, was erstens gar nicht stimmt, weil letztens gab's so wieder diese Studie, dass, äh, von den ganzen, von irgendwie 90% der Leute, die solche Gewaltverbrechen begangen haben, haben, äh, von 90% der Leute haben gar keine Computerspiele oder so gespielt, ne? Deswegen ist, das ist nur so ein, so ein Vorurteil. Das ist so wie, keine Ahnung, ja, warum guckst du Filme an, wo, keine Ahnung, es gibt so viele Filme, ja, alleine, kennt ihr Stirb langsam, also Die Hard oder keine Ahnung, nehm, nehm irgendeinen Film, nehm mir Herr der Ring oder Harry Potter, ja, da ist auch Gewalt zu sehen und, das ist, Da unten ist jemand, da unten ist jemand, zwei, Ja, lass laufen, das ist halt einfach albern. Laufschießen? Ne, noch nicht. Äh, jetzt. Achso, ja, den müsste ich mitrausen, aber ich... Wir sind alles sooo schrecklich low. Ja. Ah, was? Als ob du den geholt hast. Headshot. Headshot mit der, mit der Science-Piste macht halt richtig viel Damage. Ich hab halt auch einen Headshot gedrückt, ja. Hat der denn noch einen großen Shitrank, einer von denen? Dankeschön für den Abo, ich bin auch halb vor der Wiese, uuuh. Dankeschön für den Abo. Noch halb vor der Wiese, liegt ne goldene Skar. Leute, warum auch immer zwei... Alter, was hatten die für Stuff, ey, what the fuck? Insane. Dim, 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 dim. Ja, Adrian, äh, tut mir leid, ich, ich schau gleich mehr auf den Chat. Ich versuch ganz kurz, die Runde jetzt hier zu gewinnen. Grüß dich, Graf. Ich versuch zu gewinnen, Karina. Dann viel Spaß beim Sterben. Und, äh, Reboy hat ja nochmal, äh, 10,99 Euro geschrieben. Hast du mal Lust, mit mir zu streamen? Ähm, aktuell stream ich ja nur mit, mit, äh, ja halt, Bekannten und Freunden. In, in, in den Zuschauerrunden gerne, aber, äh, ich stream nur mit Leuten, die ich halt schon ein bisschen besser kenne, aber wenn man sich kennt, dann, ja, ich hab's gesehen, aber hier direkt vor mir, direkt vor mir der Pushtour. Ja, ich mach die bei ihnen. Ey, gut, du schaffst's, aber ich mach gerne, wenn du gerade nicht so. Ah, 16. Ah. Auch wenn ich das nicht schaffe, den's gehen, hätt ich nicht gern. Hammer. Ansonsten. Let's go, let's go, let's go, let's go. Das wird spannend. Mann. Wo kommst du denn? Das ist eine. Nee, egal. Nee, ich bin schon da mal so gestorben. Dankeschön. Klaas. Du hast den, der Torstk alt gesnappt. Weißen du? Er weiß nicht, wie du. Weiß. Nein. Es tut mir leid. In, ja, oder? Der ist schon cool, aber ich hasse, dass jeder mit ihm spielt. Hm. Und auch wenn ich das nicht schaffe, ich find jetzt hier den Skin gar nicht so schön. Oh, geil. Denn der erinnert mich an irgendjemanden, in irgendein Schauspieler. Ey, das ist... Damn. So, warte. Du, das... Nein, nein, nein. Oh. Du bist der größte... Nein. Oh. Puh. Das war ein bisschen gerade... Ein bisschen risky. Oh mein Gott, ey. Puh. Konzentration, Konzentration. So. Kannst du mich grüßen? Michael, ich grüße dich. Herzlich willkommen im Stream. Ich möchte, dass ihr alle da seid. Oh. Warenrichtung tilted vermutlich, ne? Ja. Das sind die letzten. Noch. Drei andere. Ich bräuchte halt noch Schilde. Damit sich ich hatte mich nicht an den erinnert, auch wenn er ihn echt nicht... Ich glaube, ich... Nehme ich die Minis mit, oder? Grüß dich, Steven. Ich glaube, ich nehme die Minis mit. Oder nehme ich die Minis mit? Schwierige Entscheidung. Schwierige Entscheidung. Oh, das habe ich nicht gecampt mit den Minis mit. Ja. Bitte, ne? Hinter dir, hinter dir. Ja, Leute. Wuhu. 16 Kids gewonnen. Nice. Geile Runde, würde ich sagen. Wenn ihr euch gefallen habt, lasst unbedingt ein Like da. Würde mich mega freuen. Ich mag den Mod. Oh, das war gerade volle Konzentration. Wohl gemacht. Danke dir, Michael. Kannst du mich grüßen? Das ist cool, Monster. Müsste gehen raus. Jetzt kann ich auch wieder mehr auf den Chat achten, Leute. Tut mir leid, dass ich gerade nicht so viel auf den Chat geachtet habe. Während ich dann konzentriert bin, versuche ich immer... Ja. Voll Fokus aufs Gameplay. Nice. Das war doch eine geile Runde. Shop. Ja, Leute, ich zeige den Shop direkt. Hier. Zack. Gegenstand Shop. Hier ist er. Das ist der Bonbon-Tanz. Wie lange kann ich leider nicht sagen. Ich kenne bis jetzt einen Ninja. Was? Bei mir passiert zwar nichts, aber danke. So, das ist der neue Shop. Ich hole mir, glaube ich, den hier auch noch. Ja, ich hole mir. Aber ich spiele trotzdem noch erstmal mit dem hier. Ah ja, stimmt. Der hat jetzt auch das Backpack. Alter, wie riesig der Backpack einfach ist. What the fuck? Ich merke das nicht, wenn die Backpacks so riesig sind. Keine Ahnung. Ich höre das hier noch eh auf. Die ganze Zeit. Mhm. Aber trotzdem finde ich, die wäre nicht so geil. So, hier, warte. Gute Nacht, Kanu. Schlaf gut. Donation vergessen. Oh ja, warte. Ich schaue schnell nach. Baule hatte wahrscheinlich. Und zwar hatte Baule gerade 2 Euro Donate. Er hat geschrieben, ich gucke doch nicht deinen Stream, ohne immer eine Donation dazulassen. Hoffe, dir geht es gut und streamen mal wieder Hammer. Danke dir. Und ja, freut mich, wenn es dir gefällt. Danke für deine Donation, dass du so aktiv dabei bist. Freut mich mega. Und ja. Ähm. Einfach nur danke dir. Kannst du mich grüßen? Okay, ich grüße dich. Hast du eine Xbox One? Äh, nee, habe ich nicht. Kannst du mich grüßen? Das ist von Goku. Grüße gehen raus. Kannst du mir auf Insta antworten, Leute? Äh, ich versuche den Leuten jetzt mehr auf Instagram zu antworten. Da heiße ich auch Snogs auf Instagram. Ähm. Und ja, ich versuche, äh, jetzt mal ein bisschen auf die Privatnachrichten mehr zu antworten. Lohnt sich der Skin? Weiß ich nicht, ob der sich lohnt. Dankeschön für ein Abo. Wie gehen wir überhaupt hin? Äh, Snobby? Let's go. Wo? Snobby Shores. Dankeschön, Jürgen. Die Leute schaut unbedingt bei Jessie vorbei. Die sind auch gerade. Einfach Jessie auf YouTube. Warte, ich muss mal... Ich update mal meinen Kanalbeschreiber, weil ich mich gleich gleich vergessen. Was mich, was mich gerade frage, nur diese, ähm, komischen Dings nicht? Oder wenn... Weil, ich habe ja so... Na, wobei... Oh, warte. Ah! Vollkommen jetzt vorbeigeflogen. Oh, ich auch. Ich schaut gerade auf Autofly und... Oh nein. Auf Autofly? Ja. Oh. Sollte man das anmachen, sowas? Also Autorun? Holy shit. Nö, eigentlich nicht. Ho, ho. Oh. Ho, ho, ho. Ich habe ihm auf einem so einen mega long range mitgegeben. Boom. Mein Freund, boom. Du wurdest zerstört. Oh, mein Gott, ey. Wurde ja zerstört. Da wächst kein Gras mehr, Leute. Da wächst kein Gras mehr. Oh, ho. Waren das die letzten zwei hier? Oh, mein Gott, ey. Der war geil. Oh. Oh, mein Gott. Gute Nacht, Tom. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, lol. Beide geholt? Hast du auch den Revolver genommen? Ja. Ich habe gerade auch... Ich habe von zwei Kills jetzt. Revolver ist so nice. Der Revolver ist einfach sick. Ich hätte schon komplett long range gesniped. Von wo schießt der? Von 120. Dankeschön für ein Abo. Jemand hat gefragt, wie ihr den... ein Skintool-Ding zuhören würdet. See you later. Hat das so. Oh, ich habe keine Materialien. Ich habe keine Materialien. Ich brauche Hilfe. Ich habe Menschen. Ich brauche Hilfe. Ja, ich hätte. Nein. Habe ich? Nein. Ich habe abgestoppt. Nein. Nee, bei mir direkt. Renne. Die wollen nicht spitzhacken. Nein. Hol den hinten. Der tanzt. Ja. Hol den. Hol den. Der tanzt. Nein. Bitte tötet ihn und dann tanzt. Ah, Mann. Alter, ich treffe gerade nichts. Was ist hier los? Ja, flamm, 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 flamm. Ah. Ja. Südi, wir können bestimmt mal ein Stream machen, wo wir chillen, just machen. Aber das ist ein bisschen so schön. Ich werde auch nicht mehr so lang machen, denke ich. Ich habe legit drei fucking Revolver-Headshots gemacht und insgesamt vier Leute, viermal Leute ausgenockt mit scheiß Revolver. Das ist die tolligerweise mehr zu hirn als nur Bandagen. Bandagen. Mehr nicht. Hey, ProBallard. Herzlich willkommen. Kannst du mich grüßen? Grüße gehen raus. Nachts um drei schreibt, in neun Minuten ist es wieder soweit. Danke für dein Abo. Chris, wenn du deinen eigenen Skin designen könntest, wie würde... Wie würde er aussehen? Äh, ja. Ähm, ich glaube, wenn ich einen eigenen Skin hätte, dann würde er aussehen wie mein... So ähnlich wie mein MC-Skin. Ja, wahrscheinlich bei mir genauso. Aber da ist es schon ein Hasen-Skin gibt. Wahrscheinlich das schon mehr. Da sind die Grüße gehen raus. Wir kommen im Stream. Und dann schau doch unbedingt bei Jessie vorbei. Sie streamt auch gerade. Heißt einfach Jessie auf YouTube. Ich packe euch... Warte, ich packe euch mal direkt den Stream-Link nochmal. Leute von mir noch nicht groß können. Ihr könnt auch nicht bei ihm vorbeischauen. Danke. Ich denke, die meisten kennen dich wahrscheinlich eh. So, warte. Hier. Zu Jessie. Ja, warte, ich schreibe... Da brauchst du ganz kurz den. So. Hab ich auch mal reingepackt. Dann können die Leute auch auf deinen... Oh, ich hab auch schon ein Like da gelassen. Leute, lass alle bei Jessie ein Like da. Wie viele Likes hast du mittlerweile? Weiß ich gar nicht. Leute, schreib mal rein, wie viele Likes der Stream gerade hat. Oh, vorhin hab ich eine Fingerrunde gespielt. Hatte vier Kills. Und dann bin ich hier gestorben. Da war noch vier Leute. Ja, ich hab mit vier Leuten... Ne, nur drei Leute am Ende gekämpft. Alle geholt. Und dann hat mich einer abgestorben. Oh. Ich hätte fast meinen Solo-Win gehabt. Am ersten. Oh, hier ist noch eine Kiste. Abgestorben ist mir das... Das langweiligste. Ja, ich hab... Hast du noch gesehen, was ich gemacht hab? Dom, ich hab ein Lounge-Bed gesetzt, um dich zu retten. Ich hab ein Lounge-Bed gesetzt und bin hinter die geflogen. Leider haben die dich ja dann noch gefinished. Ja, die hatten sogar mit der Spiezer getötet und haben noch getanzt bei mir. Geht's? So, mir geht's gut. Aber ich glaub, ich hab jetzt alle meine Zuschauer zu dir geschickt. Genau, und die Warte nehmen noch den hier. Dankeschön für die ganzen Abos gerade. Und rede nicht so viel. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das sonst? Uh. Leute, lasst alle bei Jessie ein Abo da. Geht gerne rüber und abonniert Jessie. Dankeschön, Interstlehrling. Vielen lieben Dank für deine Spende. Und ja, dass ich ein bisschen verrückt bin, das ist, glaub ich, kein Geheimnis. Ach. Machst du auch Community-Runde? Ja, jeden Sonntag. Hab vorhin meinen ersten Solo in Gold, schaffst du heute auch noch. Ich glaub, heute nicht mehr, aber bestimmt. Hoffentlich mal demnächst. Dankeschön für die ganzen Follows gerade. Julius, wenn du deine Abos auf Privat hast, dann wird das nicht angezeigt. Aber trotzdem, Dankeschön auch an dich. Dankeschön, Black Saga. Hallo, AdamPlays. Und, äh, bei mir auch nochmal, Leute, riesigst Dank an die ganzen Abos, die gerade reinkommen. Ja, ja. Äh, vielen, vielen Dank. Wenn es euch gefällt, lasst natürlich gerne ein Abo da. Wird mich mega supporten. Und ich freue mich, euch hier häufiger zu sehen. Also, ja. Mich nicht. Ja, Proxy. Lasst gerne ein Abo da. Wollen wir zu Tilt gehen noch? Gucken, ob da noch jemand ist. Aber da sind immer die Besten. Die Besten. In Tilted Towers. Ja, also ich sterbe auf jeden Fall mal in Tilted Towers. Aber Jesse, die sterben. Towers ist, das ist eh gut. Die ganz harten Boys. Wir sind ready to fight, weil sie nach Tilted Towers gehen. Und wenn sie jetzt noch überleben in Tilted Towers, dann sind sie auch gut noch. Das sind quasi die Besten der Besten. Die Elite ist. Ja, wenn man die Tilted Towers ausgewandt hat, dann sind sie schon... Kennst du Swanshub den Film? Hast du ihn mal geguckt? Wen? Swanshub den Film? Ja. Wo Swanshub und Patrick in dieser Bar gehen. In dieser Rocker-Bar, okay? Kennst du noch? Bist du hart genug? Ich komme, ich komme, ich komme. I'm running. Er hat einen Hit. Surprise. What the fuck? Oh, oh, ich bin sowas nur. Oh. Oh. Oh mein Gott. Ab sie. Ich habe die Kolisse gesetzen. Nice. Du hast gesehen, Leute? Ich hatte sogar noch Materialien. Sprekteten insgesamt vier Leute, by the way. Lol. Dankeschön. Warum sprekteten mich so viele Leute, what the fuck? Jetzt sind zwei geliebt, was du es gemacht hast. Wahrscheinlich habe ich die jetzt getriggert. Ja. Ich glaube nicht. Das tut mir leid. Hast du noch Pumpgun, Moni? Ja, hier. Ich grüße Flix von Unschlau. Dankeschön, Adam. Grüße gehen raus. Oh Gott, bitte. Kannst du mich grüßen? Einfach Bog, ich grüße dich. Dafür, dass die noch in Tüte Towers waren, waren die echt scheiße. Hast du Discord? Ja, ich habe einen eigenen Discord. Soll ich einfach mal ausrufezeichen Discord, dann könnt ihr gerne raufjoin. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Vielleicht gerne mal coole Leute kennen. Schreibt mal Hashtag Discord, wenn ihr selber Discord habt und verwendet. Schreibt mal jetzt Hashtag Discord in den Chat. Dann sehen wir, wie viele Leute Discord haben. Kannst du mich grüßen? Ich habe dich schon gegrüßt, aber dann geh mal grüße. Hast du mal überlegt, wer Discord partners werden? Ja, ich glaube, ich hätte mal anfangen. Ich habe schon über 1100 Leute auf meinem Discord. Echt heftig. Guck mal, was die Anforderungen sind. Da. Du kommst dann halt in eine Special URL. Ich habe das alles auf der Maus liegen. Hier zum Beispiel, das auf der Maus. Das hier ist auch auf der Maus. Oh, ich habe keine Materials. Keine Materials. Oh nein. Ich habe gefällt. Sorry. Ich war gerade ziemlich unversorgiert. Nicht schlüp. Ich habe es im Sex Case gemacht. Discord ist nicht so meins. Ich liebe Discord. Ich habe, als ich Discord installiert habe, Skype deinstalliert. Ich habe Skype auch schon seit Ewigkeit nicht mehr benutzt. Also Leute, wenn ihr Discord benutzt, könnt ihr natürlich sehr gerne auf meinen Discord kommen. Discord.me.snox findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. In der Streambeschreibung. Einfach mal reingucken. Ich glaube, das ist der unterste Link. Da findet ihr den Discord. Würde mich freuen, euch dort zu sehen. Wenn es so wichtig ist, dann wird er wahrscheinlich antworten. Kannst du mich grüßen? Heißt der Nico. Nico, ich grüße dich. Der wurde oben gerade von dem Bot gepostet. Ich bin die Person, die am meisten Discs von allen verwendet, so. Ja, stimmt. Nur noch Discord. Immer, Farbenbomber. Immer. Okay, Carina. Ich habe hier gerade eine Chat, die versucht, mich die ganze Zeit zu dissen, damit irgendwas kann. Hat sie geschrieben, du bist wie Tanzverbot, nur du spielst Fortnite. Und ich frage mich jetzt, was da gerade eine Beleidigung sein soll. Kannst du mich grüßen? Der heißt Mikulay. Mikulay, ich grüße dich. Ich muss gehen raus. Was meinst du mit Crossplay? Crossplay ist, mit auf anderen Plattformen zu spielen. Achso, ja. Das würde ich machen. Ich will mir gerade den Skins holen. Was sagt ihr? Wenn du überlegen musst, würde ich es nicht machen. Hast du auch Mods? Ja, aber die sind gerade wahrscheinlich alle schon schlafen. Ich kümmere mich selbst in den Chat. Mach mich alle Mods. Ich grüße dich, MagicGamer. Hey, Rhino. Also du brauchst für... Auf Twitch brauchst du 10.000 Follower. 100 Viewer, äh 100 Conqueror und Viewer. Das war so locker. Auf YouTube müsstest du 100.000 Songs haben. Und 10.000 Views Average pro Video. Wie viel, wie viel Follower braucht man? 100.000. Aber ich weiß nicht, wie das... Ne, ich meine auf Twitch. 10.000. Hab ich auch nicht. Und die 100 Viewer. Hab ich auch nicht. Also ich... Weil ich nie... Ich glaube, du musst das trotzdem holen, weil du ja YouTube-Klima eher auch bist. Weil ja... Mehr als die... 100.000, Roman? Ja. Also mit 100.000 hättest du mich sicher. Wiss ich nicht. Happy Hour. Ich glaube, du könntest das jetzt sogar schon bekommen. Ja, ich so sagen. Wir nehmen das Susten, dass du immer Streams mit mindestens so... Hier hat uns... Let's go. Zuschauer. Das ist das safe. Wenn wir nicht warten, dass du einfach bis du die 100.000 Subs hast. Genau. Das ist so 100%. Wenn das so weitergeht, dauert das echt nicht mehr so lange. Heftig, Leute. Riesiges Danke an... An euch alle für deinen heftigen Support. Okay, TC. Vierat, ich grüße dich. Was kostet der Skin? 2000. Und der Gleiter kostet 1200. Dankeschön, Game-Timer. Aber ich finde, das ist nicht so gut. Bin ich stre... Ich spiele das einfach nicht so lange. Aber mal gucken. Ich dachte so, lässt du sie mir, lässt du sie mir oder so. Okay, nicht. Mach mal die Reflexe gesehen, so, ne? Ja. Direkt abgestürzt du. Hat sich das geniht und ich... Jo, ich finde den cool. Ich kenne eh so jemanden. Ich bin... Ich denke, so... Ja... Ich bin aus. Aber wenn du den richtig cool ist, dann kaufe ich den mehr. Und heute war es halt der Fall. Ich habe mal keinen Trank für dich. Willst du die Waffe haben? Weißt du gar nicht, Leute. Warte, warte. Da kommt einer, da kommt einer rein. Das ist so low. Vielleicht ist jetzt noch einer, ne? Wo? Hinter dem. Also, es sind zwei. Wach rum. Kumpel, Kumpel, Kumpel. Da ist ein Haus drin. Der hat zum Teil gepusht. Von beiden Seiten. Nein, ich bin bald weg. Ach, dafür, dass ich natürlich... Wir müssen versuchen, alle zusammen zu bleiben am Anfang. Bein niedergestreckt. Ähm, ich hab noch einen großen... Ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Hilfe. Warum baust du dich nicht hoch? Ja, weil ich dachte, die wären alle tot. Nee, aber dann wäre er sofort gestorben. Meiner ist direkt gestorben. Ach so, dann hast du noch einen anderen. Er ist unten im Linkserdrehen. Ich fang übrigens für die ganzen Amazon. Oh leid, der ist wirklich direkt gestorben. Deswegen dachte ich, die anderen wären tot. Nicht schlimm. Oder auch Dom hat nichts gesagt, deswegen dachte ich, die wären tot. Ich wusste auch nicht. Aber Chris betretet gerade. Ich könnte eh sofort sterben, da ich... Ich würde jetzt auch einfach direkt losgehen. Ja, Jerry habe ich gesehen. Wie weit ist er mittlerweile? Ich würde mal vielleicht nicht da gehen. Ich würde mal vielleicht nicht da gehen. Wir haben ja noch Tilly Towers. Fertig. Chris? Mhm. Sag, dass dieser eine Typ noch Fortnite hat. Ja, ich glaube. Der habe ich doch gerade erzählt mit Mibu. Ah, du meinst mit Mibu. So, der muss sich nicht wieder hasen. Naja, genau den meinten wir. Oder meint mein Chat jetzt. Er streamt jetzt seit 16 Stunden. Und ich habe gerade gefragt, bei 99.000 ist er mittlerweile. Er muss noch tausendmal Fortnite sagen. Das ist so nice. Hey, Raced Army. Lohnt sich der Skin? Ich würde schon sagen, ja. Ich finde die ganz cool. Aber für den Preis gibt es halt geileres Skins. Muss man ehrlich zugeben. Mit abgesniperten hinten? Ja. Oh. Ja. 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 Ich gehe einfach auf Tilly Towers. Hi, Miki. Der ist in meinem Rundesprung. Wow. Hast du gesehen? Ja, sie. Nein. Ich? Vorne. Eine Klippe. Ganz vorne. Siehst du den? Einer ist noch oben. Da oben? Oh, der schießt jetzt. Ah. Einer ist runtergejumped. Ja. Ich muss auf der ganzen Durften. Er sah keinen Ausweg mehr. Hm. Ja. Ja. Wie andere ausrasten, wenn sie ihn es gab. Aber du. No reaction. Ja. Ich bin zu viele. Ich bin dafür fast jede Runde einer. Letztens. Vorhin haben wir gestreamt. Also bei Chris. Und da habe ich auch irgendwie drei nacheinander gefunden. Und seitdem. Weiß ich nicht. Ist sie gerade für mich nichts Besonderes. Also ja. Sie ist schon krass und so. Wo sind die? Hallo. Wir zeigen dir. Vor dir. Waren sie da. Da sitze. Ja. Ich sehe ihn. Auf. Ich werde jetzt schnell rauf gehen wenn du den töten machst. Ja wo? Wäre gerade alle getötet. Da drin im Haus. Im Haus im Haus im Haus. Ja. Wart. Harry Potter ist gerade gestorben. Nein. Kannst du mich grüßen und mega streamen? Natalie. Ich grüße dich. Pass auf da ist ne Trap drin ne? Eine Etage höher. Da ist ne Trap. Ich weiß. Nimmst du einfach auf der PS4 an? Äh. Ich nehme die generell an. Aber nur auf meinem Community. Ah. Da ist ne Trap. Da ist ne Trap. Ob die jetzt hier weiter hoch gehen? Oh Gott war das so. Ja. Ich hab's von dir... Einfach nur so, ganz weh jetzt so... Was soll ich machen? Ich hab's gefragt, dass der Unternehmens nicht gerechnet hat, dass die einfach da runterspringen. Wir haben auch beide echt nicht getroffen, was man da zu sagen. Oh mein... Hey Gammertimer. Kannst mich grüßen? Er heißt Lasse, Lasse. Herzlichen Glückwunsch, Lasse. Herzlichen Glückwunsch, Lasse. Du bist der eine millionste Zuschauer. Du hast einen persönlichen Gruß gewonnen. Grüße zurück. Und hallo Lukas. Grüß dich. Ich glaube, bei mir ist gleich die letzte Runde vielleicht. Da schreiben alle, Hashtag letzte Runde. Kann sein, dass es die letzte Runde wird. Und gucken, ich denk bei mir auch, ich muss noch ein bisschen wegen Afterfacts gucken. Raze und Armin danke, aber ich hasse es, wenn das Leute sagen. Hashtag Glocke aktiv, heiße Domi grüß dich. Domi, ich grüße dich. Ich find's voll schlimm, wenn Leute schreiben, du bist voll gut für ein Mädchen. Und ich denk mir so, danke. Oh nein, der Eistee. Okay. Also ich mein, das ist lieb gemeint, aber irgendwie denk ich mir so, ja, warum bin ich nicht gut für einen Menschen. Weil Frauen Menschen zweiter Klasse sind, deswegen... Was? Oh nein, Spaß, Mann. Weil welche Frauen hier auf dem PS mehr Rechte hat? Was? Body in your channel is back from the server. Das ist schon mal nicht mal auf Twitch. Oh je. Oh je. Ein liebes, ach, ein lieben Gruß sagen. Ich dachte, kannst du mal Chris ein liebes Gruß sagen? Ich denk mir so... Chris, ich liebe dich. Das ist aber lieb, danke. Tut mir leid, aber das... Das kann ich nicht erwidern. Scheiße. Ab jetzt machen wir nur noch liebes Grüße hier. Ah, wo gehen wir hin? Letzte Runde hier unten noch. Obwohl ich nicht direkt tot bin, haha. Let's go! Willst du mich grüßen bitte? Kevin, ich grüße dich. Ich will ein Fortnite-Video machen, aber ich will das halt richtig, richtig cool schneiden. Und jetzt muss ich mir After Effects und sowas anschauen und noch ein bisschen mehr Premiere-Show. Na guck mal, wir kriegen beide nebeneinander. Beide hast du im Outen. Wollen wir hier noch mehr? Ja, Chris landet hier noch. Was ist im Shop, Leute? Hier, ich zeig den Shop kurz. Der ist im Shop. Ups, da. Hast du den eigentlich schon Stream Deck? Hm? Hast du? Muss ich mal einrichten. Ich war jetzt noch nicht eingerichtet. Loil. Das muss man später anrichten. Ja, ich komm einfach nicht dazu. Ich hab's schon seit zwei Wochen. Sind's Diabo. Bist du schwer anzurichten, oder? Nö. Ist total easy. Meinte Fixburg. Ich hab' nur keine Zeit gehabt. Aber auch gerade, das soll voll einfach sein, deswegen dachte ich mir gerade nur. Da bist du! Du Scheiß-Lüge-Kiste. Äh, zeig mal mal. Du liebe Kiste. Von Twitch. Von Twitch, ja. Hi Ritter! Halleluja! Hast du geschossen? 18. Nice. Bei dem wir gestern Dead-by-Dead-at-wisten, kann man das Volk wieder sehen. Mhm, bei mir auch. Haben wir auch schon für einen E-Dead-at gefragt. So light, Streaming-Starter. Was hat das denn? Ah. Die haben wir gestern extra noch mit den Dings, die edits online. Okay. Ho-ho-ho-ho-ho. Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Wofür, Gott sei. Ach, du hast gesetzt. Ach, du hast gesetzt gemacht. Kevin, Grüße gehen raus. Kann man mit dir spielen in den Community-Runden, ja. Gute Nacht, Gress Paulo. Gute Nacht, schlaf gut. Danke nochmal für deinen ganzen Support. Auch, dass du so im Chat so aktiv bist. Danke für deine Notation. Einfach nur, danke. Na, guck mal, wir haben ein Lagerfeuer. Das heißt, ich kann uns sogar mitten nehmen, theoretisch. Ja, kostet nur 300 Holz. Ich hab schon 170. Ich hab auch 104. Von Dach. Voll mit dem Lagerfeuer. Mir tut mir leid, wenn du... Hi, Sharker. Ich grüß dich. Habt ihr auch ein Leben? Ja. Äh, Prübald, das ist nur für, äh... Für Freunde, die ich schon sehr lange kenne. Aber du solltest eigentlich den VIP-Ran haben, oder? Ich gucke mal nach, kurz. Bitte, Prübald. Nee, Prübald, einfach Gesundheit. Prübald, einfach den, äh... Deinen YouTube-Account mit Discord verknüpfen. Und dann bekommst du automatisch von deinem Discord den VIP-Ran. Sharker, das kann ich dir auch so beantworten. Sie finden beide den Dinoskin besser. Ja? Was? Den neuen Dinoskin findet ihr besser als den neuen... Also als diesen neuen Fisch-Skin. Ja. Ebenfalls. Also ich finde den cool, aber... Geiler. Aha. Darf ich den trinken? Darf ich mitmachen? Bin neu hier. Äh, also gerade nicht. Wir machen gerade keine Community-Runden. Aber ich zock auch noch nicht mal mit der Community. Und da kannst du dann gerne dabei sein. Wo würdest du gerne Urlaub machen? Also da, wo du noch nie warst. Ich würde gerne mal... Ich? Nein. Ja, geh mal weg, ey. Lass mich mal in Ruhe hier so. Nee. Geh mal weg, bitte. Nee. Ich würde gerne mal auf die Malediven. Glaub ich. Da war ich noch nie. Soll ich dich trainern kann. Das wäre mehr zu sein. Äh, wie groß seid ihr? Ich bin 1,50. 1. Ich habe 78. Oh, halt. Das ist ein toller Sack. Guck mal. Cry Aim, wenn du das meinst. Ich bin nicht der Meinung. Eigentlich wollte ich mir einen Grinch holen. Ich bin meine eigene Meinung. Ich wollte eigentlich den Grinch schon wieder. Keine Ahnung. Ich loote schon. Ein bisschen weit weg von uns. Ihr seid... Stimmt Dom auch? Nein. Nee, Dom darf nicht stimmen. Nee, Chrissi, da haben wir... Ich glaube, es ist meine ganzen Viewer. Genau, ich habe immer Angst, dass dann sonst alle rüber gehen. Aber nee, zu Chessi könnt ihr gerne rüber gehen, Leute. Das ist gar kein Problem. Ist in der Beschreibung verlinkt. Chessi, einfach Chessi auf YouTube. Lass alle ein Abo da und... Geh rüber und lass alle ein Like da. Chessi, da dürft ihr rüber, aber nicht zu Dom. Nein, Spaß. Domeli auf Twitter. Warte, Domeli auf Twitter. Doppel... I'm sorry. V... I... Doppelzett in der Prinz. Vief Fortnite TV. Ich werde danach ausmachen. Nein. Wie gesagt, Game Time and I streamed nicht. Ich mache wieder so eine 1000-Stunden-Session. Bis ich depressiv bin. Ich habe leider keine PS4 und ich werde wahrscheinlich auch erstmal keine kaufen, weil ich mir erstmal eine neue Grafikkarte kaufen muss. Ich würde auch gerne keine neue Grafikkarte kaufen, aber langsam wird es mal Zeit. Hat er sich eigentlich schon jetzt inzwischen den PC geholt? Nein. Nein. Welchen PC? Auf der Brücke, 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 auf der Brücke. Ähm. Wollte er sich nicht... Was heißt PC? Wollte er sich nicht ein paar Teile holen? 1070. Ja, aber er weiß halt nicht wegen Umzug und sowas, ob wir nicht übersparen sollten und ja, jetzt sparen wir. Hatte ich auch ihm geschrieben. Ich hätte auch gesagt, wenn du nicht genau weißt, wie viele du Ausgaben da halt hast, dann würde ich erstmal warten. Ist ja nichts, was man nicht... Ja, ja, ich sehe ihn, warte. Ja, es ist noch ein Sieg. Warte, 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 warte. Raymond fliegt. Hm. Mach ich einen Mon Sieg. Oh. Kannst du mal auch was nicht spielen? Shit. Lass mich den bitte tiefen. Oh. No. Ey, das ist leid. Hast du ihn gerade zum Bauchmannsch? Hä? Ah ne, da lebt noch einer, oder? Ja, da lebt noch einer. Passt euch alle. Mit dem Diegel. Mit dem Diegel. Mit dem Diegel. Oh, doch, hier ist doch noch jemand, oder? Da war das Chris. Ja, okay. Chris, hast du dich? Macht mir alles cool. 3500 Likes, Alter, Leute. Crazy. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, liegt da eine goldene Diegel? Äh, äh, Fanny. Dankeschön. Zack, hab ich dir gerade gesagt, Sie finden, äh, den Dino-Skin besser. Und liebe Kurser an euch. Ich kann einfach nicht aufnehmen. Paule. Oh Mann. Aber geh ruhig schlafen, wenn du müde bist. Das ist nicht schlimm. Okay, Leute, ich muss mal kurz gucken. Also, ich meine, Cry-Ami stünde zu, dass man das, dass man, äh, dass viele das wahrscheinlich sagen, weil für die Mädchen halt einfach nur Gelegenheitsspieler sind, wenn sie überhaupt zocken. Aber, ähm, da, ich bin einfach nur nicht der Meinung, dass es legitim ist, dann zu sagen, bei jemandem, der halt relativ viel zockt, ja, für ein Mädchen bist du relativ gut. Weil ich bin halt keine Gelegenheitszockerin. Ich freue mich, wenn man sagt, ja, ich spiele gut, was meistens nicht stimmt. Aber, also. Ah, für ein Mädchen geht's okay. Ja, finde ich auch. Nicht super, aber okay. Ich glaube, gleich hat ich gepanzert. Schlaß. Danke, ihr habt's echt. Oh. Ja, Joschi. Ich könnte dir zum Beispiel Oli Pocket vorschlagen, die ist relativ gut. Ich bin zwar gerade in Fortnite. Wow, ist er gerade gestorben? Oh, da. Hochgefallen. Natürlich gibt es nicht so viele Nein, er fällt runter. Nein, er fällt runter. Nein, er fällt runter. Weil es einfach nicht so viele Twitch-Streamerinnen gibt. Es gibt viel, viel weniger Frauen, die wirklich regelmäßig zocken und nicht nur Gelegenheitsspieler sind. Es gibt natürlich viel, viel weniger gute Mädchen. Aber ich finde diese Aussage, ja, für ein Mädchen bist du gut, einfach unpassend. Weil, keine Ahnung. Nur weil mehr Jungs zocken, finde ich, ist irgendwie eine dumme Aussage. Ich weiß es nicht. Nur weil ich, weißt du, das klingt so, als würde ich, ähm, weiß ich nicht, als Mädchen anders spielen. Was ich meine, genauso wie die Aussage, Mädchen können nicht zocken. Das finde ich genauso blödsinn. Ja, Jason, es ist eh cool, wenn Mädchen zocken, aber es zocken halt wirklich so viele wenige Frauen. Und deswegen gibt es natürlich auch viel, viel weniger gute, ähm, Kinderinnen. Aber zu sagen, dass das irgendwie an meinem Geschlecht liegt, ist auch unglaublich bescheuert. Okay, ich bin down. Seht ihr, es liegt nicht am Geschlecht. Dom ist auch down. Aha, ich habe einen Geschlecht gemacht. Oh Mann. Danke für die Unterstützung, Chris, du Arsch. Ich würde es nicht sagen, es ist wirklich Sexismus. Für mich ist Sexismus was viel viel schlimmer ist, als er eigentlich ist es nicht so. Ja, ich glaube, wir haben verloren. Ja, ich habe 14er-P noch. Tot! Also, weißt du, für einen Jungen kochst du gut, weil das einfach nicht, für mich nicht geschlechterabhängig ist. Ja. Nee, es ist wirklich albern. Das ist halt so der Punkt, ich glaube, wenn ich jetzt zu Chris sage, ja, für einen Jungen kochst du ganz gut, das ist, weiß ich nicht. Als ob es was damit zu tun hätte, welches Geschlecht du bist, um eine Sache zu machen. Ja. Das ist das, was mich daran stört. Nicht daran, dass viele Mädchen, wenn jemand sagt, ja, es gibt viele, es gibt nicht so viele Gamer, die gut sind, äh, Gamerinnen, die gut sind, habe ich da überhaupt nichts gegen, aber das für ein Mädchen wüsste gut ist, was mich stört. weil ich weiß nicht. Ja, weil es halt einfach damit echt nichts zu tun hat. So. Oh, vier Stunden, Leute, ist es jetzt schon online. Vier Stunden. Ich würde es nicht so schlimm finden, wenn man mir zum Beispiel sagen würde, du bist das beste Mädchen, was ich kenne, jetzt mal als Beispiel. Wie gerade einige bei Chris im Stream schreiben. Aber, was? Wie gerade einige jetzt bei Chris im Stream schreiben, für ein Mädchen bist du gut. Das ist böse. Bei Chris schreiben, das ist gerade manche im Stream. Also zu mir, Jesse, zu mir. Ja, zu dir. Ach so. Also dagegen hätte ich nichts, wenn man sagt, ja, für ein Mädchen, was Fortnite zockt, was ich kenne, aber sozusagen diese, für ein Mädchen bist du gut. Das ist halt, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das ist halt so abwertend, so als würdest du, als würdest du, weil du Mädchen bist, generell einfach schlechter sein. What the fuck? Ja. Das ist halt, mhm, darüber hatten wir ja schon irgendwie gestern, glaube ich, oder vorgestern geredet, oder? Ich finde einfach, mit mir nicht, mit mir nicht. Ja, doch, wir hatten ganz kurz, doch, wir hatten drüber geredet. Die meisten Sternenköche sind aber männlich, aber dieses Klischee ist das Frauenkochen. Und jetzt, wenn ich zu Chris sage, der kocht für mich, und ich sage, oh ja, für einen Mann kochst du echt gut, dann würde er auch denken, ah, okay, danke. So, weil das nichts mit dem Geschlecht zu tun hat. Weil vor allem, es ist so eine simple, es ist ja einfach nur Augen, Handkoordination plus Entscheidung. Es ist ja nichts, was irgendwie ein Geschlecht besser können würde. Deiner Meinung kann es in Ordnung sein, aber aus der Sicht, als Frau, oder als Mädchen, das ist top, ich denke, ich kenne kein Mädchen, was diesen Kommentar gut findet, aus diesen Gründen halt. Weil es halt irgendwie abwertend klingt, halt dieses, für ein Mädchen. Ja, Mädchen sind so, als wäre man im Hinterkopf der Meinung, dass eigentlich Mädchen scheiße sind. Aber ich akzeptiere deine Meinung in der Hinsicht. Ich glaube, viele, die das sagen, sind dann auch eher, in Anführungszeichen, kleine Kinder, von den meisten, die das sagen. Warst du letztens, wer ist Haptic? Ich kenne kein Haptic, wer ist Haptic? Nein, ich war nicht bei Haptic, keine Ahnung, wer das ist. Tissi, hast du da irgendwas zu erzählen? Was ist das? Haptic. Haptic Rush. Warte mal, Haptic Jessie? Da findet man nichts. Was heißt Haptic? Danke nochmal, ProBullard, für deinen Euro. Kauf dir ein Eis, mache ich. Ich bin 20. Da könnte ich mir jetzt auch ein Eis kaufen, wenn ich Jessie eins kaufe. Instagram-Kommentar meine, ach ihr kennt das, ich war mit 13 Minuten, bei der jungen YouTube-Klux, danke dir. Kinglux hat einfach 5 Euro-Donate geschrieben. Hab noch was über, bist der beste. Alter, Kinglux, riesiges Dank, Leute, lasst alle mal ein Herz im Chat da. Richtig krass, danke dir. Danke für deinen Support. Ich hab keine Ahnung, ich war... Kannst du mich mal grüßen? Gamer-Timer, ich grüße dich. Ich hab keine Ahnung, wer Haptic ist, ehrlich gesagt. Lohde sich den Fisch-Skin zu kaufen. Roshi, ich weiß nicht, also, ich finde, es gibt bessere, legendäre Skins, also, falls du, falls du, äh, dir nicht, wie ich jetzt hier jeden Skin holen musst, um um ihn im Stream zu zeigen, würde ich sagen, es gibt bessere Skins, also, 20 Euro kann man besser investieren, als du in den Skin. Bei mir, äh, Gepengue Nacht, Mr. Gute Nacht, schlaf gut. Freut mich, dass du da warst. Kann man eigentlich auch 1 Cent spenden? Nee, das geht nicht. Und wenn, dann, wenn man es können würde, dann würde wahrscheinlich 1 Cent an Typey Stream geben, weil ein Prozentsatz der Spenden geht immer an an Typey Stream. Ich glaube, nicht mal eine Woche. Ich bin jetzt seit einer Woche ungefähr zu Hause, also, ja, nicht länger. Ja, ich kenne die Sendung, Jesse. Ich glaube, ich werde den Stream jetzt überwenden. Ja. Ja, ich wende jetzt gleich den Stream. 10. Alter. Okay, Lux hat nochmal 4 Euro donatet, direkt geschrieben Revenge und dann alles. Vielen, vielen Dank, ey. Riesig danke, bekommst auch nochmal von mir ein Herz im Chat. Ops. Oder auch kein Herz, sondern jetzt ein Herz. So, aber ich glaube, Leute, ich werde jetzt ausmachen. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Hat wieder mega, mega viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen noch eine wunderschöne, gute Nacht. Schlaft alle gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst gerne noch ein Abo da. Es sind noch 14 Abos zu den 83.700. Noch 14 Abos. Also, falls ihr noch von euch von den noch fast 800 Zuschauern gerade noch 14 Leute kein Abo da gelassen haben, würde sich mich natürlich mega freuen, falls ihr das noch tut, dass wir uns hier öfter auf YouTube sehen, würde mich sehr, sehr freuen. Ich stream jeden Abend ab circa 23 Uhr und meistens auch nachmittags und morgens kommt immer ein Video und nachmittags ab und zu. Also, wenn ihr Bock habt, Leute, lasst gerne ein Abo da und an jeden, der noch nicht die Glocke aktiviert hat, unten neben dem Abo-Button ist so eine kleine Glocke, die könnt ihr sehr, sehr gerne aktivieren, würde mich mega freuen, dann bekommt ihr immer mit, wenn ich anfange zu streamen. Ansonsten schaut auch gerne bei Jessie noch vorbei, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach Jessie heißt sie auf YouTube und lasst bei ihr unbedingt auch noch ein Like auf den Stream da und ein Abo ebenfalls. Dann lasst bei Jessie unbedingt ein Abo da. Geht bitte rüber und ja, abonniert Jessie, einfach Jessie auf YouTube, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das tut und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Damit bis zum nächsten Mal und ja, wir hören uns. Bis dann, Leute. Lasst alle bitte noch ein Herz für die Community im Chat. Da warte, ich schreibe es auch noch rein. Schreibt alle noch mal ein Herz für die Community in den Chat. Ich warte noch schnell die Herzen ab. Warte, schreibt Micky. Okay, ich warte, was ist los? Oh, ganz viele Herzen. Einfach beste Community. Richtig cool. Der Dark Knight schreibt einfach Herz für die Community in den Chat. Könnt ihr noch ein Abo haben? Könnt ihr noch drei Abos? Aber nicht schlimm. Opro Ballert hat ganz viele Special Emote Herzen reingeschrieben. Danke dir. Vielen, vielen Dank für euren ganzen Support. Okay, Leute, dann würde ich sagen, Klaus, gib einfach Jessie auf YouTube ein, dann findest du sie. YouTube erlaubt immer keine Links, wenn ich die in den Stream schon poste. Sogar von YouTube Links ist so beschuldig. Du kannst draufklicken, aber du kommst da nicht hin, deswegen ist sie in der Videobeschreibung bei mir, sonst geh auch auf meinen Kanal und rechts an der Seite habe ich Jessie auch verlinkt. Ich habe Jessie überall verlinkt, in meiner Videobeschreibung, auf meinem Kanal und sonst gucke einfach auf einfach Jessie auf YouTube, da findest du sie auch. Okay, Leute, dann schlaft alle gut. Ich wünsche euch eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und warte, danke auch an Jessie und Dom natürlich fürs Mitspielen. Kein Ding. Auch wenn du mich ewig warten lässt. Es tut mir leid, es tut mir leid. Okay, bis dann. Tschüss.